Hallo, hallo, herzlich willkommen zu unserem heutigen Abend. Keine Macht für niemand oder alle Macht den Räten. Das ist die große Veranstaltung unserer kleinen Reihe, die wir seit gestern hier in der schönen Volksbühne machen. Alle Räte für Europa oder Europa den Räten. Wir begrüßen euch alle hier ganz herzlich zu unserem kleinen Experiment, dem Rat. Ich bin Johanna Bussemer von der Rosa-Luxemburg-Stiftung und heiße euch ganz herzlich willkommen, auch im Namen unseres Vorstandsvorsitzenden Heint Birbaum und unserer Geschäftsführerin Daniela Trochowski. Wir haben dieses Programm gestaltet zusammen mit Alex Kaschnier und sind sehr dankbar, dass wir in der Volksbühne zu Gast sein dürfen. Der 9. November ist natürlich ein besonderer Tag und ja, wir haben den bewusst gewählt. Allerdings, bevor die Hamas Israel überfallen hat, das Gedenken an die Reichskristallnacht ist natürlich noch viel und die Pogrome ist jetzt noch viel wichtiger als sonst. Aber wir haben auch schon über die anderen Bedeutungen des 9. November geredet. Natürlich über den Tag, an dem Scheidemann und Liebknecht die Republik ausgerufen haben und gestern Abend haben Sabine Zielke und Gregor Gysi hier in einem vollgestopften Roten Salon über vieles aus ihrer Geschichte geredet und dabei natürlich auch über den Fall der Mauer und seine Folgen. All das hat mit unserem großen Thema der Räte zu tun und da übergebe ich jetzt an Alex, der durch den Abend führen wird. Ja, vielen Dank, Johanna. Ich bedanke mich auch nochmal bei der Stiftung bei dir, dass ich das mit euch organisieren durfte und wir jetzt hier auf der großen Bühne sind. Ich hoffe, ihr habt alle am Eingang euch eine Karteikarte geben lassen und einen Stift. Wer hat denn keine Karteikarte? Das ist aber schade. Könnten wir noch mehr Karteikarten bekommen? Da kommen bestimmt gleich welche. Wunderbar. Das ist nämlich wichtig, weil ihr seid ja bestimmt auch gekommen, um euch zu beschweren. Und das könnt ihr auf diesen Karteikarten tun. Ihr müsst es nicht sofort tun. Ihr habt dazu ein bisschen Zeit, aber auch nicht allzu viel, weil dann öffnet sich irgendwann hier die Tür und dann werden Fred Bijot und Katrina Shaw hierher kommen. Die werden hier später auftreten. Die Instrumente sind jetzt noch Backstage. Die brauchen sie nämlich, um aus euren Beschwerden einen Song zu machen. Das heißt nicht, dass ihr jetzt reimen müsst oder so. Ihr könnt auch wirklich nur einen Satz oder ein Wort. Ihr seid ja auch jetzt recht zahlreich. Das wird dann sonst ein sehr langes Lied und ihr werdet das dann auch gemeinsam mit uns am Ende des Abends singen. Das heißt, diese Song entsteht, während wir hier die Räte machen. Und wir werden jeweils informiert werden über den Stand der Komposition zwischen den Räten. Wir machen drei Runden von Räten. Und was machen Räte? Ihr habt das hier gesehen. Die Räten. Und zwar in verschiedenen Konstellationen hier vorne. Und wir beginnen mit einem Input. Den kriegen wir, anders als angekündigt, nicht von Klaus Dörre, der leider sich einer Operation unterziehen muss. Aber wir sind sehr froh, dass Frau Dr. Schwan das wirklich spontan übernommen hat, weil sie brennt für dieses Thema. Und sie wird uns einen Input geben. Es wird nämlich schon gemacht. Räte gibt es auf kommunaler Ebene. Räte werden gefordert von gewerkschaftlicher Seite und sie sind eine große Forderung oder erst so richtig vernommen worden durch verschiedene Klimaaktivisten und Klimaaktivistinnen. Ich freue mich sehr, dass wir jemanden von letzter Generation gewinnen konnten, mit uns darüber in den Dialog zu treten. Es wird nicht Amy von Bahlen sein können. Sie ist auch krank geworden. Aber wir haben Liene Jonsen bei uns. Sie wird über das Konzept von dem Gesellschaftsrat, über das Konzept sprechen, das gefordert wird, um die Transformation der Gesellschaft in dieser Krisensituation, vor allem in Anbetracht einer drohenden Klimakatastrophe zu sprechen. Das heißt, ich fange jetzt mal langsam, höre jetzt mal langsam wieder auf zu reden. Ich wollte nur darauf hinweisen, auf die vielfache Geschichte, die Johanna schon sagte vom 9. November. Es sei nicht vergessen, dass zu dem 9. November 1938 eine Vorgeschichte gehört. Und dazu gehört unter anderem der 9. November 1923, als Hitler versucht hat, den Mussolini zu machen und in München zu putschen. Ein paar Tage vorher gab es den schlimmsten Pogrom in der Zeit der Weimarer Republik in dieser Gegend. Wir hatten vor ein paar Tagen dazu eine Veranstaltung im Roten Salon. Ich kann euch allen das Buch dazu von Carsten Krampitz nur erzählen. Es war wirklich eine sehr gute Veranstaltung. Es ist ein sehr gutes Buch. Und da wird einem klar, warum Hitler für seinen Putsch ein paar Tage später den 9. November gewählt hat. Das war sehr bewusst gesetzt. Weil er hat den 9. November gehasst. Der 9. November war der Tag der November-Revolution. Und es war der Tag der Räte. Das heißt, wenn wir heute die Räte machen, stehen wir natürlich in einer langen Tradition. Der Antisemitismus zeigt uns, was alles so gehasst wird. Und eins davon ist ganz banal die Republik, auch das Parlament und die Räte, die immer geschmäht wurden als Quasselbuden und so weiter. Aber deswegen werden wir umso mehr reden heute. Wir machen heute hier erstmal nichts anderes als reden und eröffnen hier die Rederepublik mit einem Beitrag von Gesine Schwan. Vielen Dank, dass Sie sich bereit erklärt haben, das so spontan zu machen. Setzen Sie sich gerne hin. Bitte einen Applaus für Gesine Schwan. Vielen Dank. Ein ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich kann mir wirklich vorstellen, wie Sie sich fühlen, wenn ausgerechnet bei dieser schönen radikalen Veranstaltung Gesine Schwan als eine notorische Reformistin und Sozialdemokratin als erste spricht. Die einzige Entschuldigung ist, dass ich eintrete für jemanden, der erkrankt ist und das ist vielleicht eine Entschuldigung dafür. Aber vielleicht muss ich mich auch gar nicht entschuldigen. Auch wenn ich nicht sage, alle macht den Räten. Das ist eine Forderung, mit der ich mich auseinandergesetzt habe, seitdem ich als Assistenzprofessorin an der Freien Universität mit meinem ersten Job zum Thema Theorien des Sozialismus befasst war, um das auch mal zu sagen. Und dieser Sozialismus ging von der Sowjetunion bis zu den Tripartieträten in Frankreich. Also das ist eine Losung, die ich, da ich doch sehr früh mich für die repräsentative Demokratie entschieden habe und für das Parlament natürlich nicht, der ich nicht folgen konnte. Aber ich will das auch jetzt nicht in exzentu begründen. Immer wieder treffe ich reizende Personen, die irgendwann mal bei mir studiert haben. Wenn man alt genug ist, kann man das fast nicht vermeiden. Und dann bin ich also auch immer ganz glücklich, wenn ich höre, dass das gar nicht so schlimm war. Heute bin ich ermutigt worden von unserem freundlichen Konferencier, dass ich keine große Einordnung in Demokratietheorie mache, sondern sage, welche Form von Räten ich heute befürworte. Und zwar, das ist schon angeklungen, auf kommunaler Ebene. Meine Räte heißen nicht Räte, sondern Beiräte. Das ist natürlich schon eine furchtbare Abmilderung, weil ich nicht möchte, dass diese Räte entscheiden, sondern dass die Entscheidungen bei den gewählten Parlamenten, wenn wir in nationalstaatlicher Dimension denken, wir müssen natürlich heute längst transnational, aber eben auch sehr stark kommunal denken, Beiräte. Und diese Beiräte müssen in meiner Sicht geradezu flächendeckend eingeführt werden. Sie unterscheiden sich von den Bürgerräten, weil das nicht über Losverfahren und sowas geht, sondern weil der Kern ist, dass in diesen Beiräten auf der kommunalen Ebene die Gewählten und die nicht Gewählten, das heißt die legitimierten Bürgermeisterverwaltung und aber auch Stadtverordnetenversammlungen auf der einen Seite und, und jetzt kommt der andere Punkt, die Multi-Stakeholder, also das heißt die Vertreter der organisierten Zivilgesellschaft, auch einzelner Mitglieder der Zivilgesellschaft und der Wirtschaft zusammensitzen sollen und die langfristige Entwicklung der Stadt, der Kommune besprechen sollen und auch dafür Empfehlungen ausarbeiten sollen. Das riecht sehr nach Konsens und es ist auch gemeint, weil die Idee, dass wir, oh Gott, mein Telefon fängt an, kannst du das ausstellen bitte? Entschuldigung, das hören Sie hoffentlich nicht, sondern nur ich mit meinen Hörgeräten, aber es ist natürlich trotzdem störend. Also, diese Räte sollen, diese Beiräte sollen eine ständige Ergänzung der rein repräsentativen Demokratie auf dieser Ebene und auch auf anderen Ebenen sein, die diese repräsentative Demokratie nicht torpedieren, auch nicht in Konkurrenz damit eintreten, aber so fundieren, dass die Entscheidungen wieder wirklich lösungsorientiert und substanziell und nicht nur machtkonkurrenzmäßig begründet sind. Das ist ein wichtiger Punkt. Ich glaube, dass der Verlust des Rückhalts den Demokratien überall in der Welt, aber auch bei uns erfahren hat, darin liegt, dass die Entscheidungen nicht mehr so sind, dass Bürgerinnen und Bürger das als angemessen für ihre Probleme betrachten können und dass sie sich darin auch nicht wiederfinden, das heißt, dass sie nicht selbst daran teilnehmen können. Diese Defizite, dass sie selbst sich machtlos fühlen und dass sie eben nicht die repräsentative Demokratie in ihren Ergebnissen unterstützen können, dies ist, glaube ich, eines der größten Defizite. Ich sehe darin übrigens auch eines der größten Motoren für das Wachsen von Rechtsradikalismus und AfD. Das heißt, was ich verfechte, ist für mich auch ein wichtiges Mittel, um der AfD dadurch den Boden zu entziehen, dass man ihr Argument, es wird alles über unsere Köpfe hinweg gemacht, entzieht und stattdessen die wirkliche, authentische Erfahrung ermöglicht für Bürgerinnen und Bürger, zunächst auf der kommunalen Ebene, dass sie für wichtige, langfristige Entscheidungen in ihrer Alltagswelt, wo Infrastruktur, Schule, Beruf, Mobilität, alles, dass hier eine zentrale Rolle spielen, Sport, Kultur, dass sie daran mitwirken können. Und das Problem ist ja, dass man eine Mitwirkung finden muss, wo die engagierten Bürgerinnen und Bürger nicht einfach sagen, ja, jetzt haben wir hier den ganzen Tag gesprochen, haben tolle Sachen aufgeschrieben und nichts kommt raus. Das ist die schlimmste Frustration und auch eine, die für solche erweiterte Partizipation und Teilhabe Gift ist. Das heißt, man muss sich ein Modell ausdenken, in dem diese Partizipation sich auch insofern auszahlt und wirksam bleibt, dass das, was dabei rauskommt, auch nachher in den politischen Entscheidungen wiedergefunden und auch konkretisiert wird. Das ist ein ganz wichtiger Punkt dafür, dass die Mitwirkung in solchen kommunalen Entwicklungsbeiräten, da schwingen auch die Nachhaltigkeitsziele und die nachhaltige Entwicklung mit, dass Bürgerinnen und Bürger in solchen Räten nicht frustriert sind, sondern sich einbringen können, mit Erfolg einbringen können und das, was jetzt häufig auch ein bisschen modisch gesagt wird, was ich aber für richtig halte, nämlich Selbstwirksamkeit erfahren können. Das ist der Gegenbegriff zur Machtlosigkeit, zum Gefühl der Machtlosigkeit, das natürlich nicht nur politische Ursprünge hat, sondern viele, viele, das ist klar. Aber um der Machtlosigkeit dem Gefühl entgegenzuwirken, sind solche kommunalen Entwicklungsbeiräte gute Gremien, um langfristige Entscheidungen mitzugestalten, nicht selbst zu gestalten. Das kann man nicht in einer pluralistischen Gesellschaft, man muss es mit anderen zusammentun. Das Verfahren ist, dass wir eine Gruppe aufstellen, eine sogenannte Steuerungsgruppe, sodass es nicht irgendeine Obrigkeit ist, die aus verschiedenen Sektoren der Gesellschaft, also Zivilgesellschaft, aber auch Wirtschaft, aber dann eben auch aus der Politik ungefähr 30, 35 Leute zusammenbringen, die ihrerseits bereit sind, ein Entwicklungsthema einer Kommune, das dann im Rahmen der Gesamtentwicklung der Kommune behandelt werden muss, im Konkreten zu behandeln. Wir haben das in verschiedenen Städten und Gemeinden inzwischen gemacht, in Herne, in Rottenburg, am Neckar. Jetzt demnächst werden wir es in Cottbus machen, in Frankfurt-Oder, da freue ich mich besonders drauf. In Frankfurt-Oder habe ich ja lange gearbeitet, an der Europa-Universität. Und der Punkt ist, dass wir die verschiedenen Interessengruppen, also einmal die Akteursgruppe derer, die politische Verantwortung tragen und damit auch bestimmte Aufgaben haben, nämlich die Gesamtgesellschaft und ihre Interessen zu berücksichtigen und normativ, das geschieht nicht immer, aber das soll es sein, zusammenzubringen, aber dann auch die verschiedenen Gruppen aus der Zivilgesellschaft, das können Bürgerinitiativen sein, das kann Greenpeace sein, das kann aber Wohlfahrtsverband auch sein, Senierunggruppe, Sportgruppe, was auch immer und die Wirtschaft in ihren Unternehmensvertretern, auch in öffentlichen Unternehmen und Industrie- und Handelskammer, Handwerkskammer zusammenbringt, am besten mit wissenschaftlicher Beratung, um gemeinsam zu überlegen, was machen wir. Und da haben wir konkret zum Beispiel in dem ersten Projekt, aber es ging auch dann so weiter, in Herne die Aufgabe gehabt, eine Brache, die viele Jahre lang dort war, ein ehemaliges Kohlekraftwerk, wieder zu, also darüber zu befinden, was daraus werden soll. Große Brache, gut gelegen, aber jahrelang eben nicht weiter benutzt, weil keiner sich darüber einigen konnte, was damit geschehen soll. Wir haben dort einen solchen kommunalen Entwicklungsbeirat eingerichtet mit 30, 35 Personen, die verschiedenen Gruppen, die es da gab, vor allen Dingen Naturfreunde einerseits, gute Arbeit und Gewerkschaften, aber auch Unternehmensverbände andererseits und dann Mobilitätsvertreter, aber auch solche, die vor allen Dingen für Familien und Senioren barrierefreie Ausflüge und Lernorte machen wollten, alle an einen Tisch und sie haben vorgetragen, was sie da machen wollen, wie sie es begründen wollen. Und dann haben sie gemerkt, wir müssen einen Bezugspunkt haben dazu und haben sich überlegt, was wollen wir, dass diese Brache insgesamt für die Stadt Herne bringt. Das ist eine Formulierung der Vision. Dann haben wir weiter diskutiert, wie können da die einzelnen Vorschläge dafür so weitergemalt werden, dass die anderen sich auch wiederfinden. Kurz und gut, wir hatten in vier Sitzungen sehr intensiver Arbeit zusammen eine Empfehlung für den Stadtrat vom Ende April bis Anfang November mit der Empfehlung, die einstimmig von allen unterschrieben worden ist, nicht nur gewählt, sondern unterschrieben worden ist. Wir haben dann eine Runde gemacht und gefragt, was habt ihr erfahren? Die erste Äußerung war, es war so anstrengend, wie wir es noch nie erlebt haben. Das ist mir übrigens in der Uni auch manchmal gesagt worden. Es ging von 9 Uhr bis 17 Uhr mit kleinen Brausen dazwischen, aber man musste sich sehr konzentrieren. Der zweite Punkt war, wir haben uns am Ende gewundert, dass wir gar nicht so weit auseinander waren, wie wir gedacht hatten, weil nämlich bei unseren Präsentationen wir dann begründen mussten, was wir denn wollen. Und da gab es welche, die vom Naturbund auf keinen Fall die inzwischen entstandenen Biotope von Kreuzkröten verloren gehen lassen wollten und die anderen, die da Häuser bauen wollten. Das war eine der Grundkontroversen, Naturschutz, Klimaschutz und auf der anderen Seite Zementierung des Bodens und so weiter. Wir haben so lange mit Begründungen und Ausführungen und möglichen Kompromissen dazu gearbeitet, dass am Ende eben dies zustande gekommen ist. Dann haben welche gesagt, es hat uns sehr gestört, dass wir am Anfang das Gefühl hatten, wir haben da gar nicht ein klares Programm, sondern wir müssen da immer alleine sozusagen weiterdenken, wenn wir an einer Stelle sind und es hakt so ein bisschen. Das ist aber bewusst gewesen, damit die Verantwortung für den Prozess übernommen werden kann. Und so ging es weiter und der entscheidende Punkt war, wir haben zueinander Vertrauen gefunden und wir konnten dadurch viel mehr gemeinsam machen für diese Brache und für diese Entwicklung von Herne, als wir dachten. Nun bin ich in der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz und natürlich kann dann die Frage kommen, zumal ich den Genossen Urban da hinten sehe, was wird dabei aus dem Kapitalismus, weil es nämlich verdammt ein reformistisches Konzept, das gebe ich ja alles zu. Der Kapitalismus wird nicht abgeschafft dadurch. Das glaube ich auch nicht mehr, dass das irgendwie machbar oder sinnvoll ist. Aber die kapitalistische Marktwirtschaft wird schon von da unten ab in eine Verantwortung gebracht, die das, was produktiv daran ist, aufnimmt, aber auch zugleich das, was destruktiv ist und was rein partikularistisch ist, so aufspießt, auch in den Gesprächen untereinander, in den Aushandlungsprozessen, in den Habermaschen Deliberationen, in den Begründungen, dass damit eine Art Citoyenneté, also ein Bürgertum von Unternehmen, Sie sprechen ja auch oft vom Citoyen, entsteht. Das ist vielleicht für einige von Ihnen zu blauäugig, für mich ist das aber durchaus klare Realität, auch in anderen Städten stattgefunden hat. Sodass alle Macht den Räten in dem Sinne, dass eine kompakte militärische und natürlich Ende des Zweiten Weltkriegs oder auch ökonomische Macht einfach das Sagen hat, schon da unterminiert wird und ganz andere neue Allianzen auch gerade zugunsten des Klimas entstanden ist. Das Schönste von allem, was dann gesagt worden ist, ist, dass Sie alle den Eindruck hatten, es sei eine unglaublich bereichernde Zeit gewesen und als wir am Ende ein Abendessen hatten danach, in einem Restaurant mit lauter Tischen, hatte ich das Gefühl, es war ja im Nurgebiet, es ist wie eine Karnevalsveranstaltung. Es war so gute Stimmung und das ist auch etwas, woran mir sehr liegt. Die nächste Frage ist jetzt, wie wird das umgesetzt? Ja, das ist jetzt ein knappes Jahr her, dass es der Öffentlichkeit vorgestellt worden ist. Es gibt jetzt neue Projektfinanzierung, um das langsam umzusetzen und ich habe den OB, der ein Machertyp ist, gefragt, na, hättest du lieber, dass dieser ganze Quatsch gar nicht besteht? Und er hat gesagt, nein, ich glaube, es ist doch gut, dass das besteht, denn dann weiß ich, dass, wenn ich mich danach richte, dass ich das einigermaßen gut und zügig umsetzen kann. Und das ist genau ein Gedanke, dass, wenn es von der Gesellschaft durchdiskutiert, begründet, auseinandergenommen und dann wieder zusammengesetzt ist, dass dann die Chance besteht, gemeinsam und wirklich auch aus Zerstrittenheit herauskommend ein solches Projekt zu beziehen. Das ist jetzt eine Kommune. Aber ich selbst glaube, dass Kleinvieh auch Mist macht. Ich glaube, dass wir sehr dezentral ganz viel machen müssen, aber wir müssen natürlich skalieren und ich hoffe, dass wir, wenn wir es zum Beispiel in Cottbus schaffen, wo wir ja eine erhebliche AfD-Präsenz haben und dass wir da eventuell es schaffen, dass eine erhebliche Zeit von jungen Menschen und Bürgerinnen und Bürgern sagen, nein, uns wird es nicht weggenommen. Wir können selbst mitbestimmen, was unser Alltag ist, dass wir damit einen Schritt und auch vielleicht einen plakativen Schritt vorankommen, um das öffentlich zu machen. Das sind meine kommunalen Entwicklungsbeiräte. Da missioniere ich so, mehr als ich jetzt für die Kirche missionieren würde. Das würde Ihnen auch natürlich überhaupt nicht passen, das weiß ich oder euch. Aber für die missioniere ich, weil ich daran glaube, dass wir so durch Praxis und nicht nur durch Sozialpolitik, die ist auch wichtig, aber durch Praxis, durch gemeinsame Verantwortung als Bürgerinnen und Bürger zusammenkommen können und uns auch wieder wohler fühlen können in einer Republik, in einer Demokratie, die bei vielen den Eindruck erweckt, dass sie nicht mehr da ist oder dass sie ein bisschen abhandengekommen ist. Schönen Dank. Frau Schwan, vielen, vielen Dank. Ich hoffe, ihr habt euch schon einiges überlegt, worüber ihr euch beschweren könnt. Ich schaue mal, wo bleibt der Beschwerdechor. Der sollte durch diese Tür hier kommen. Der Beschwerdechor wird jetzt gleich auftreten. Ich bitte um Applaus für den Beschwerdechor. Katrina. Katrina Shaw und Fred Pijot. Katrina, vielleicht möchtest du kurz das Konzept des Beschwerdechors nochmal besser erklären, als ich das konnte. Ja, das Beschwerdechor ist im Jahr 2002, glaube ich, erfunden worden von den Künstlern Oliver Kochter-Kalinen und Televo Kalinen. Und es geht eigentlich darum, dass man Beschwerden schreibt, sammelt und dann ein Lied daraus macht. Das kommt aus einem finnischen Wort, was ich hier nicht versuchen werde zu sagen. Beschwerdechor ist tatsächlich ein Wort von Menschen, die einfach sich zusammenfinden und nur motzen. Das ist ein Motzekor eigentlich. Ich hoffe, ihr hattet jetzt schon einige Gedanken, die ihr aufgeschrieben habt. Können wir schon die ersten Beschwerden bitte von euch haben? Augenblick, sie werden eingesammelt. Hier kommt das Team. Nein, ihr könnt auch mehr schreiben. Ihr könnt ein Wort schreiben. Ihr könnt einen Satz schreiben. Ich meine, überlegt, wie viele ihr seid. Die armen Leute müssen das alle lesen, die beiden. Und versuchen, alles in einen Song zu packen. Ich kann euch nicht garantieren, dass alles da drin landen wird. Wer braucht noch Karten? Hier gibt es noch Leute, die gerne was aufschreiben würden. Wo sind die Karten? Wir nehmen uns einfach ein bisschen Zeit, uns zu beschweren. Es wird gesammelt. Ihr seht, Raoul Weichert, der diese ganzen Plakate, Transbis und so weiter gestaltet hat, hat auch diese Urne-mäßige Box gestaltet. Also wirklich alle Beschwerden. Es gilt auch zum Beispiel eine Beschwerde, wie zum Beispiel, ich finde es doof, dass Herr sowieso neben mir immer an den Stühlen tretet. Auch wenn es aus Versehen ist. Ist auch eine Beschwerde. Ist auch eine Beschwerde. Wer möchte sich noch beschweren und kann... Es soll niemand sagen können, er hatte nicht die Gelegenheit, sich zu beschweren. Hier, Achtung, hier möchte noch jemand sich beschweren. Sich zu beschweren ist noch niemals derartig künstlerisch umgesetzt worden wie heute Abend. Das kann ich schon mal versprechen. Und ihr werdet es selbst zu den KünstlerInnen gemeinsam... Normalerweise dauert dieser Prozess sehr viel länger. Aber da Fred und Katrina so experienced sind mit diesem Format, haben wir gesagt, wir machen so eine Art Speed-Complaining. Also wie ein Speed-Verfahren des Beschwerde-Verfahrens. Oder wie lange braucht es normalerweise? So um die zwei Wochen, ehrlich gesagt. Das machen wir heute in ungefähr drei Stunden. Zwei Wochen in drei Stunden. Es gibt Zeiten, wo einfach die Zeit schneller vergeht als sonst. Wir haben gehört, die kommunalen Bürgerräte acht Stunden. Wir machen das heute in vier. Wir geben uns alle Mühe, etwas zu beschleunigen. Ihr seht, nicht zufällig sieht das aus wie eine Urne. Wir werden tatsächlich die Demokratie heute fortentwickeln und beginnen mit Beschwerdehäften. So hat das ja auch ursprünglich in Frankreich begonnen. Es wurde aber allerdings damals nicht viel gesungen. Doch es wurde auch viel gesungen. Es sind auch schöne Lieder entstanden. Allerdings nicht aus den Beschwerden, oder Fred? Also vielleicht ist das auch tatsächlich die Wurzel so einiger sehr berühmter Lieder, die wir so kennen. Es sieht so aus, als hättet ihr schon einiges jetzt an Beute mitzunehmen. Wie ich schon sagte, sind die beiden auch der Rhythmusgeber dieses Abends. Das heißt, wir werden uns jetzt in die Diskussion stürzen mit den Räten. Wir werden darüber diskutieren, was wir gerade gehört haben. Und nach einer Stunde kommt ihr zurück und sagt, wie weit ihr seid. Vielleicht gibt es ja schon ein Refrain, vielleicht gibt es irgendwas, was man schon hören kann. Vielleicht kriegt man nur was vorgelesen. Vielleicht gibt es was, was ihr nicht benutzen wollt, aber trotzdem zu Gehör bringen wollt. Das ist euch vollkommen überlassen. Wir lassen euch jetzt an die Arbeit gehen. Hier ist noch eine Beschwerde. Müssen wir die KünstlerInnen fragen, dürfen sich, vielleicht sammeln wir später nochmal ein. Es liegt so ein bisschen, kommt darauf an, wie gut ihr euch jetzt beschwert habt. Lass ich den Complain-Core entscheiden. Okay, dann geht an die Arbeit, wir machen hier weiter. Ich bitte den ersten Rat auf die Bühne. Wir beginnen mit euch, Sabine Nuss, Maike Weiß-Pflug. Bitte einen Applaus für Sabine Nuss und Maike Weiß-Pflug. Es fehlt eine Person, die leider abgesagt hat. Deswegen könnt ihr diesen Platz jetzt besetzen. Es ist ein Teil der Bürgerräte, Bürgerinnenräte, dass es ausgelost wird. Das heißt, schaut bitte mal unter euren Sitzen, ob da so eine orangene Karte ist. Es sind nicht viele. Wer hat eine rote Karte gefunden, der hat sie hoffentlich nicht als Beschwerde-Karte benutzt, denn das ist das... Bitte die Karte zeigen. Okay, eine Person. Du bist jetzt, wenn du möchtest, Teilnehmerin dieses Rates. Applaus für dich. Zuspät. Vielleicht gibt es noch eine Gelegenheit. Das ist ja ein Teil dieser Rete-Idee, in die gerade viel diskutiert werden, dass man tatsächlich lost. Ein Losverfahren. Frau Schwan wird bestimmt gleich was dazu sagen, dass das nicht alles sein kann, aber es ist Teil verschiedener Konzepte, dass Menschen aus dem Publikum gelost werden oder aus der Bürgerinnschaft und teilnehmen. Bitte setz dich zu uns. Möchtest du dich kurz vorstellen? Weil ich das leider nicht machen kann. Ja, guten Abend, das ist eine Überraschung. Ich bin Britta Petersen, ich arbeite für die Rosa-Luxemburg-Stiftung und werde im nächsten Jahr das Südasien-Büro dort in Indien leiten. Wunderbar, herzlich willkommen in dieser Runde. Dann stelle ich mal die anderen Teilnehmerinnen kurz vor. Sabine Nuss war gestern schon zu hören in dem Panel Räte-Versellschaften. Ihr wollt auch mitdiskutieren. Wunderbar. Sehr gut. Dann stellt euch doch auch kurz vor. Vielleicht müssen wir das Mikro hier teilen, wenn das für euch okay ist. Ja, hallo, Josefina Bayer, Demokratin, Kulturwissenschaftlerin und Studentin von der lieben Gesine Schwan. Hallo. Das ist ein Wiedersehen. Wir haben noch jemanden gelost. Ja, Michael Begol aus Berlin. Ich bedauere erstmal, dass Jeremy Corbyn heute hier nicht hier ist. Ansonsten bin ich... Bist du ja da. ...Skandal. Okay. Vielen Dank. Jetzt hier, Sabine, stelle ich jetzt mal die... Bitte? Wenn du... Er hatte sich vorgestellt, habt ihr es nicht verstanden? Der Name, wolltest du noch was sagen? Michael Begol. Mir wurde vom Oberratspräsidenten gesagt, dass ich nicht weiterreden soll. Also, ich bin übrigens Räteanhänger und fand das, was Gesine Schwan erzählt hat, voll daneben. Tut mir leid. Na gut. Jetzt kann ich vielleicht mal weitermachen mit deiner Vorstellung, Sabine. Du hast gestern schon über Räte für Gesellschaften gesprochen. Mit Felix Klopotec. Das war sehr spannend und du kannst heute noch einiges erzählen. Du bist sozusagen Vergesellschaftungsexpertin. Sabine hat ein Buch geschrieben mit dem schönen Titel Keine Enteignung ist auch keine Lösung. Das ist 2019 erschienen. Damals fing das mit Deutsche Wohnen enteignen gerade an. Dann solltest du eine neue Ausgabe machen. Du musst das Buch noch komplett überarbeiten. Und da bist du jetzt aber fast fertig mit. Das wird dringend gebraucht, das Buch. Maike Weißpflug, darf ich euch kurz vorstellen? Maike Weißpflug ist auch mit Räteideen durch Hannah Arendt bekannt. Sie hat ein sehr empfehlenswertes Buch geschrieben. Das heißt, die Kunst politisch zu handeln. Die Kunst politisch zu denken. Das ist ein politischer Lapsus. Und Maike ist Expertin für Citizen Science, Bürgerinnenwissenschaft oder warst hier am Naturkundemuseum in Berlin. Und du arbeitest jetzt gerade fürs Umweltministerium und bei der Endlagersuche. Und bist deswegen vertraut mit Verfahren wie Wissenschaft und Bürgerinnen-Diskussionen zusammengebracht werden. Das heißt, wir fangen jetzt einfach direkt an und wollen vielleicht erst mal ihr beide und dann in der größeren Runde reagieren auf diesen Vorschlag von Ihnen über die kommunalen Entwicklungsbeiräte. Seht ihr das als einen Schritt in die richtige Richtung, um einer der Vergesellschaftung von Schüsselindustrien oder was auch immer gerade vergesellschaft werden müsste, um der Klimakrise zu begegnen, näher zu kommen? Das können wir noch ein bisschen größer machen, um den Kapitalismus abzuschaffen. Aber das haben wir ja gerade auch gelernt, dass das mit Bürgerräten, Bürgerinnenräten nicht geht. Also ich muss jetzt erstmal was vorweg schicken. Und zwar, Gesine, den Ball muss ich jetzt wirklich aufnehmen. Ich gehöre zu den Studentinnen auch, die bei Gesine Schwan studiert haben. Und wann auch immer ich gefragt werde, jetzt aktuell, seit ein paar Jahren, seit ich Interviews gebe, wie bist du eigentlich auf Marx gestoßen? Kann ich immer nur sagen, über Gesine Schwan. Mein erstes Seminar, was ich an der FU gemacht habe, war zu den Pariser Manuskripten von Karl Marx, wo er eine emphatische und dezidierte Kritik am Privateigentum hat. Und ich bin über die Auseinandersetzung, die dann folgende, das waren ja die Frühschriften, ich habe mich dann später mehr mit dem Kapital beschäftigt, dann doch inspiriert, durch auch noch andere Denkerinnen, durch viele Diskussionen, zu dem Schluss gekommen, dass es doch sein müsste, dass wir die kapitalistische Produktionsweise überwinden. Ob das geht, wie das geht, ob das mit Räten geht, das ist eine schwierige Frage, auf die ich auch keine abschließende Antwort hätte. Aber am Ende habe ich es Gesine Schwan zu verdanken, dass ich zu dieser Überzeugung gekommen bin. So, das ist jetzt erst mal vorweg. Dann das Zweite, was mir aufgefallen ist, wenn wir alle so lockerflockig immer mal über Kapitalismus reden oder das Wort benutzen oder auch Marktwirtschaft, kapitalistische Marktwirtschaft ist gefallen, dann habe ich manchmal auch das Gefühl, wir reden mit den gleichen Begriffen über unterschiedliche Dinge. Ich würde mal vermuten, wenn ich jetzt hier im Raum beliebig fünf Leute fragen würde, was ist Kapitalismus, dann würde ich wahrscheinlich fünf verschiedene Antworten kriegen. Ähnlich verhält es sich mit Marktwirtschaft und manchmal denke ich, wir müssten nochmal zurück auf Los und nochmal uns miteinander verständigen, worüber wir eigentlich überhaupt reden. Für mich ist eine der zentralen Erkenntnisse aus der Kritik an der politischen Ökonomie, das heißt die herrschende Volkswirtschaftslehre damals und heute, dass wir in einer Vergesellschaftungsform leben. Und jetzt komme ich auch gleich auf diesen Begriff, weil das ist nämlich ein Punkt, der häufig auch übersehen wird. Vergesellschaftung als Begriff ist jetzt wieder in aller Munde, aufgrund dankenswerter Weise der tollen Kampagne Deutsche Wohnen und Co. enteignet, mit der ich ja sehr sympathisiere, wie man weiß. Es gibt aber noch eine andere Bedeutung von Vergesellschaftung. Das ist auch die Bedeutung, die Marx eher benutzt. Und das bedeutet im Grunde genommen, auf einer sehr allgemeinen Ebene ist die Art und Weise, wie Menschen arbeitsteilig sich reproduzieren als soziale Gemeinschaft. Der Mensch ist ein soziales Wesen, als isoliertes Individuum könnte er gar nicht sich reproduzieren. Also müssen wir als Gemeinschaft, als Gesellschaft uns arbeitsteilig reproduzieren. Das heißt, wir produzieren gemeinsam, wir entscheiden, wie das verteilt wird, wie auch immer das dann entschieden wird und wir konsumieren das Produzierte gemeinsam. Auf einer absolut abstrakten allgemeinen Ebene ist das Vergesellschaftung. Wir vergesellschaften uns. Wie wir uns aber als Gemeinschaft vergesellschaften, ist historisch höchst unterschiedlich gewesen. Es gab im Feudalismus eine Vergesellschaftung über Leibeigenschaft, über Abgaben, Sklavenhalter und so weiter. Und es gibt eben die kapitalistische Form der Vergesellschaftung. Und die basiert im Wesentlichen darauf, dass die Akteure in der Wirtschaft, die Staaten und die Individuen sich in Konkurrenz zueinander bewegen. Und aus diesen Konkurrenzstrukturen, ich verhalte mich als kompetitives Individuum zu meinen Kollegen und Kolleginnen, um Arbeitsplätze, als Unternehmen, um den Absatzmarkt, als Nation, um das Wirtschaftswachstum. Das führt zu hochtoxischen Strukturen. Das führt dazu, dass wir in diesen Wachstumszwang geraten. Das führt dazu, dass wir Natur und Mensch als sozusagen Quelle dieser ganzen Produktionsweise unterminieren. Insofern würde mich einer der, und Vergesellschaftung würde dann für mich bedeuten, dass wir eine neue Form der Vergesellschaftung brauchen. Nicht mehr diese toxische Vergesellschaftung, sondern eine andere Vergesellschaftung, eine alternative Vergesellschaftung. Das kann man jetzt Überwindung des Kapitalismus nennen, aber ich finde es so formuliert vielleicht doch ein bisschen anschlussfähiger. Auch wenn das Wort Vergesellschaftung leider sehr sperrig ist. So, und mit der Form der Vergesellschaftung, wie sie jetzt in den politischen Auseinandersetzungen initiiert von Deutsche Wohnen und Co. enteignen, ausgelöst wurde, würde ich sagen, das ist ein Einstiegsprojekt. Diese Art der Vergesellschaftung, weil die schon in sich trägt den Keim des Nicht-Kompetitiven. Das bedeutet, es geht bei Vergesellschaftung darum, von einer privat nützigen Verwendung der Natur, privat nützige Verwendung der Produktionsmittel, der Bodenschätze von Grund und Boden, hinüber zu gehen zu einer gemeinnützigen Verwendung. Eine gemeinnützige Verwendung setzt aber Absprache, Abstimmung und Kooperation voraus. Nur gemeinschaftlich können wir sagen, was gemeinnützig ist. Eine einzelne Person kann das nicht machen. Also insofern ist der Weg der Vergesellschaftung hin zu einer anderen Vergesellschaftung. Und Räte ist für mich durchaus eine mögliche Form, auf allen Ebenen zu verlernen das Kompetitive und zu erlernen das Kooperative. Deshalb bin ich jetzt gar nicht so ein totaler Kritiker davon, wenn man immer sich vor Augen macht, worum geht es? Was ist der Gegenstand dessen, worüber wir reden und welche Interessen sitzen am Tisch? Und wenn ich dann bei diesen Bürgerräten höre, da sitzen die kommunalen Entwicklungsbeiräte, da sitzen Vertreter und Vertreterinnen von der Wirtschaft am Tisch, von der Stadtverwaltung und dann noch die Bürger und Bürgerinnen. Die bekleiden alle sozialen Formen, die haben alle Interessen. Die Wirtschaft hat in der Regel das Interesse, das investierte Kapital, was sie eingesetzt haben, zu vermehren, mithilfe der Verwendung von Arbeitskraft und Naturressourcen. Die Leute, die möglicherweise da arbeiten, haben das Interesse an einem guten Leben, mehr Lohn und so weiter. Die Leute, die in der Gemeinde leben wollen, dass die Kröten erhalten bleiben und so weiter. Man kommt an den Interessen der Wirtschaft, finde ich auch ein Problem, dass wir die Wirtschaft immer so als Extrasphäre behandeln. Auch ein Problem der neoliberalen Ideologie übrigens, kommen wir sozusagen, wenn jetzt, Entschuldigung, jetzt muss ich nochmal ganz kurz, wenn jetzt die Leute in diesem kommunalen Entwicklungsbeirat sagen würden, wir wollen eine ganz tolle Freizeitpark da haben, ja, das kostet jetzt Geld. Jetzt möchte das ein Unternehmen machen, wenn es ein Unternehmen macht, möchte aber das Unternehmen natürlich Gewinn machen. Davon möchte die Gemeinde Gewerbesteuer haben und so weiter und so fort. Das heißt, das sind alles Interessen, wo ich mich frage, inwiefern die Menschen, die da in der Gemeinde sitzen, Einfluss darauf hätten, dass das nicht passiert. Dass es keine Konkurrenz mehr gibt, dass es keinen Gewinn gibt dieses Unternehmens, dass es öffentlich gemacht wird und so weiter und so fort. Das heißt, wir können schon Beiräte benutzen als Lernort, wenn wir die Widersprüche, die Interessensgegensätze benennen und die Leute nicht enttäuschen, wenn sie dann merken, ah, okay, das, was wir hier entschieden haben, geht sowieso nicht. Das Argument, kein Geld, kein irgendwas. Und insofern, damit schließe ich jetzt erstmal, bin ich da nicht so wahnsinnig kritisch. Wollen Sie direkt darauf antworten? Ich glaube, es ist besser, dass alle erst sprechen. Ja. Ihr seid schräftig am Mitschreiben, das ist gut. Herr Maike, möchtest du direkt darauf antworten nochmal? Ja, sehr gerne. Aber bevor ich das tue, habe ich noch eine Frage, weil, seit Sie das vorgestellt haben, was Sie in Herne gemacht haben mit Ihrem Bürgerinnenbeirat, es geht mir die Frage im Kopf rum, was ist aus den Kröten geworden? Und das ist keine polemische Frage, sondern eine ernste, dass Sie es vielleicht nochmal kurz darstellen. Und dann ist es, glaube ich, auch ein guter Einstieg zu dem, was ich gleich ausführen werde, nochmal als eine weitere Perspektive. Ja, also die Kröten, und das war die Bedingung des BUND und einiger sehr engagierter Studienrätinnen, sollten auf gar keinen Fall auch nicht teilweise umgezogen werden, sondern in derselben Quantität dort bleiben, wie sie bisher waren. Und wir haben gesagt, alle miteinander, und dann haben Sie selbst unterschrieben, dass es nicht geht, zusammenzukommen, wenn eine Gruppe eine Veto-Position einstellt. Das heißt, was bisher, weil das jetzt erst umgesetzt wird langsam, sicher ist, ist, dass zumindest das Prinzip der Biodiversität, für die die Kröten stehen, beachtet werden muss. Und selbst wenn ein Teil der Kröten umgezogen werden soll, die soll ja nicht umgebracht werden, es geht darum, die umzuziehen, ich habe mir da viel angelesen dazu, das gibt ja da ganze Krötenreservate und so weiter. Selbst wenn das geschieht, muss sozusagen eine Kompensation in Sachen Biodiversität sein. Und das Interessante war, dass einer von den BUND und den Naturfreunden dann gesagt hat, wir haben auch wissenschaftliche Erkenntnisse, dass wir sogar Biodiversität auch bei neuen Bauten schaffen können. Und das ist sozusagen der Versuch, eine Kollision durch Kreativität ohne einen Kuhhandel zustande zu bekommen. Das ist die Antwort erstmal auf die Kröten, aber die sind jetzt erst langsam dabei, das überhaupt in die Planung zu bringen. Das heißt, im Moment sind die Kröten noch glücklich und dürfen noch der Brache leben. Noch sind die Kröten glücklich, aber die Arbeitsplätze auch noch nicht geschaffen. Warum ich die Frage nach den Kröten gestellt habe, hat natürlich einen spezifischen Hintergrund. Ich war eingeladen, noch ein bisschen über die Rolle der Wissenschaft zu sprechen. Und Sie hatten das angedeutet, dass bei Ihnen in den Beiräten auch die Wissenschaft spricht. Und wenn man von der Wissenschaft her kommt, ist ein Problem, was glaube ich insgesamt jetzt auch von Sabine, von dir schon angesprochen wurde. Wie arbeiten wir zusammen, wie kommen wir zusammen, um wirklich die Lebensbedingungen auf diesem Planeten, und zwar an allen Orten, überall gut zu gestalten. Und zwar nicht nur gut zu gestalten, sondern letztlich eine Katastrophe zu verhindern, weil im Moment sind wir in einem krisenhaften Modus. Und wenn wir weitermachen wie bisher, dann werden wir quasi ökologisch, aber eben auch, wir merken es im Moment, sozial und politisch rasen wir auf einen Abgrund zu. Hier vielleicht nochmal das Zitat von Walter Benjamin, wir brauchen etwas wie eine Notbremse. Und das ist meine Frage, welche Rolle können die Räte dazu beitragen, diese Transformation der Gesellschaft anzugehen und eine Notbremse zu sein. Und vor allen Dingen, wie können wir, und deswegen auch die Frage nach den Kröten, mit der Frage der Natur umgehen. Und die Natur hat natürlich so eine Art Veto-Recht, beziehungsweise wird sie sich diese Meto-Macht holen, wenn wir unsere Lebensweise nicht verändern, dann wird sie uns, glaube ich, zeigen, wo die Hake hängt. Und deswegen ist es gut, das vorher zu tun. Das heißt, die Frage, wie bekommen wir diese Transformation hin? Und ich glaube, das Räte und einfach zu schauen, lokal in den Verhältnissen, in denen wir leben, gemeinsam zu schauen, die unterschiedlichen Perspektiven zusammenzubringen, ein sehr guter Ansatz ist. Und Sie haben jetzt gesagt, vielleicht ist das, was Sie beschrieben haben, ein reformistischer Ansatz, aber ich glaube, Sie haben auch sehr schön beschrieben, was darüber hinausgeht und was passiert, wenn unterschiedliche Menschen zusammenkommen. Und Sie haben auch etwas gesagt, was ich für ganz zentral und wichtig halte, dass es um etwas geht. Der Ankerpunkt, die Brache, das ist nicht eine abstrakte Diskussion, das ist ein Diskurs, den wir führen, um Kapitalismus, Sozialismus, ich muss an dieser Stelle einfahren. Auch der Sozialismus hat eine Geschichte im Blick auf Naturverhältnisse, die nicht rühmlich ist. Also auch da die große Frage, wie können moderne Gesellschaften eigentlich nachhaltige Naturverhältnisse gestalten? So, da müssen wir, glaube ich, die Kritik des Kapitalismus durchführen, aber eben auch die Alternativen gut prüfen. Aber auch da kommen für mich die Räte und eben in lokalen Verhältnissen zu schauen und miteinander zu sprechen, das kommt für mich dort ins Spiel. Und das gilt auch für die Wissenschaft. Deswegen, das Schöne ist, Sie haben gesagt, wir müssen diese Räte überall einführen und überall sozusagen muss auch die Wissenschaft mit dabei sein und auch schauen, wie sie nicht teilt. Man kann sagen, Wissenschaft war vielleicht in Bezug auf Naturverhältnisse Teil des ursprünglichen Problems. Naturbeherrschung, das hat sozusagen die Wissenschaft mit gestiftet, aber sie ist vielleicht auch Teil der Lösung, indem sie eine Kritik dieser Verhältnisse und Möglichkeiten, das anders zu denken, mit hineinbringt. Aber der Unterschied ist, glaube ich, wir brauchen, glaube ich, Räte, die mehr machen, als nur zu beraten und nur im Diskurs stecken zu bleiben, sondern wirklich diese Ankerpunkte ernst nehmen und die Verhältnisse und die Formen des Zusammenlebens wirklich mit auszugestalten. Also das ist das. Ich komme auch ein bisschen von Hannah Arendt, zu sagen, wie können wir ins Zusammenhandeln kommen? Und ich will vielleicht nicht ganz scharf sofort die Frage der Macht stellen. Dürfen die nur beraten? Dürfen die mitentscheiden? Weil das entscheidet sich, glaube ich, auch ganz, ganz stark an dem Gegenstand, den wir haben. So, worum geht es gerade? Geht es um eine Brache? Geht es um sozusagen zum Beispiel, ich bin gerade beschäftigt beim Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung, das ist sozusagen im Ressort des Bundesumweltministeriums, die Endlagersuche für hochradioaktiven Atommüll, da finde ich es richtig, dass Bürgerinnen das nicht entscheiden. Aber es gibt ein partizipatives Verfahren, wo sie mitbestimmen können, wie sie an diesem Verfahren teilhaben und am Ende über die Dinge in den Regionen mitbestimmen können, der Ausgestaltung des Lagers, aber der Standort selbst wird von der Wissenschaft bestimmt. Also deswegen, ich lerne gerade, und das ist eine steile Lernkurve, dass es immer darum geht, was entscheidet man? Deswegen würde ich das gar nicht so pauschal sagen, dürfen Räte. Sie haben das so oft so ganz hart und pauschal gesagt, sie sollen nicht mitentscheiden. Da würde ich vielleicht auch noch ein Fragezeichen setzen. Und an der Stelle vielleicht das mal, genau. Ich hätte noch einige Punkte, aber die spare ich mir vielleicht für die weitere Diskussion auf. Also ich habe mir jetzt überlegt, dass es vielleicht doch schwierig ist, wenn ich alle erstmal abwarte. Wenn ich darf, antworte ich erstmal auf diese beiden Interventionen, die mir sehr interessant waren und wichtig waren. Fange mal mit dem an. Ja, es ist deswegen für mich so wichtig, dass diese kommunalen Entwicklungsbeiräte nicht entscheiden, weil wir nicht einfach eine, ja nicht durch Wahl entstandene, sondern durch eine Kooptation praktisch entstandene Kommission oder ein Beirat, der danach ausgesucht worden sind, dass die Interessen sehr kontrovers sind, die Gesichtspunkte sehr kontrovers sind und dass sie ein Gewicht haben in dieser Kommune und in dieser Stadt, damit man mit der pluralen Gesellschaft dieser Stadt zu tun hat. Es geht nicht, dass ein solcher Beirat plötzlich statt des Stadtrats entscheidet. Das ist in meiner Sicht ein Problem. Und deswegen habe ich mir ein Ei des Kolumbus ausgedacht. Nämlich, ich glaube, das ist auch ein Unikum dieser Konstruktion, dass die demokratisch Gewählten, also konkret die Fraktionsvorsitzenden oder auch aus der Geschäftsführung der Fraktion, aller Fraktionen, die da sind, und OB-Vertretung mit Verwaltung, und die ist ganz wichtig, weil die einbezogen werden muss in die Diskussion, dass die dabei sind, die ganze Zeit bei der Diskussion, neben den anderen. Und das hat nicht die rechtliche, aber die psychologische Wirkung, wenn wir da zu einer gemeinsamen Empfehlung kommen, dass die Chance, dass das dann umgesetzt wird durch den Stadtrat und durch die Verwaltung, die ja daran beteiligt waren, sehr viel größer ist, als wenn das ein abgesonderter Rat oder was auch immer macht, wo dann die Exekutive sagt, ja ganz interessant, wir diskutieren auch mal darüber, aber dann haben wir nichts mehr damit zu tun. Das ist kein rechtlicher Zwang, es ist die Ausnutzung einer psychologischen Identifizierung. Und ich glaube, das ist diese Quadratur des Zirkels, dass man versucht, eine wirksame Mitbestimmung zu machen, denn die Bürgerinnen und Bürger, die da sehr intensiv gearbeitet haben, müssen nicht mehr frustriert sein, dass daraus wird nichts, sondern das geht in den Stadtrat, das geht in die Planungskommission. Und jetzt ist die Folge, da hat mir der Oberbürgermeister gesagt, er hat jetzt Geld, um weiterzukommen und wird erneut ein Workshop dieses Kommunalen Entwicklungsbeirats, der gar nicht vorgesehen war jetzt bei uns, einberufen, um unter diesem Aspekt jetzt die weiteren Planung mit dem Kommunalen Entwicklungsbeirat zu sein. Also es ist eine psychologische Verbindung, keine rechtliche. Und das ist für mich sozusagen die Quadratur des Zirkels in der repräsentativen Demokratie. Zum Kapitalismus, das habe ich natürlich gerne gesagt, weil ich mindestens 50 Jahre lang sowas betrieben habe und viele Überlegungen war, wie schafft man die negativen Auswirkungen des Kapitalismus, die zahlreich sind, wie überwindet man das? Ich glaube nicht mehr an totale Systemüberwindung und so weiter und alles, sondern ich möchte präzisieren, dass kapitalistische Produktionslogik und auch Marktlogik, auf die ich nicht verzichten möchte, die Marktlogik, denn die ganzen Alternativen der Planwirtschaften sind in meiner Sicht schlechter. Und da sehe ich nun den Gegensatz zwischen Markt und Plan. Aber dass diese Negativ-Effekte der Marktwirtschaft und der kapitalistischen Marktwirtschaft dadurch verändert werden, dass gesellschaftliche Interessen in die Formulierung von Businessplanen und so weiter hineinkommen. Und es ist auch wichtig, dass man empirisch guckt, ob die Logik des Kapitalismus wirklich überall konkret wirkt. Gerade auf der kommunalen Ebene gibt es da natürlich sehr viele Aspekte, die anders sind. Gerade die Unternehmer dort, Unternehmer und Familienunternehmer, aber auch dann die IHK und Handwerkskammer und so weiter, oder Ungewerkschaften, aber vor allen Dingen die Unternehmerseite hat sehr stark beigetragen dazu, dass wir gemeinsame Formulierungen und nicht Substanzlose mit dem BUND gefunden haben. Denn ich glaube, die Chance besteht darin, dass wir zwar auf unsere Prinzipien achten müssen und das nicht irgendwie verlabbern dürfen, aber dass Menschen nicht nur eine Funktionslogik verfolgen. Menschen befolgen verschiedene Logiken und haben auch verschiedene Möglichkeiten und Interessen. Und wenn wir das nicht dazu ausnutzen, dass wir uns verständigen für gemeinsame Ziele, haben wir keine Chance. Das heißt, ich bin immer sehr dafür, Systemlogiken zu untersuchen und zu sehen, und das darf man nicht übersehen, aber wir bestehen nicht nur aus Systemen. Also das ist ja in der Soziologie eine große Frage. Wenn wir nur aus Systemlogik bestünden, können wir uns nur noch erschießen und sonst was machen. Das wollen wir nicht. Und dieser Versuch, Schritt für Schritt die kapitalistische Gewinn, ich sage Gewinn, ich könnte auch Profitlogik, Profit hat natürlich eine andere Konnotation, die Gewinnlogik, die partikulares Interesse über alles andere setzt, dadurch zu verändern, dass das in den Kontext von menschlicher und politischer Entwicklung gesetzt wird. Und zwar wirksam. Das ist auf der Ebene meines Erachtens möglich und wir können es auch auf weitere Ebenen ausdehnen. Und das ist sozusagen im Detail das. Letzter Punkt, was wir alles brauchen für die Transformation und für die Gerechte, ist in meiner Sicht, weil diese Just Transition ist das, was wir schaffen müssen, ist, dass wir an die dezentrale Umsetzung denken. Die großen Kennziffern sind wichtig, die großen Orientierungen, die Konferenzen, Europa, alles ist wichtig. Aber wenn es nicht vor Ort und zwar auch mit der Energie und der Fantasie der Bürgerinnen und Bürger umgesetzt wird, haben wir keine Chance. Also ich glaube daran und daran, dass dann gemeinsam solche Ziele der Transformation jeweils auch ortsangemessen, dass Generalisierungen helfen ja da nicht immer, umgesetzt werden können und wir dadurch nicht im Grand Design, nicht in der großen Transformation, aber in der Transformation, die gemeinsame Prinzipien verfolgt, Ziele verfolgt, aber aus vielem Einzelnen, wo Bürgerinnen nicht verloren gehen, sondern mitmachen, zusammengesetzt vorankommt. Ich wollte darauf hinweisen, auf einen der Schilder, das da hinten steht, da haben vielleicht die meisten von euch gedacht, da wäre ein Rechtschreibfehler, der sich da frech eingeschlichen hat. Revolution kommt aus den Aufständen in Chile und haben den Hintergrund, dass es ein Hybridwort ist, dass das eigentlich sagen soll, dass wir um heute überhaupt Reformen durchzusetzen, man eigentlich eine Revolution bräuchte. Es gibt dort auch ein wahnsinniges Interesse an Räten, deswegen diskutieren wir das auch jetzt gerade. Natürlich sind Räte in sehr unterschiedlicher Gestalt im letzten Jahrhundert aufgetaucht. Ich wollte euch jetzt die Möglichkeit geben, wollt ihr direkt reagieren? Ja, ja, ich habe gesehen, teilweise habt ihr sehr viel aufgeschrieben auf eure Zettel. Ja, dann bitte. Ja, also ich habe nicht bei Gesine Schwan studiert und ich glaube, das ist vielleicht in diesem Kontext auch gar nicht so schlecht. Ich habe, als sie das Konzept vorgestellt haben, habe ich gedacht, das ist aus der Zeit gefallen. Und ich sage Ihnen auch, warum. 1985, das Konzept, nicht die Räte, sondern das Konzept ist aus der Zeit gefallen. 1985 wäre ich noch einverstanden gewesen, vielleicht auch 1995. Ich glaube, dass es auf die dringendsten Probleme unserer Zeit heute keinerlei Antwort gibt. Und zwar, weil es große Teile der Bevölkerung ausschließt. Nur ein paar Beispiele. Sie haben heutzutage jede Menge Leute, die, um ihre Miete zu bezahlen oder überhaupt irgendwie ihre Rechnungen zu bezahlen, zwei bis drei Jobs brauchen. Sie haben Familien, deren Zeitplan so eng getaktet ist, dass die nicht dazu in der Lage wären, denn ich selber bin eine alleinerziehende Mutter, dass ich überhaupt hier sitze, ist das Ergebnis von großen Anstrengungen. Große Teile der Bevölkerung sind nicht dazu in der Lage, an solchen Veranstaltungen teilzunehmen und sich dann, so wie Sie es schön beschrieben haben und so wie ich das als Studentin selber ja auch erlebt habe, irgendwie am Ende noch schön beim Griechen auf den Razzina zusammenzusetzen und über die Verbesserung der Welt zu sprechen. Und das hat natürlich was mit Kapitalismus zu tun. Eine andere Bevölkerungsgruppe, die auch meines Erachtens schwer in dieses doch sehr bürgerlich gedachte Konzept zu integrieren sein wird, ist die große Zahl der Migrantinnen und Migranten, die möglicherweise nicht dazu in der Lage sind, auch rein sprachlich oder aufgrund der Asylbedingungen, in denen sie festgehalten werden, an solchen Veranstaltungen teilzunehmen und sich dort entsprechend einzubringen. Und das dritte Beispiel, da würde ich tatsächlich auch gerne mal jemanden hören von der letzten Generation, wie die solche doch sehr von unten kommenden Deliberationen angesichts der Dringlichkeit der Klimakrise betrachten würden. Also kurz, ich würde tatsächlich jetzt gerne von Ihnen eine Antwort hören. Achso, genau, ein Punkt, den ich noch anbringen wollte. Ist der Digitalfreudalismus, der über die Art von Diskursen in den sozialen Medien, wie sie jetzt stattfinden, im Grunde genommen dabei ist, uns die Grundlage, die wir immer auch von Habermas kommt und so weiter, der zwanglose Zwang des besseren Arguments und so weiter, über eine Polarisierung, die durch Algorithmen und von Kapitalinteressen getrieben ist, dazu führen, dass wir im Grunde genommen uns überhaupt nicht mehr auf diese Art und Weise, wie sie das schildern, in breiten Teilen der Bevölkerung unterhalten können. Und der Diskurs ist ja zum Teil eben in diese sozialen Medien inzwischen abgewandert. Und daher kommt ja auch die Radikalisierung. Also das Konzept, so wie Sie es vorstellen, wirft jede Menge Fragen aus. Also ich bin gespannt auf Ihre Antworten, aber ich denke, das muss dringend erweitert werden. Vielen Dank. Willst du das Mikro weitergeben? Erstmal eine kleine Kritik noch. Also wir sprechen hier über Räte, aber es gibt hier in dem ganzen Programm keinen Kurs, wo die Räte eigentlich mal erklärt werden, was die Räte sind, wie sie entstanden sind. Wir hatten gestern, wie gesagt, eine Veranstaltung, an der Sabine teilgenommen hat, zwar mit Felix Klopotec, der das Buch Rätekommunismus geschrieben hat. Da haben wir ziemlich viel darüber gesprochen. Wir haben seit 100 Jahren Kapitalismus, also die imperialistische Phase. Wir sind jetzt fast im dritten Weltkrieg. Der Kapitalismus hat zwei Weltkriege ausgelöst. Er zerstört Natur, Umwelt, die Menschen werden ausgebeutet weltweit, vor allem außerhalb der G7-Länder. Wir haben ja noch ein paar Privilegien. Deshalb finde ich auch den Bezug nur auf Europa ein bisschen eng bei der Inszenierung hier. Wir brauchen dringend eine andere Gesellschaft. Und diese Kriege und diese Umweltzerstörung und diese Zerstörung von Ressourcen, von Menschen, ihren Fähigkeiten, ist durch die sogenannte Demokratie zustande gekommen. Die Weimarer Republik, wir haben in allen Ländern, in Chile wurde gerade erwähnt, Allende wurde zurückgebombt, einen Versuch einer neuen Gesellschaft aufzubauen. Jeder Versuch, auch der Räte, sowohl in Deutschland, die wurden mithilfe auch der SPD und anderen, wieder zerstört und die haben funktioniert. Auch in der Oktober-Evolution, in der Anfangsphase. Natürlich haben alle Kapitalisten der Welt sich zusammengeschlossen, sie zu zerstören, diese Räte. Da ist in kurzer Zeit sehr, sehr viel entstanden. Entstanden sind sie eigentlich in der Pariser Kommune, weil man da aus praktischen Gründen einfach dazu kommt, manche gemerkt haben, dass diese bürgerliche Demokratie für sie, für die Arbeiter, für die, die die Arbeit machen, nicht funktioniert, sondern nur immer für die Reichen und noch Reichen, nur für die Kapitalbesitzer. Und wurde aber damals von den Erzfeinden, Deutschland und Frankreich waren Erzfeinde, haben sich zusammengeschlossen und diese Pariser Kommune im Blut ertränkt. Also die Räte hatten insofern noch nie die Möglichkeit, sich zu beweisen. Von der kommunalen Demokratie oder Räte, ich habe es in dem Haus, wo ich wohne, ist eine Sprache gewesen, ist verkauft worden an einem Eigentümer und da geht es schon los. Der Eigentümer hat das Recht in diesem Land, im Kapitalismus, zu entscheiden, was, wie viel, wofür, zu welchem Preis usw. produziert wird und wie es verteilt wird. Und das erleben wir tagtäglich und immer zum Nachteil der Lohnabhängigen, Jugendlichen, Rentner usw. Und diese Demokratie funktioniert nicht. Wer ist für Rente mit 67, wer ist für Mehrwertsteuererhöhung und wer ist für den Kriegshaushalt, 85 Milliarden. Gestern waren hier 25 Prozent, die Paritätischen, also die Sozialverbände auf der Straße und haben gegen die Kürzung von 25 Prozent im neuen Haushalt protestiert. Es bleibt uns, oder Stuttgart 21, es bleibt uns immer nur der Weg, zu bitten und zu betteln, das sieht man ja auch in der Umweltbewegung, da passiert nichts. Weil immer an die Politiker zu appellieren, die sagen, das haben wir auf dem Schirm oder im Gesundheitswesen, mehr Personal jahrelang erlebt, wir haben es auf dem Schirm, es passiert nichts, es passiert genau das Gegenteil. Das Gesundheitswesen wird privatisiert, es wird dem Gewinn unterzogen, undemokratisch, die Schwestern, die die Arbeit machen, haben nichts zu sagen. Wieder zurückzukommen auf mein Beispiel, wir haben damals eine Bürgerinitiative gegründet, um gegen die Bebauung mit einem Riesenmonster Büro, Hotel, Komplex zu protestieren. Da war es einfach möglich, dass wir Einfluss nehmen durften. Heute darf man nur noch beraten, also Vorschläge machen, nützliche Vorschläge. Wir sind ausgebotet worden, wir hatten eine Professorin von der Humboldt-Universität als Mieterin, die uns genau gesagt hat, was wir zu machen haben. Wir haben 30 Vorschläge oder Eingaben, keine, wurden alle abgelehnt und wir hatten in der zweiten Phase keine Möglichkeit mehr, Einspruch zu nehmen. Nur noch andere Kapitalbesitzer, also Hausbesitzer oder vom Theater, Berlin Ensemble, die durften noch handeln. Das ist keine Demokratie. Und wie gesagt, Rätedemokratie wäre gewesen, wenn von uns, von unseren anliegenden Häusern jemand gewählt wird, der uns Interessen rüberbringt und der auch uns Rechenschaft bringt, was er erreicht hat, was er nicht erreicht hat. Und wenn es einen größeren Rahmen, dann wählt man auch Leute dahin und diese Leute dürfen nicht mehr verdienen als ein Facharbeiterlohn. Heute ist Abgeordneter zu sein für viele eben eine Karrierebrücke. Also wir haben einen Bundestag, 8.000, 9.000, 10.000 Euro. Nach sechs Jahren im Bundestag kriegt man eine Rente von 1.600 Euro schon mal, so ganz nebenbei. Das verführt natürlich dazu, zu Karrierismus und so weiter. Und mit diesem Räteprinzip auch nicht mehr als ein Facharbeiterlohn, wenn er in irgendwelche Funktionen beginnt. Die lässt schon mal die Karrieristen raus. Also, wie gesagt, dieses, was Räte eigentlich bedeuten und was das für eine Kraft bedeuten könnte, dass die Menschen wirklich mitbestimmen können, was produziert wird, wie viel, ob in den Betrieben, im Wohngebiet, in allen gesellschaftlichen Bereichen. Und es gibt da so eine Pyramide, es geht dann immer weiter. Übrigens zur Planwirtschaft. Wenn die kapitalistischen Konzerne nicht so planen würden, wie sie planen, dann wären sie schon längst am Boden. Die planen bis zur Schraube. Also, es gibt das Problem in dem Kapitalismus, dass die gesamtgesellschaftliche Planung existiert nicht. Und so wird viel, zehnfach, fünfundfach produziert und landet, landet dann, wird wieder verschrottet. Und die gesellschaftliche Potenzial, die Rohstoffe und so weiter und so weiter wird vergeudet und menschliche Arbeitskraft wird vergeudet hochzählen. Ich glaube, Sabine wollte direkt darauf reagieren, wenn das okay für euch ist. Wenn das okay für dich ist, weil du jetzt als nächstes sonst gesprochen hättest. Sabine wollte direkt reagieren, ne? Es gibt ein paar Punkte, auf die ich kurz eingehen möchte. Also unsystematisch, verzeiht. Ich habe jetzt keinen eleganten Vortrag draus machen können. Also erstmal wollte ich ganz kurz was sagen zu der Entgegensetzung von Markt und Plan. Meines Erachtens ist es eine der größten, ich nenne es immer epistemologischen Hindernisse, die man im Denken sich schaffen kann. Es ist tatsächlich eine falsche Entgegensetzung, weil geplant wird immer, überall. Jeder Arbeitsprozess setzt Planung voraus. In der Marktwirtschaft wird ungemein viel geplant. Für mich liegt die Unterscheidung in, für den Verkauf von Waren wird geplant. Es werden Arbeitsprozesse geplant, es wird alles Mögliche geplant, aber eben für den Verkauf von Waren mit dem Zweck, dass man, um jetzt nicht Profitmaximierung zu sagen, Gewinn erzielt. Also das Kapital vermehrt, was man eingesetzt hat. In einer Planwirtschaft, wie wir sie kennen, die ich dann eher real existierenden Sozialismus nennen möchte, weil ich sagen würde, alles ist eigentlich eine Planwirtschaft, wurde zu einem anderen Zweck geplant, den man sich genauer angucken muss. Weil auch da finde ich manchmal dieses Hinwegwischen von, hat man ja gesehen, hat nicht funktioniert. Ich habe manchmal das Gefühl, es ist nicht ausreichend Interesse da, um mal richtig zu erforschen, warum bestimmte Projekte in der Geschichte gescheitert sind. Und bei der sogenannten Planwirtschaft im real existierenden Sozialismus habe ich auch immer das Gefühl gehabt, auch an der Uni, das ist eher so ein Orchideenthema, wenn ich mich nochmal damit auseinandersetzen wollte, wie genau eigentlich da geplant wurde und was das Problem war. Finde ich, kann man jetzt nicht lösen. Und ich will jetzt gar nicht diskutieren, ich will nur nochmal sagen, Markt und Plan ist eigentlich ein bisschen irreführender Gegensatz. Genau. Räte, völlig richtig. Wir hatten gestern dieses Seminar, wo wir uns ein bisschen damit auseinandergesetzt haben, wie ist das historisch entstanden. Und in der Tat war da auch Thema, und da kommt eben Räte und Vergesellschaftung zusammen, dass die Vergesellschaftung und die Sozialisierung, was ich jetzt mal synonym verwende, was historisch mehrheitlich auch synonym verwendet wurde, also die Sozialisierung von Betrieben, von Grund und Boden, von Naturschätzen, war die Kernforderung der ArbeiterInnenbewegung in der Novemberrevolution. Von 1918 fortfolgend war das auf Massenstreiks die Forderung auf den Plakaten. Man wollte damals die Wirtschaft sozialisieren. Es gab unendlich viele Publikationen zu dem Thema. Es war die Tagesforderung, habe ich mal gelesen. Und es ist gescheitert. Es ist zweimal in die Verfassung aufgenommen worden, Sozialisierung einmal in der Weimarer Verfassung, dann später sogar nochmal im Grundgesetz. Das ist übrigens jetzt der berühmte Artikel 15, auf den sich die Kampagne Deutsche Wohnen und Co. bezieht. Die hat sozusagen den Glücksgriff gemacht, dass es überhaupt diesen Artikel noch gibt im Grundgesetz, der seit 1949, als er ins Gesetz reinverhandelt wurde, von der Sozialdemokratie. Unter anderem, um die Verfassung offen zu halten für die spezifische Wirtschaftsform, dass also auch tatsächlich so etwas wie Sozialismus noch möglich wäre, was dieser Artikel ein Fenster öffnen würde. Und obgleich Artikel 15 da reinverhandelt wurde ins Grundgesetz, ist es nie zur Anwendung gekommen. Und nie, also sagen wir mal so, der Diskurs zur Vergesellschaftung ist eingeschlafen, relativ schnell nach dem Zweiten Weltkrieg, in dem Maße, in dem die Ideologie der Privatisierung, Privat ist besser, an Zuwachs gewonnen hat. Also man kann das genau beobachten, dass die Privatisierungsoffensiven, die haben schon viel früher angefangen, schon in den 60er Jahren mit Volkswagen und so weiter, das ist sozusagen dann die herrschende Ideologie geworden, Privat ist besser als Staat. Ich bin jetzt auch kein Fan von Staat. Ich würde ja sagen, jenseits von Staat und Markt, da wäre ich dann übrigens, kommen wir dann auf Elinor Ostrom zu sprechen, die erste Frau, die übrigens den Nobelpreis bekommen hat, die sich genau angeguckt hat, wie auch jenseits von Staat und Markt über möglicherweise auch Räte, das könnte man ja fast so nennen, mit Gemeingütern umgegangen werden muss. Ich habe da auch eine Kritik daran, weil auch Frau Ostrom sich nicht der spezifischen Wirtschaftsform, in der dieses stattfindet, explizit bewusst war. Aber nichtsdestotrotz wollte ich nur sagen, dass man das Scheitern in der Linken, die Untersuchung des Scheiterns, gerne vernachlässigt, weil es viel spannender ist, sich auf temporär erfolgreiche Projekte, wenn dann plötzlich Syriza zum Beispiel groß ist, dann freuen sich alle wahnsinnig, dann ist Syriza weg vom Fenster und niemand kümmert sich mehr, warum eigentlich. Also ich meine jetzt mit wirklich ausführlichen Analysen. Jetzt gibt es bestimmt sowas, wie auch immer. So, dann, ich finde, wenn wir reden über Räte, über Klima, über die ganze Klimakatastrophe und so weiter und so fort, ich möchte es nochmal sagen, wir kommen nicht umhin, egal welches Thema wir uns vornehmen, über, darüber zu reden, wie wir produzieren und wie wir es verteilen. Und wir kommen nicht darüber, wir können nicht einfach die Sphäre der Wirtschaft einfach mal so lassen und dann gucken drum herum, wie wir da irgendwas regeln, über irgendwelche Räte, über irgendwas. Das geht nicht. Und ich weiß, ich habe es immer ein bisschen schwer, weil ich komme mir manchmal vor, weil ich es immer wieder betone, wir müssen über Produktion und Konsumtion und die Art und Weise, wie wir das tun, gemeinsam arbeitsteilig und zwar global sprechen. Weil die Herrschenden, sage ich jetzt mal so platt, tun das auch. Was ist in der Europäischen Verfassung das größte Ziel? Das ist die internationale Wettbewerbsfähigkeit gegen die anderen Global Player, USA, China und so weiter. Europa möchte Global Player sein auf dem Weltmarkt und das ist das Projekt Europa. Und dann dekliniert sich das natürlich nach unten. Dann müssen die entsprechenden Nationen, ich habe es vorhin schon gesagt, und das dekliniert sich runter und dann werden alle, die dann, ich sage jetzt mal so platt, unten sind, gegeneinander ausgespielt. Und das wirkt sich auf alles aus. Und das Problem, und deshalb mache ich jetzt noch den letzten Punkt und dann höre ich auch auf. Eines der Probleme, warum wir so schwer darüber reden können, ist, dass wir konditioniert werden von klein auf, dass Wirtschaft eine Sphäre ist, die mit einem Eigenleben begabt ist. Das lernen wir schon abends, wenn wir die Wetternachrichten hören und dann die Börsennachrichten. Das sind ja auch so Kurven, die offensichtlich naturgegeben sind. Und wir lernen das, indem wir die Zeitung lesen und Medien konsumieren, wo wir die Wirtschaft und die Politik und die Kultur haben. Und über die Wirtschaft reden immer nur Männer. Das sind dann sozusagen die Checker und die Experten, die erklären uns dann anhand von Kurven, wann die nächste Krise kommen wird, warum wir jetzt die Löhne senken müssen, um wettbewerbsfähig zu sein und so weiter. Ich sage euch, das muss aufhören, wir müssen uns die Wirtschaft aneignen als Thema und als Feld und sie nicht irgendwelchen Checkern überlassen. Also. Ihr Lieben, ich habe hier drei Zettel jetzt vollgeschrieben. Ich kriege das in die Zeit nicht rein, weil ich es ganz kompliziert finde. Ich gehe gerne von den Meta-Ebenen aus. Viele mögen das nicht. Ich möchte es aber trotzdem einmal versuchen und möchte damit anfangen zu subsumieren. Demokratie ist ein Prozess, ein komplizierter Prozess. Und wir sind alle angehalten, uns zu beteiligen. Wenn wir das nicht tun, kann es keine demokratischen Entscheidungen geben. Anerkennungs- und Zugehörigkeitsprozesse gehören dazu. Wenn ich keine Anerkennung oder Zugehörigkeit spüre, habe ich auch keine Lust, mich an einem demokratischen Prozess zu beteiligen. Ich bin Gastarbeiterkind. Ich komme aus ganz armen Verhältnissen. Meine Mutter durfte nur drei Jahre zur Schule gehen. Als ich hier in Deutschland geboren wurde, musste ich ins Kinderheim gehen, weil das Jugendamt nicht verstanden hat, dass meine Mutter arbeiten gehen musste und mich bei der Nachbarin abgegeben hat, damit sie jemanden hat, der auf mich aufpasst. Weil meine Mutter war alleinerziehend. Ich bin auch alleinerziehend. Ich weiß, wie es ist, in diesem Land als Migrantin, Gastarbeiterkind und Mensch zweiter oder letzter Klasse zu gelten. Ich habe mich hochgearbeitet. Ich habe eine Ausbildung gemacht. Ich habe studiert. Ich habe internationale Projekte später vorangetrieben. Letzte Woche rief mich das Ministerium an und fragte, ob mein Projekt noch Unterstützung braucht. Da habe ich das erste Mal gespürt, was Demokratie wirklich bedeutet. Ich durfte auch 40 Jahre lang nicht wählen gehen, weil ich das Geld nicht hatte, um deutsche Papiere zu beantragen. Ich komme aus dem ehemaligen Jugoslawien und da gibt es so etwas wie die tolle Arbeiter-Selbstverwaltung. Das ist etwas, was ich mit anregen wollen würde, nur nebenbei gesagt. Das ist eine ganz tolle Sache. Das heißt, ich durfte ganz lange überhaupt gar nicht wählen. Ich bin überhaupt nicht gefragt worden. Und dann habe ich immer gedacht, Politik und Emotion, das passt nicht zusammen. Und habe dann festgestellt, das ist unsere ganze Lebenswelt. Das formt alles, was wir sind und was wir sein können. In Bezug zum Kapital oder Kapitalismus und dieser Diskussion möchte ich gerne sagen, wir leben in Zeiten, in denen synthetische CDOs, das heißt Versicherungen von Versicherungen und Versicherungen von Produkten, die versichert sind, verkauft werden. Das führt dazu, dass wir eine Finanzwirtschaft haben, die nicht mehr auf einer Realwirtschaft fußt. Früher war es einmal so, dass die einzelnen Nationen Goldwerte hatten. Darauf hat sich dann sozusagen der Geldwert der einzelnen Nationen getrumpft. Was haben wir heute? Heute haben wir ein Neo-Kapitalismus-Geld, was nicht mehr den Namen wert ist, den es eigentlich mal als Tauschprodukt hatte. Und es wird immer schwieriger und komplizierter, weil wir leben in Zeiten multibler Krisen. Und die Idee mit den Räten ist toll. Ich finde es wichtig, liebe Gesine, dass wir auf kommunaler Ebene arbeiten. Das ist wichtig. Doch wie soll das gehen? Vorrednerinnen haben schon darauf hingewiesen. Es sind große Denker genannt worden. Ich will Wittgenstein noch mal ganz kurz mit erwähnen. Der sagte, dass wir unsere Realität über Sprache bilden. Wenn wir dann aber einen radikalisierten Konservatismus haben, wie Natascha Ströbel ihn bezeichnet, und ein Politiker dann solche Begriffe prägt wie Sozialtourismus, oder dass wir jetzt in einigen Stadtteilen nicht eine größere Migrationsquote wie von 20% oder so haben dürfen, dann frage ich mich, wo sind wir denn gelandet? Die Mitte-Studie verweist darauf, dass die neoliberale Überhöhung unseres kapitalistischen Systems und die Sozialisation auf Konkurrenzdenken uns viel Negatives gebracht hat. Ich kann das nur bestätigen. Ich habe immer bedauert, dass es Nationalgeschichte ist, die geschrieben wird, und nicht Menschheitsgeschichte. Würden wir uns mehr auf Wissenschaftsgeschichte beziehen, würden wir Kooperation an den ersten Rang stellen und das Primat geben und nicht die Konkurrenz. Niklas Luhmann sagte mit seiner Systemtheorie, dass es Systemteile gibt, die nicht miteinander kommunizieren können. Dass es überhaupt gar keine Möglichkeit gibt, miteinander zu kommunizieren. Das Basismodell von Kommunikation meint aber eigentlich, dass es von einem Sender zu einem Empfänger geht, über einen gemeinsamen Erfahrungshorizont. Und wenn wir diesen Erfahrungshorizont nicht gemeinsam bilden können, dann wissen wir nicht, worüber wir uns unterhalten können. Dann reden wir über Kapital und jeder hat etwas anderes im Kopf. Oder wir reden über Demokratie und jeder denkt etwas anderes, was Demokratie ist. Selbst Zizek betonte letztens, dass eine Gemeinwohlökonomie wichtig ist. Doch was kann das sein? Das Grundgesetz Artikel 20 beschreibt unsere Demokratie als Sozialdemokratie. In unserem Grundgesetz gibt es eine Ewigkeitsklausel. Das ist ein antifaschistischer Duktus. Denn diese Demokratie ist aufgebaut auf einem faschistoiden System. Das Besondere an unserer Demokratie könnte uns aber auch retten. Wenn wir lernen, uns von Mensch zu Mensch zu begegnen, Anerkennungs- und Zugehörigkeitsprozesse besser zu fördern, Systemrelevanzen, die Verkäuferin, den Postboten und allen etwas mehr Respekt entgegenbringen, dann, glaube ich, hat auch so ein Konstrukt wie Räte eine Chance. Aber dann müssen wir lernen, dass wir alle Menschen sind, jeder von uns Emotionen hat und nicht jeder die gleichen Sprachkompetenzen besitzt, um das zum Ausdruck zu bringen. Wenn wir diese Grenzen überwinden, dann schaffen wir auch Räte, dann schaffen wir alles. Doch als erstes müssen wir schaffen, die neuen Faschisten aus dem Weg zu räumen. Wir müssen es schaffen, diesen Rechtsruck unserer Gesellschaft in den Griff zu kriegen. Denn sie diskreditieren unser ganzes System. Sie missbrauchen unser demokratisches System. mit demokratischen Mitteln. Sie zerstören alles. Und solange es die gibt, können wir nicht weitermachen. Nicht so wie bisher. Ich danke euch. Ja, vielen Dank. Ich glaube, das ist auch ein sehr wichtiger Teil des Konzepts, den wir immer wieder gehört haben, dass die Demokratie ausgehöhlt wird von dem sogenannten Rechtspopulismus. Und ich glaube, das ist auch so verstandsam, dass deswegen es umso nötiger ist, eine Demokratisierung der Demokratie. Vielleicht geben wir Ihnen jetzt noch die Gelegenheit, nochmal auf die verschiedenen Beiträge hier zu antworten. Ich kann natürlich nicht auf die sehr vielen Aspekte eingehen. Was ich gemeinsam herausgehört habe, war, dass die Situation, die politische und die ökonomische und die soziale, bei uns, aber auch sonst auf der Welt, so weitgehend problematisch und eigentlich destruktiv ist, dass so ein kommunaler Entwicklungsbeirat da nicht viel machen kann. Richtig. Ich hatte nicht daran gedacht, mit dem kommunalen Entwicklungsbeirat die Welt zu retten. Was mir aber immer wichtig war und vieles, muss ich gestehen, hat mich an 68 erinnert, was ich heute eben gehört habe, war, nicht nur zu beklagen, was alles falsch ist, sondern Wege zu finden, etwas zu ändern. Das war immer für mich ganz entscheidend. Und zwar auch so, dass ich alle sozusagen Missstände, die miteinander zusammenhängen und ein nach dem anderen kann man dann ans Licht der Welt bringen, dass diese Missstände mich nicht so erdrosseln, dass ich dann eigentlich lieber schwimmen gehe oder irgend sowas, weil es sowieso keinen Sinn hat, etwas zu machen. Ich habe Ihre Äußerungen nicht immer akustisch verstanden, aber ich hatte den Eindruck, dass Sie gesagt haben in verschiedenen Feldern, dass viele Missstände durch die Demokratie zustande gekommen seien oder in demokratischen Prozessen zustande gekommen seien und das will ich gar nicht bestreiten, in demokratischen Prozessen, weil die Prozesse machen noch nicht die normative Qualität des Ergebnisses aus. Das ist ganz klar. Ich will auch nicht auf die... Wir haben hier jetzt kein Rezept für Wohnungspolitik. Ich habe aber ein Rezept, wie man sich gemeinwohlorientiert über Wohnungspolitik in einer Stadt, in einer Kommune so verständigen kann, dass man etwas bessern kann. Dieses Rezept behaupte ich, habe ich. Selbst wenn die Konzerne, die das machen, natürlich weit über die Grenzen einer Kommune hinausgehen. Und ich glaube, es geht nicht anders, als dadurch, dass wir versuchen, durch eine bessere Governance, durch einen besseren Verständigungsprozess, durch klare Regeln weiterzukommen. Es hilft ja nicht, dass ich mich nur über die Welt beschwere. Das habe ich einfach nie als zureichend empfunden. Jetzt zur Zweiten. Ich habe da auch sehr viele biografisch begründete Missstände in dieser Welt gesehen. Das ist richtig. Auf einige von denen, das kann mich dann gleich mit der Nachbarin verbinden, möchte ich doch dann auch die kommunalen Entwicklungsbeiräte anwenden. Also, es ist sehr schwer, sich zu verständigen, aber mit Wittgenstein wird man natürlich auch nicht gerade in Massenveranstaltungen zur Rande kommen. Wenn wir uns verständigen wollen, dann sehen wir, dass in unserer und anderen Gesellschaften aus verschiedenen sozialen Gründen mindestens 20 Prozent das überhaupt nicht mehr wollen und wahrscheinlich weitere 15 Prozent gar nicht dazu kommen. Alleinerziehende Mütter, keine Zeit und sonst was alles. Ob ich deswegen aus der Zeit gefallen bin, wenn ich solche Vorschläge mache, das wage ich noch mal zu bezweifeln. Denn das Problem besteht natürlich für jede Form von politischem Engagement, was Sie benannt haben. Und das ist mir auch präsent, das ist klar. Und auch mit so einem kommunalen Entwicklungsbeirat ist es nicht so, dass wir die erreichen, jetzt die sich abgekehrt haben oder die aus vielen Gründen nicht können, weil sozialer Unterschiede und alles fehlt. Aber wir können einen Teil der unterschiedlichen Interessen erreichen und wir können dadurch gemeinwohlorientierte Lösungen verbessern. Das, glaube ich, kann ich zeigen. Und das Nächste ist dann die Rückkopplung all dieser Vertreter von Aspekten in ihre sozusagen Ursprungsgemeinde und die Kommunikation über alle möglichen Medien, das gehört zu dem Konzept hinzu, in so breite Teile wie möglich. Und es geht nicht, dass man das zentral steuert, sondern dass man sie persönlich erreicht. Man wird viele, die sich abgewendet haben, nicht durch irgendeine Regelung erreichen. Man wird sie dadurch erreichen, dass man auf längere Sicht eine Perspektive verbindet, einmal das persönliche Leben führen zu können und zwar auch so, dass es sinnvoll ist und dann aber auch, sich politisch zu engagieren. Das kann nicht alles durch einen kommunalen Entwicklungsbeirat geleistet werden. Das ist ganz klar. Aber ich behaupte, ich habe immerhin Ansätze dafür. Und ich fühle mich deswegen, ehrlich gesagt, so alt wie ich bin, nicht aus der Zeit gefallen, das sage ich ganz offensiv, sondern als ein Versuch, da weiterzukommen. Markt und Plan, ganz kurz. Natürlich, ich habe ja mal gesagt, mein Thema war Theorien des Sozialismus. Das ist alles klar, in der kapitalistischen Marktwirtschaft wird geplant, noch und nöcher, das ist ja alles klar. Aber die Frage war für mich, welches ist das entscheidende ordnungspolitische Erfolgskriterium? Und das ist in einer zentralen Marktwirtschaft ein anderes als, in einer zentralen Planwirtschaft ein anderes als in einer Marktwirtschaft. Dass die durch alle möglichen Kartelle und Übermächtigungen total torpediert ist, bin ich sofort der selben Meinung. Das ist mir alles klar. Und trotzdem frage ich mich, wo ist der Anknüpfungspunkt, wenn wir nicht den gesamten Regelungsmechanismus von heute auf morgen ändern können, was uns übrigens nicht gut täte, glaube ich, das würden wir uns nicht gut wiederfinden. Deswegen, weil wirklich diese Diskussion, auch zum Beispiel am Beispiel des Prager Frühlings, die sozialistische Marble, Kalibor da, alle die, die haben das ja sehr genau, oder schick, haben das ja sehr genau diskutiert und sie haben gelitten unter einer zentralen Planwirtschaft, die dysfunktional war und die sie aber sozialistisch verändern wollen, übrigens in ziemlicher Ähnlichkeit zum Grundgesetz. Also das sind Diskussionen, die sind mir bewusst, aber die kann man auch nicht in einem Zug einfach ändern. Elinor Ostrom liebe ich, nicht nur, weil sie als Frau immerhin den Nobelpreis bekommen hat, sondern weil sie auch den dezentralen Ansatz hat über die Almende und weil sie versucht, Partizipation mit effektiver, ökonomischer, aber auch umweltbedachter Wirtschaft, also nicht ökonomischer, effektiver Ökonomie auch umweltbedachter zu verbinden und das ist empirisch sehr genau bei ihr belegt und sie ist da Vorbild in meiner Sicht. Das steht aber in meiner Sicht, es ist ein Ansatz, den ich sehr positiv finde, aber der durchaus konform ist zu dem, was ich vorgeschlagen habe. Jetzt noch schnell die komplizierte Gesellschaft. Eben, die Gesellschaft ist sehr kompliziert und wenn wir die gleiche Würde aller Menschen ernst nehmen und dazu auch die politische Teilhabe gehört, dann müssen wir versuchen, Strategien zu finden, dass immer mehr graduell Menschen in die Möglichkeit politischer Teilhabe kommen. Wir leben im Moment in einer Zeit, anders als, sagen wir, ich es empfunden habe in den 70er Jahren, die ganz pessimistisch ist in dieser Hinsicht. Wir haben damals gedacht, ja, das lässt sich ausweiten und wir werden noch mehr Demokratie. Im Moment ist es ja kein aufsteigender Ast, aber ich sage ganz ehrlich, die Erfahrung zu erleben in mehreren Städten jetzt schon, die von Misstrauen zersetzt waren in der Gesellschaft, durch ein starkes Engagement und ein sachlich, auf Sach bezogen, nicht auf Diskurse, sondern auf die Lösung von Problemen. In Niski, Oberlausitz, nicht weit von Görlitz, eine Bahntrasse soll dort oder so ein Versuchsgelände gemacht werden, viele Gegner, haben wir ausgeweitet und gefragt, wie könnte denn die Wirtschaft in diesem Niski verbessert werden, mit den Unternehmern zusammen, das kann man nicht ohne die Unternehmer da machen und es ist nicht viel wert zu sagen, ja, ihr habt da ja nur die Unternehmer, mit denen können wir es auch nicht machen und dann bleibt da, wo ihr seid. Das ist nicht sehr wirksam. Also, da festzustellen, dass einer aus der Initiative, die gegen diese Bahntrasse war, gesagt hat, das ist alles Quatsch und diese blöden Sachen mit den Moderationen und so weiter und sich am Ende des Prozesses bedankt hat dafür, dass unerwartet substanziell beraten wurde, Vertrauen geschaffen wurde und er hat es mit unterschrieben. Er hat gesagt, ich kann nicht für meine Gruppe unterscheiden, die waren nicht da, aber er hat es unterschrieben. Das ist das, Hannah Arendt ist natürlich für viele Leib- und Magen-Autorin, für mich auch und sowas beschreibt sie ja, solche Entstehung von Vertrauen, wenn man miteinander spricht und so weiter. Also das ist klein angefangen, aber das kann vielleicht auch positiv endemisch werden, das wäre ja auch ganz schön. Letzter Punkt, sich zugehörig fühlen ist so wichtig, aber nicht dadurch, dass man gemeinsam gegen andere keift, sondern dass man gemeinsam etwas Konstruktives macht. In Toleranz, Toleranz ist vielleicht nicht das richtige Wort, in Verständnis dessen, was andere sagen, auch in Widerspruch zu dem, was andere sagen und in dem Bemühen, Begründungen der Gemeinsamkeit zu finden oder Gemeinsamkeit in den Begründungen zu finden, in den Bezugsstellen und dann weiterzukommen. Das ist der Versuch dieser kommunalen Entwicklungsbeiräte. Jetzt bin ich 80. Ich habe mit 19 angefangen zu studieren und das ging ziemlich schnell zur Sache mit solchen Sachen. Und da ist meine Folgerung alles, was eine ehrliche, auch argumentativ harte Verständigung befördert, halte ich für gut. Und da glaube ich auch nicht, dass dadurch der Kapitalismus siegt, sondern dass man damit auch den Kapitalismus in seiner Systemlogik erheblich umgestalten kann, weil ja alle gesehen haben, auch da, dass sie untergehen. Wenn so ein Orkan kommt, sind sie ja alle hinüber. Also das ist ja etwas, was uns plastisch vor Augen steht. Und darauf baue ich, aber ich gebe zu, ich bin von früh auf letztlich immer darauf aus, dass etwas gelingt. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Frau Schwan. Ich wollte nur hinzufügen, wir sind natürlich deswegen auch da am Debattieren über die Räte, weil das eine sehr aktuelle Forderung ist. Insofern hätte ich das gar nicht für aus der Zeit gefallen oder für ein 80er, 90er Jahre Projekt, sondern es ist eigentlich eine auch sehr radikale Forderung, über die wir gleich auch in der nächsten Runde dann nochmal sprechen werden, wie das in sich in verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen äußert. Und Maike, ich habe dich jetzt sehr interessiert, sehr konzentriert auch nochmal zu hören gesehen und ich glaube, ich muss dir gar keine Vorlage geben für eine Reaktion darauf. Wenn ich ein bisschen was sage, vielleicht ein bisschen nur, es war mehrfach die Verfassung erwähnt. Sabine, du hast gesagt, dass in der Weimarer Verfassung ist der Rätegedanke eingegangen. Er ist auch dann ins Grundgesetz eingewandert nach dem Zweiten Weltkrieg. Du hast das mal so gestern beschrieben, hat da ein Dornröschenschlaf geschlafen und ist jetzt eigentlich durch deutsche Wohnen und Co. in der eigenen Wach geküsst worden. Es gibt natürlich auch eine Geschichte der Räte, die mit dem Schreiben von Verfassungen zu tun hat. Darüber kann man in deinem Buch auch viel lesen, bei Hannah Arendt zum Beispiel auch. Es gibt natürlich eine Art und Weise, sich selbst die Regeln zu geben, die dann viel grundlegender Sachen besprechen, als wenn wir jetzt Beispiel Kröten oder sowas Konkretes, Kommunales besprechen. Du hast gesagt, du möchtest nochmal über das, wie man ins Zusammenhandeln kommt. Sprechend, vielleicht willst du dazu jetzt auch nochmal was sagen. Ja, es ist so ein bisschen, als könntest du Gedanken lesen, weil ich habe so ein bisschen überlegt, wo stehen wir eigentlich nach dieser ersten Runde jetzt und was ist das Gemeinsame? Man hätte angekommen können, wir haben viel kontrovers diskutiert, es gab viel Kritik. Man könnte sagen, wir haben jetzt noch gar nicht so richtig etabliert, wozu sind die Räte da und welche Formen könnten sie haben, aber es gibt doch irgendwie einen roten Faden und das ist genau die Frage des gemeinsamen Handelns. Wie können wir gemeinsame Erfahrungs- und Handlungsräume schaffen und ich glaube, dass wir das dringend tun müssen. Also darüber reden, über die ganzen Konflikte, Probleme in dieser Welt, die wir haben, das tun wir die ganze Zeit und man kann darüber ja auch weg werden, aber die Frage ist, wie kommen wir zusammen in das Handeln rein? So wie und sind nicht die Räte und das meinetwegen auch auf lokaler Ebene zu tun einfach und die positiven Erfahrungen, die sie beschreiben, die Kraft, die das entwickelt, die ja vielleicht auch so eine Art revolutionären Kern hat. Was passiert, wenn Leute zusammenkommen, unterschiedlich, aber sich auf dasselbe Problem richten und das ist auch Hannah Arendt, die nicht sagt, irgendwie muss man zusammenkommen, zusammen handeln, sondern sich um Dinge kümmern, um die Welt kümmern und dann passiert etwas, was man nicht vorhersehen kann und das entfaltet eine Kraft. Aber es reicht nicht einfach, nur darüber zu sprechen und ich glaube, das ist auch vielleicht ein Missverständnis bei den Räten und das ist eher so eine Frage, die ich mitnehme, wie kommen wir in dieses Handeln? Geht es in den Räten nur darum, miteinander zu reden oder auch mehr zu tun sozusagen, nämlich etwas in der Welt zu bewegen, sich um eine Sache gemeinsam zu kümmern, zu einem Punkt zu kommen und vielleicht auch über den eigenen Schatten zu springen und das ist so wahnsinnig wertvoll und ich habe mich total gefreut über die Beiträge, diese spontan, überhaupt über die Spontanität dieses Abends hier, daraus entsteht etwas, aber was ich mitnehme, ist die Frage und die gebe ich an die nächsten Runden jetzt an dieser Stelle, wie können wir das schaffen, ins gemeinsame Handeln zu kommen? Ja, vielen Dank. Noch sind unsere Beschwerdechor am Komponieren, wir haben noch die Möglichkeit, kurz zu reagieren, ich möchte euch nicht die Chance nehmen, darauf zu reagieren, ja, aber bitte kurz. Ihr habt jetzt, ich habe euch nicht unterbrochen, wir haben zum Teil sehr lange Redebeiträge gehabt, ich glaube, die Geduld für lange Redebeiträge ist begrenzt. Okay, ins Handeln kommen, wir machen, ich bin Projektleitung der Stärkenberatung im Bundesprogramm Zusammenhalt, ich teilhabe bei den Naturfreunden und wir bilden Stärkenberaterinnen aus nach einem systemischen Ansatz. Da lernen Menschen, ins Handeln zu kommen. Das heißt, sie lernen, über einen neutralen Standpunkt in Gespräche zu gehen mit anderen Menschen und nicht das Problem zu schauen, sondern nach Lösungswegen zu schauen, direkt von Anfang an. Und das ist eine gute Methode, habe ich festgestellt. Und dann gibt es unterschiedlichste Methoden, wie zum Beispiel die Wunderfrage oder die Wunderfrage. Die Wunderfrage ist, welches Wunder müsste passieren, damit dein Problem gelöst wird. Oder die Umkehrung, was könnte schlimmstenfalls passieren, damit alles schiefläuft. Erzähl mal. Und darüber hinaus Anregungen zu schaffen und dann direkt in die Planung zu gehen. Wie können wir das machen? Wer muss da sein? Wo können wir das machen? Und wann können wir was umsetzen? So zum Beispiel. Ja, vielen Dank. Das war die Rede von Gemeinwohl, gesellschaftliches Handeln. Aber man kann auch nur über das bestimmen oder handeln, was einem gehört. Ich habe gestern gerade im Mietermagazin gelesen, Vonovia wollte 60.000 Wohnungen bauen, haben sie jetzt zurückgepfiffen, weil sich das nicht rechnet. Warum? Weil es denen gehört. Wir haben keinen Einfluss. Ob das Krankenhäuser oder Preisentwicklung oder alle gesellschaftlichen Bereiche sind fast schon in Privathand. Und da ist der Knackpunkt. Man kann nur über das bestimmen, was einem selber gehört. Und wenn diese ganzen Dinge nicht uns gehören, dann sind wir Außenstehende. Wir sind nur Bittsteller oder irgendwelche Tricks. Vielleicht kann man manchmal was erreichen beziehungsweise durch bestimmte Arbeitskämpfe oder überhaupt Bewegungen. Also da fängt schon mal die Frage des Gemeinwohls oder des Mitaktivseins fällt heraus. Also wenn man Vonovia zum Beispiel enteignet oder deutsche Wohnen enteignet, dann würde die Sache schon anders aussehen. Zur DDR, also zum Ostblock. Die ist nicht an der zentralen Planwirtschaft kaputt gegangen, sondern an der fehlenden Demokratie, an der Rätedemokratie. Sie gab es da nicht. Obwohl die sie sozialistisch nannten, war ja sowieso in vielen Sachen eine Farce. Aber da, das war das Grundübel. Es hieß zwar ständig Plane mit Regieren mit, aber in der Praxis waren da eben Funktionäre, die eben nicht abbildbar sind. Was ich vorhin sagte, das ist Voraussetzung für Räte. Die hatten Privilegien und so weiter und sie waren nicht rechenschaftspflichtig. Und das fehlte. Da sind sie kaputt gegangen. Deine, die Lanze, die du nochmal für die Räte brichst und sagst, dass sie natürlich noch nie eigentlich wirklich eine Chance hatten. Das würde ich auch noch gerne nochmal aufgreifen. Ich weiß, Sabine, du sitzt hier und würdest auch gerne darauf reagieren. Ich wollte dir nur recht geben, historisch die Rätebewegung, weil wir auch zu Beginn gleich die Novemberrevolution genannt haben. Da kommt das wirklich zusammen. Die Eigentumsfrage und die Rätebewegung, dass nach 1918 die großen Massendemos hier in Berlin, die Räte, das war die zentrale Forderung nach der Sozialisierung. Insofern Räte und die Frage nach Eigentum hängt engstens miteinander zusammen. Ich wollte dir, Sabine, jetzt nochmal die Chance geben. Du hast so viel dazu gearbeitet. Du willst bestimmt nochmal, wir haben noch drei Minuten. Also, ich wollte eigentlich was anderes sagen, aber ich kann auch das sagen. Dann sag das, was du sagen möchtest. Ich wollte eigentlich sagen, dass der Fokus beim Eigentum ja tatsächlich oftmals darauf gesetzt wird, wer ist Person oder Körperschaft oder Akteur, der oder die da verfügt. Meines Erachtens ist es aber eigentlich fast wichtiger, wie wird verfügt. Und nicht so sehr wer, sondern wie. Und das geht mir oftmals immer ein bisschen unter. Und wenn ich mir jetzt die Diskussion auf dem ersten Arbeiter- und Soldatenräte-Kongress damals angucke, als Sozialisierung tatsächlich eins der Hot Topics war, also wo die Hilferdingen hat einen Vortrag gehalten über Sozialisierung, da wurde wild durcheinander diskutiert, ja, wir müssen die Kohlebergwerke sozialisieren und als nächstes kommen dann die, kommt Salz und Kali, aber auch die Schuhindustrie müssen wir vergesellschaften, aber nicht die Luxusschuhe. Da haben die Leute nämlich relativ ganz gut bezahlt bekommen, das wollte man dann nicht gleich sozialisieren. Und es war aber auch in der Diskussion spürbar, dass man davon ausgegangen ist, aber wenn wir sozialisieren, was machen wir dann mit dem kapitalistischen Ausland, mit dem wir ja in Konkurrenz irgendwie stehen. Und können wir uns dann die Löhne erhöhen? Nee, die müssen wir dann senken. Und es war sozusagen noch nicht also das große Ganze mitgedacht. Es war sozusagen noch vieles von dem, was man dann sehr viel später nochmal sich genauer angeguckt hat, welche Rolle spielt Konkurrenz und so weiter und so fort, war nicht richtig noch mitgedacht, was auch der Zeit geschuldet ist und so weiter. Aber dieses Problem, dass wir zum Beispiel in Betrieben sind und Leute haben, Arbeiterinnen, Arbeiterschaft, Angestellte, egal, Lohnabhängige, die arbeiten, wenn die die Verfügungsgewalt bekommen würden, Ceteris Paribus und alles bleibt, wie es ist, über die Produktionsmittel. Es gibt so etwas wie nach wie vor ein Betriebsegoismus, auch von der Arbeiterschaft, die natürlich auch gucken muss, wenn sie in Konkurrenz zu anderen steht, dass sie da besser abschneidet. Das ist sehr widersprüchlich. Das kann Hans vielleicht nachher nochmal sehr viel besser erzählen als ich, aber dieser Betriebsegoismus, dass die Leute sich auch auseinanderspielen lassen in der Standortdiskussion. Wenn bei euch irgendwie die Löhne, die Steuern oder was weiß ich, alles Mögliche so hoch ist, dann gehen wir woanders hin. Und das trifft auch die Leute, die da arbeiten, logischerweise, die haben Interesse an ihrem Arbeitsplatz, ist doch klar, natürlich möchte ich auch meinen Arbeitsplatz, ich muss meine Familie ernähren. Woher soll denn mein Interesse kommen, dafür einzutreten, dass ich anders und nicht mehr in Konkurrenz über die Produktionsmittel verfüge. Deshalb ist mein Punkt, das Wie ist ganz wichtig und das Wie darf nicht auf den einzelnen Betrieb konzentriert sein, sondern muss tatsächlich eine gesamtgesellschaftliche Perspektive kriegen. Das wäre meines Erachtens ein bisschen Aufgabe der Gewerkschaften, die mit zu diskutieren. Passiert bestimmt auch. Und der zweite Punkt, den ich immer mit etwas Positivem auch, weil wir hier immer nur Kritik üben, wobei ich das ja immer ganz wichtig finde, man kann viele positive Beispiele finden, Graswurzelbewegung, Kooperativen und so weiter. Das klingt immer so klein und nischig, aber ich finde genau auch an solchen Geschichten jetzt wie K, E, B, man kann daran lernen, man darf nicht schon glauben, dass man die fertige Lösung findet, sondern dann wird man eh nur enttäuscht, das ist schon mal deshalb schlecht, man muss immer die Fallhöhe niedrig halten. Aber man kann das als Lernort begreifen, indem wir Erfahrungen sammeln. Genau, wie können wir denn gemeinsam bei existierenden massiven Interessensgegensätzen diese Interessensgegensätze dechiffrieren und möglicherweise gemeinsam auflösen. So, das ist das eine. Und als Beispiel, es gibt in Florenz einen Autozuliefererbetrieb, da nicken jetzt schon einige, habt ihr schon gehört, der Achsenwellen hergestellt hat für große Autokonzerne, der sollte verkauft werden. Die Arbeiter und Arbeiterinnen haben den Betrieb besetzt und haben beschlossen, sie bleiben da jetzt drin, sie lassen sich nicht einfach, die haben alle eine Kündigung bekommen, es sind 500 Leute und was ist dann passiert? Sie haben beschlossen, dass sie weiter produzieren, aber Solarzellen und Lastenräder und Solarzellen ohne seltene Erden. Sie werden unterstützt von Wissenschaftlerinnen aus der Wissenschafts-Community, sie haben große Unterstützung in der Bevölkerung, es existiert mittlerweile ein richtiger kleiner Kosmos, die werden bei Demos unterstützt und so weiter. Das ist noch nicht die Lösung, weil sobald die tatsächlich marktfähig werden müssen, bleibt ihnen ja nichts anderes übrig. Sind sie auf extreme Subventionen angewiesen, dass sie das schaffen oder sie müssen sich selbst die Löhne kürzen, damit sie mit konkurrieren können? Ihr seht schon, wir landen immer wieder beim gleichen Problem. Insofern ist es noch nicht die fertige Lösung, aber es zeigt, wie viel Einfluss man hat, wenn man die Verfügungsgewalt hat und im Bewusstsein dafür, dass die dann anders passieren muss. für euch beschweren. Der Beschwerdechor ist gekommen, das heißt, unsere Zeit ist ab. Ich darf mich sehr herzlich bei euch bedanken. Maike, Weißflug, Gesine Schwan, Sabine Nuss und ihr Entschuldigung. Ich fand's toll. Ich sollte euch auch noch sagen, jetzt gäbe es eine Gelegenheit, vielleicht auf die Toilette zu gehen, falls ihr das braucht. Sometimes the bladder is not your friend. So, if you need to go, go now. Wir sind sehr fleißig bei der Arbeit. Moment mal, ich muss das hier ein bisschen höher stellen. Und zwar, ja, wir haben schon alle Beschwerden durchgelesen, die wir bekommen haben und haben die einigermaßen gut zusammengestellt zum Lied. Ja, wir spielen so ein bisschen Musik jetzt im Hintergrund zehn Minuten lang vor dem nächsten Gespräch und ich wollte euch einfach ein paar Beschwerden vorlesen, damit ihr dann auch so ein bisschen Stimmung bekommt, was dann noch auf euch zukommen wird zum Schluss. Da waren ja einige Statements dabei, einige Aussagen. Mein Nachbar ist eine Beschwerde gewesen. Krieg, Gewalt gegen Frauen, Autos, Plastik, Zucker. Oder zum Beispiel, schmeißt die traditionelle Familie, liebe Sex, Modelle endlich auf den Haufen. Ich hoffe, ich habe das richtig gelesen. Das war natürlich eine sehr große Aufgabe für mich, auch verschiedene Handschriften lesen zu müssen in so eine kurze Zeit. Jeden Tag sterben Menschen im Mittelmeer. Wann hört das Sterbelassen endlich auf? Korruption versaut alles. Das ist auch eigentlich ein Statement, kann man zustimmen oder nicht, je nachdem. wann wird der Volksentscheid von Deutschen Wohnen und Co. umgesetzt. Viele arme und oder angebildete Menschen sind apolitisch entfremdet von Politik, wissen gar nicht, dass sie partizipieren können. Tax the rich, make Amazon pay, globaler Streiktag am Black Friday. Ich weiß nicht, ob die Person, die das geschrieben hat, gleich wusste, dass die auch Dichter können auch haben. Ich frage mich, ob du das warst. Ja genau, ich lese ja schon. Also das war sehr schön, vielen Dank, da hast du mir ganz viel Arbeit entnommen beim Schreiben. Meine Frau, boah, das ist ja wirklich, da kamen die Tränen in mein Herz. Meine Frau ärgert mich ständig bei Dingern, die mir Spaß machen. Kannst du das zustimmen? Das stimmt doch gar nicht, dass die Frauen anderen ärgern. Der Stift schreibt nicht, wobei, eigentlich hat er doch geschrieben. Ich konnte das lesen. Habe Angst, keine Zimmer in Berlin zu finden. Auch berechtigt. Oh, und das, ja, das wollte ich dann auch gleich klären. Das war gleich eine Beschwerde über uns. Der Chor ist kein Chor, sind nur zwei. Ja, vielleicht muss ich das wirklich aufklären. Ja, wir sind zwei, aber ihr seid viele und wir sind alle den Chor. Ja, wir sind alle dabei. Das heißt, ihr bekommt natürlich auch, bevor wir das Lied singen, also wir werden es mal singen, vorsingen, zum Schluss, aber die Hoffnung ist natürlich auch, dass ihr mitsingt. das ist ja euer Lied. Wir sind der Chor. Ja, ähm, ein Sumpf in Herne reicht uns nicht. Diese scheiß rassistische Abschottungspolitik und niemand stellt die Eigentumsfrage. Weiche Birnen Lohnarbeit nervt. Stakeholder Bettlung Beteiligung ist nichts neu. A sagen und nicht mal an B denken. Deutschland Autostadt stinkt. Ja, und so, ähm, es war natürlich so ein Haufen, ne, von Beschwerden. Hätte ja viel mehr sein können. Ich bin ehrlich gesagt froh, dass nicht noch mehr gekommen ist, sonst, äh, wäre das Lied vielleicht zwei Stunden lang gewesen. Aber, wie bitte? Noch eins. Stadt, Kapital, schlechtes Wetter. sind ja auch Beschwerden. Gut. Ich hoffe, alle sind wieder vom, äh, von der Toilette zurückgekommen. Sonst beschwere ich mich nochmal. So, und im Hintergrund spielt Fred gerade so ein bisschen, bisschen, äh, Melodie. Das, äh, kommt auch noch auf euch zu. Das ist ein bisschen unser Lied oder euer Lied. Gucke mal auf die Uhr. Also so, so eine Melodie würde es dann sein. Ähm, genau. Ich hoffe, das macht warm. Ja, das wird so ein bisschen punkig, auch ein bisschen poppig. Es wird auf jeden Fall Stimmung bringen. Also nicht das, äh, das wird ein Ohrwurm. It's gonna be an Earworm, people. Das kann man dann nach Hause gehen, das einfach weiter singen in die U-Bahn oder beim Laufen. Wahrscheinlich ist es morgen noch da und dann beschwert ihr euch auch darüber. Das Lied geht nicht mehr aus meinem Kopf. Das nervt. So wird es sein. Wir müssen wieder zurück und an die Arbeit. arbeiten hier. Dazu gehört ihr. Vielen Dank. Vielen Dank. Jetzt haben wir Lust, den Song ganz zu hören. Davor haben wir noch zwei Runden. Wir werden mit den Räten weitermachen. Ich bitte jetzt hier auf die Bühne. Hans-Jürgen Urban. Deborah Darabi. Wer war noch in dieser Runde? Wo ist sie? Liene Jonsen. Wunderbar. Wir haben hier, kommt. Ein bisschen zusammen. Ein bisschen zusammen. Genau. Wir haben noch einen freien Platz. Wir probieren jetzt mal was anderes. Und zwar würde ich mir jemanden wünschen, die sich zu uns setzt und sie hat das Privileg, dass sie dann auch einfach wieder gehen kann, weil sie ja es vorher nicht wusste. Und zwar wünsche ich mir, wie heißt das immer? Mein linke, linker Platz ist leer. Ich wünsche mir Renate Hürtgen, bitte hier in den Rat. Renate Hürtgen, die eben noch im grünen Salon saß. Sie war einer meiner Highlights, ihr Beitrag. Weil am 4. November 1989 auf der größten Demo der DDR, eine Künstlerin-Demo, hat auch Heiner Müller gesprochen. Ich bin Heiner Müller-Fan. Ich war nicht auf der Demo. Ich kenne die Rede von Heiner Müller. Die ist in die gesammelten Werke eingegangen. Sie hat sozusagen Weltliteratur geworden. Und man wusste nur über diese Rede, die wurde Müller zugesteckt, weil eine Gruppe unabhängiger GewerkschafterInnen hat nicht die Möglichkeit gekriegt, auf dieser Demo zu sprechen. Und dann ist diese Gruppe zu Heiner Müller gegangen und hat gesagt, wir haben kein Rederecht, wir können nicht reden. Kannst du nicht unsere Rede für uns halten? Und erstaunlicherweise hat Müller Ja gesagt. Die Geschichte ist bekannt. Jeder, der Heiner Müller kennt, kennt diese Geschichte. Was bisher in den Heiner Müller Kreisen wenig bekannt war, aber in der Rosa-Luxemburg-Stiftung schon, ist, wer dieses Flugblatt wirklich verfasst hat. Das ist Renate. Insofern ein Applaus bitte für Renate Hürtgen, der ich heute schon zuhören durfte. Ich würde gerne ein bisschen mehr hören und jetzt willkommen in unserem ersten Rat. Also natürlich jetzt hier heute Abend in unserem zweiten Rat, aber es war der erste Rat. Geplant war der Input von Klaus Dörre und eine Reaktion von euch. Hans-Jürgen Urban kennen Sie als IG Metall-Vorsitzenden und auch kritischen Wissenschaft, Sozialwissenschaftler. Er ist auch sehr wohl bekannt mit Klaus Dörre und wird vielleicht deswegen uns ein bisschen auch Klaus Dörres Thesen mit vertreten können. Dann habe ich hier Deborah Darabi auf der anderen daneben sitzen. Deborah, du arbeitest für die Rosa-Luxemburg-Stiftung, hast Medizin studiert und machst Kapitalschulungen. Wie gesagt, mehr sagen wir erstmal nicht. Und ich freue mich sehr, dass du gekommen bist, Lina. Du vertrittst die letzte Generation, nimmst auch an Aktionen teil, du hast Umwelt- und Erdwissenschaften in Freiburg studiert oder willst es noch fertig studieren, aber hast jetzt gerade was anderes zu tun, nämlich die letzte Generation und bist seit über einem Jahr auch Pressesprecherin. Das heißt, wir werden jetzt diese Debatte führen, mit der wir den Abend eröffnen wollten, nämlich als der Dringlichkeit der Klimakrise geschuldet die Forderung von euch und anderen Klimaaktivistinnen nach einem Gesellschaftsrat. Und Sie, Herr Urban, haben auf der Bochumer Gewerkschaftstagung, wenn ich richtig informiert bin, vor kurzem auch im Namen der Gewerkschaften gefordert, eine ähnliche Forderung aufgestellt, dass die Gewerkschaften Transformationsräte einführen. Das heißt, in Anbetracht der Klimakatastrophe müssen wir uns zusammensetzen, um diese Green Transition, von der eben auch schon die Rede war, anzugehen. Können Sie uns vielleicht kurz sagen, was Sie gefordert haben oder was Ihre Vorstellung ist von den Transformationsräten und welche Rolle in Ihren Augen die Gewerkschaften dabei spielen? Das mache ich gerne, aber ich muss zwei kleine Vorbemerkungen machen. Erstens, ich bin nicht der Vorsitzende der IG Metall, sondern ich bin Vorstandsmitglied. Wir haben gerade auf dem Gewerkschaftstag eine Vorsitzende, eine Kollegin zum Vorsitzenden der IG Metall gewählt und das ist auch gut so. Und zweitens will ich, Stichwort Rederecht und Stichwort Diskurs, doch nochmal, bevor ich auf die Frage eingehe, an dieser Stelle meinem Umverständnis Ausdruck verleihen, dass der Diskurs dann doch nicht so plural auf dieser Veranstaltung ist, wie man sich wünschen könnte. Es hat sich herumgesprochen, dass ein Referent, Jeremy Cobyn, ausgeladen wurde, zuerst eingeladen, dann ausgeladen wurde. Man muss jetzt nicht mit jeder These von Jeremy Cobyn einverstanden sein, aber ich halte ihn für einen respektablen Diskutanten, der meiner Auffassung nach ein Rederecht hier hätte haben sollen und deswegen ist es mir ein Bedürfnis gewesen, das vorneweg zu sagen. Zu den Transformationsräten, da müsste man jetzt ja lange drüber reden, ich will es versuchen kurz zu machen, weil wir uns verständigt haben, dass wir auch in den Eingangsstatements nicht zu lange reden. Die Idee der Transformationsräte ist im Grunde genommen Ausfluss der Erkenntnis, dass die kapitalistische Ökonomie, wenn man sie sich selbst überlässt und wenn man nicht über Politik und Demokratie auf sie einwirkt, noch schneller in das Debakel hineinführt, dass wir gegenwärtig alle absehen, nämlich in die ökologische Klimakatastrophe und es ist ja nicht nur die Klimakatastrophe, sondern wir sehen ja auch, dass diese kurze Phase der etwas egalitäreren Verteilung der Wertschöpfung in der Zeiten des Wohlfahrtsstaatskapitalismus längst vorbei ist, die soziale Polarisierung wieder zunimmt und wir sehen drittens, dass vor diesen Bedingungen selbst die unzufriedenstellenden Elemente parlamentarischer Demokratie von rechts abgeräumt werden. Also wir sehen, dass wenn man die Dynamiken des Kapitalismus sich selbst überlässt, endet das Ganze nicht gut. Und wir als Gewerkschaften, die wir natürlich auch ein politisches Mandat empfinden und nicht nur für Fragen der Ökonomie zuständig sind, sind aber vor allem auch für Fragen der Ökonomie zuständig. Und die Idee der Transformationsräte ist der Versuch, die Entscheidungen, wie man zu einer ökologisch nachhaltigen Produktion kommt und dann eben auch zu einer ökologisch nachhaltigen Distribution und Konsumtion, eben nicht den Märkten zu überlassen, die das nicht bringen werden, weil auf absehbare Zeit unter den gegebenen Bedingungen ökologisch nachhaltige Produktion nicht profitabel ist und deswegen auf diesen Märkten nicht Platz greifen kann, sondern wie man trotz alledem, weil die Logik der Nachhaltigkeit obsiegen muss, eingreift in die ökonomischen Entscheidungsprozesse. Eben genau nicht mehr zulässt, dass diejenigen, die über das Eigentum verfügen, über die Produktionsmittel, auch die sind, die alleine darüber entscheiden und nicht zuletzt, dass es die Gesetze des Marktes sind, die die Profitlogik dann zum Durchbruch bringen, sondern rein zu grätschen in diese Sachen. Und diese Transformationsräte sind ganz bestimmt ein ganz unzulänglicher Versuch, aber sie sind der Versuch, über Institutionen, die sich außerhalb der Betriebe finden und die alle Akteure mit einbeziehen, die in direkter oder indirekter Folge abhängig sind von den ökonomischen Entscheidungen, diese Akteure in eine Institution zusammenzunehmen und sie versuchen, entscheiden zu lassen, wie diese Transformation vonstatten geht. Das ist nicht Arbeiter- und Soldatenrat. Und es ist etwas mehr, als das, was Gesine Schwan dargelegt hat, weil es geht an die ökonomischen Feste. Es geht an die Frage, lässt man es zu, dass die, die die Produktionsmittel besitzen, so weit eingeschränkt werden in ihrer Verfügungsmacht, dass die eigentliche Logik, nämlich diese Verfügungsmacht zur Profitmaximierung eingeschränkt wird und zwar so weit eingeschränkt wird, dass sie am Ende wahrscheinlich nicht mehr die dominante Logik sein kann. Und diese Vorstellung ist mit vielen richtig, ist mit vielen, vielen Gefahren verbunden. Ich will davon nur zwei, drei nennen. Erstens, wenn das Kapital mit dabei ist, wer sagt denn, dass das Kapital am Ende sich nicht weiter durchsetzt? Ich weiß das nicht. Die einzige Vorstellung, die man haben kann und dagegen zu arbeiten, ist Gegenmacht der organisierten, lohnabhängigen Arbeit, verstärkt durch die zivile Macht von den Menschen aus der Gesellschaft, die in diese Transformationsräte mit dazukommen. Wer sorgt dafür, dass die richtigen Entscheidungen treffen? Das weiß ich nicht. Aber wenn es die Produzenten sind und wenn es die aus der Zivilgesellschaft sind, die davon betroffen wären und wenn alle die mit der Wissenschaft und so weiter ihre Expertise mit einbringen, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass es gesellschaftlichen Nutzen stiftet, als wenn man es der Ökonomie der Profitproduktion verlässt. Und ist das Ganze denn global kompatibel? Das weiß ich auch nicht. Weil es weiß kein Mensch, ob das überhaupt gelingt. Es kann durchaus sein, dass diese Transformationsräte wieder eingefangen werden von der kapitalistischen Akkumulationslogik. Weil den Wachstumszwang, den pathologischen, der aus der kapitalistischen Akkumulationslogik hervorkommt, den schränkt man damit alleine nicht ein. Aber es ist der Versuch auf der regionalen Ebene, Entscheidungen zu vergesellschaften, ohne die Produktionsmittel vergesellschaften zu müssen, weil so weit sind wir nicht, dass wir das hinkriegen. Aber da wir auch nicht warten können, bis wir das hinkriegen, müssen wir nach Formen suchen, wie man trotzdem sozusagen ein Stück weit Entkoppelung von Verfügung über die Produktionsmittel und Besitz über die Produktionsmittel hinbekommt. Und das ist ein Versuch, der natürlich nur gelingen kann, wenn er mit ordentlicher Gegenmacht aus der organisierten Arbeit, aus der Gesellschaft funktionieren kann. Das ist die Idee dahinter. Wie das im Einzelnen zu organisieren ist, ist auch keine Blaupause, die ich mir ausdenken kann, sondern ist natürlich zu entscheiden, weil diese Transformationsräte müssen sich in den Regionen bewähren. Wenn man die Stahlindustrie, und wir brauchen auch in der nachhaltigen Ökonomie Stahl, das steht für mich außer Zweifel, wenn wir den öffentlichen Schienenverkehr ausbauen wollen, wenn wir Windkraft ausbauen wollen, geht es nicht ohne Stahl. So wie der Stahl jetzt produziert wird, geht es auch nicht, weil die jetzige Art Stahl produzieren über die Hochofenroute ist für 10% CO2-Emissionen verantwortlich. Wenn man also Stahl beibehalten will, will aber die ökologisch destruktiven Folgen korrigieren, muss man es umstellen. Technisch geht das. Nach kapitalistischen Kriterien ist das ein Harakiri-Ding, weil das ist auf absehbarer Zeit nicht profitabel. Wenn wir es trotzdem wollen, müssen wir demokratisch eingreifen in die Entscheidungsprozesse, müssen die Investitionen lenken und müssen dafür sorgen, dass es trotzdem geschieht, obwohl es nicht profitabel ist. Das ist die Philosophie der Transformationsräte. Ja, vielen Dank. Lina, ich darf gleich dich fragen, als Vertreterin einer Gruppe, die auch Räte fordert. Siehst du, kannst du damit was anfangen? Ist es an? Ja, okay. Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich finde es irgendwie ein angenehmes Setting auf jeden Fall mal. Sonst ist man sehr gewohnt, dass man irgendwie genau von allen Richtungen Gegenwind bekommt und man sich irgendwie verteidigen muss und jetzt habe ich das Gefühl, man kann in eine gemeinsame Richtung vorgehen und weiterdenken. Also das finde ich sehr schön, deswegen bin ich froh, hier zu sein. Aber gleichzeitig muss ich auch noch mal betonen, das ist mir auch in dem Panel davor aufgefallen, wir vergessen in dieser Diskussion auf jeden Fall die zeitliche Dimension, die wir haben und die Dringlichkeit. Und ich glaube, ich muss das jetzt nicht noch mal irgendwie groß ausführen, in was für einer Realität wir uns gerade befinden, wie viele Menschen jetzt gerade schon betroffen sind, sein werden und jetzt gerade schon im Mittelmeer ertrinken oder fliehen, weil ich glaube, das ist uns ziemlich doll bewusst. Und ich glaube, wir wissen sehr viel, was wir nicht wollen und wir wissen auch sehr viel, was wir wollen. Es scheitert am Ende in der Umsetzung. Und dafür, es gibt so viele tolle Ideen und es gibt die ganzen Räte und es gibt Menschen, die dafür arbeiten und sich da einen Arsch für aufreißen. Letztendlich braucht es aber politische Rahmengebung. Und was wir als letzte Generation fordern, ist, dass wir bis 2030 raus aus den fossilen müssen und das fordern wir nicht, weil wir das irgendwie toll finden oder so, sondern das ist halt wissenschaftlicher Konsens. Wir müssen bis 2030 raus aus der Nutzung von Kohle, Gas und Öl. Das ist eine physikalische Notwendigkeit. Und genau, das ist halt auch noch gesellschaftlich machbar, wenn man Ökonomen anguckt oder zuhört. Und genau, das fordern wir von unserer Bundesregierung, dass sie so unser Leben schützt. Unsere Lebensgrundlagen werden uns ja gerade so dermaßen entzogen und die Bundesregierung agiert gerade gegen die Verfassung. Und um das zu erreichen, genau, sagen wir halt, okay, wenn ihr keinen eigenen Plan erarbeitet, dann stellen wir oder geben euch sozusagen ein Werkzeug mit an die Hand, was der Gesellschaftsrat wäre. Den haben wir, also dieses Begriff, diesen Begriff Gesellschaftsrat haben wir so erfunden. Das beruht auf dem BürgerInnenrat, den Sie ja auch bestimmt schon kennen, der ja auch gestern Thema war. und genau, werden dann in der Gesellschaft sozialverträglich, sozialgerechten Plan erarbeiten und der Politik vorlegen, wie wir es schaffen, bis 2030 raus aus der Nutzung von Fossilen zu kommen. Und ja, dieses Mittel ist hochdemokratisch und daran kann sich die Bundesregierung halt, ja, kann sich dadurch eine Legitimierung für Legitimation holen für bestimmte Maßnahmen, die dann umgesetzt werden müssen. Und dafür gehen wir auf die Straße, wir gehen auch nicht wieder weg und ja, werden hier eine Massenbewegung auf die Straße bringen und so viel Druck ausüben, bis wir halt, ja, raus aus den Fossilen kommen, bis 2030. Deswegen, ich kann in vielen Teilen viel damit anfangen, was Sie fordern. Wir sehen nur halt, dass wir am größtmöglichen Hebel ziehen müssen und es diesen politischen Rahmen braucht. Deswegen brauchen wir eine politische, grundlegende Wende, die wir versuchen mit aller Kraft einzuleiten. Ja, vielen Dank, Lina. Ich habe schon erwähnt, dass du auch Medizinerin bist und du hast dich auch beteiligt an empirischen Studien, also weißt auch sehr genau, was für harmlosen Klimawandel genannte Veränderungen mit den Menschen machen. Du bist aber auch eine Linke, die Kapitalschulung macht. Was sagst du zu einem Konzept mit dem Gesellschaftsrat, welche Chancen siehst du für so ein Mittel? Ja, also ich hatte eigentlich vor, was ganz anderes zu sagen. Ich hatte ganz viele schlauen Gedanken, die natürlich unbedingt in die Welt raus mussten, aber ich glaube, ich werde jetzt eher Dialog eingehen und nicht das Solo-Vortragsformat wählen. Also ich denke erst mal, das hat mir auch tatsächlich in der ersten Runde gefehlt, müssten wir darüber reden, was eigentlich historisch Rätedemokratie ist und was wir tun in dem Moment, in dem wir so Sachen wie Gesellschaftsrat fordern, also in welcher Tradition da steht und was das eigentlich ist, also was das beinhaltet und dass es eben nicht sein kann, das ist gerade eben schon angeklungen, ein Rat mit allen Menschen aus der Gesellschaft, weil wir leben nicht in der einen Gesellschaft, wir haben nicht ein Volk, sondern wir leben in einer Gesellschaft von Klasse gegen Klasse, die extrem antagonistisch ist, in der extrem unterschiedliche Klasseninteressen vorherrschen, deren Widerspruch durch Gewalt die ganze Zeit weiter besteht, durch Gewalt seitens des Kapitals und ich glaube, mit diesen Prämissen dann direkt schon einzusteigen und zu sagen, es braucht ein Rat der gesamten Gesellschaft, wird auch der Tradition von Räten nicht gerecht. Also es ist vorhin schon angeklungen bei dem einen Kollegen, ich habe den Namen vergessen, der die Pariser Kommune erwähnt hat, 1871, Arbeiter und Soldaten rufen die Kommune aus und so weiter und so fort, das ist ein Ausdruck von extrem hohem, spontanem Bewusstsein seitens der Arbeiter gewesen, das ist etwas, was heute sehr unterschiedlich ist, also ich glaube so, das wäre so der erste Punkt, wo ich einmal eine Rückfrage stellen würde und sagen würde, auf welchem Bewusstsein basiert denn jetzt die Idee, einen Gesellschaftsrat zu formieren, also wie hoch ist real das spontane Bewusstsein der Arbeiter in der Gesellschaft, um zu sagen, es gibt jetzt die historische Möglichkeit, so etwas wie einen Gesellschaftsrat, Arbeiter-Soldatenrat, was auch immer zu formieren, das wäre eine erste Frage, die ich formulieren würde und das zweite wäre zu sagen, wir reden ja die ganze Zeit über den 9. November, also über Matrosenaufstand, Räterepublik in Deutschland und so weiter und so fort, was natürlich auch nicht ein historisches Einzelevent war, sondern das Resultat war von 50 Jahren sozialistischer Parteiarbeit, von 50 Jahren revolutionärem Sozialismus, weil eben der revolutionäre Sozialismus seinerzeit aus 1871 aus der Pariser Kommune geschlossen hat, dass in Zeiten von militärisch bewaffneten Nationalstaaten es extrem schwierig ist, wenn es keine großen Massen von gebildeten, bewaffneten Arbeitern gibt, irgendwo einzeln einen Rad zu konstruieren, weil der natürlich sofort gecrushed wird. Das macht Sinn, etwas was das Kapital bedroht, wenn das Kapital mächtig genug ist, wird es das zerstören. Und ich glaube, gerade im Kontext der Klimakrise ist es extrem wichtig, sich das bewusst zu machen, dass die Klimakrise nicht irgendwie ein Seitenfaktum ist, dass es nicht etwas ist, was zufällig in Geschichte sich ereignet, sondern dass Klimakrise das direkte Resultat davon ist, dass die Logik des Kapitals ist, sich auf einer immer höheren Stufenleiter zu verwerten. Das bedeutet konkret, immer mehr zu produzieren, selbst wenn das nicht mit Bedürfnissen korrespondiert, es werden Märkte für diese Bedürfnisse geschaffen, damit man höher produzieren und absetzen kann, selbst wenn alle Bedürfnisse gesättigt sind, selbst wenn das die Umwelt zerstört, selbst wenn das dazu führt, dass etliche Menschen Klimaflüchtlinge werden, selbst wenn das dazu führt, dass es zu Finanzkrisen kommt. Also das sind alles Folgen der immanenten Logik des Kapitals. Und ich glaube, diese Logik gilt es auch zu beantworten. Und wenn wir diese Logik beantworten, dann müssen wir uns bewusst sein, dass das nicht einfach so mir nichts, dir nichts dadurch geht, dass wir jetzt sagen, wir machen jetzt einen Rat, weil wir stehen einem Nationalstaat gegenüber, der sich auch gegenüber dieses Rates verteidigen wird. Und ich glaube, es bringt extrem viel als Linke, sich historisches Bewusstsein darüber anzueignen, was die eigene Geschichte ist, was für Antworten Sozialisten auf diese Fragen in der eigenen Geschichte schon gegeben haben. Ich meine, wir sitzen hier vor dem Hintergrund des Banners der Rosa-Luxemburg- Stiftung. Rosa Luxemburg schreibt 1918 im Dezember, nachdem der Matrosenaufstand sich ereignet, in unser Programm und die politische Situation heißt es, eine Bilanz darüber, was es für den Sozialismus bedeutet, dass der Parteisozialismus, die SPD, als sie noch Sozialisten waren, das sind sie jetzt auf keinen Fall mehr, dass die SPD es schafft, innerhalb von 50 Jahren die arbeitenden Massen Deutschlands auf einer so hohen Bewusstseinsebene zu bringen, dass sie spontan von sich selber aus Krieg verweigern, dass sie Räte formieren, dass sie den Kaiser stürzen und dass das eben nicht etwas ist, was einfach entstanden ist, weil eine minoritäre linke Randgruppe das gefordert hat, sondern dass das so großer gesellschaftlicher Konsens war und ich glaube, sich darüber bewusst zu werden, was die eigene objektive und subjektive Situation ist und dass wir tatsächlich nicht in dieser Situation sind, sondern dass, wenn wir zum Beispiel die Forderung nach einem Gesellschaftsrat stellen und ich bin nicht jemand, der sagt, das ist schlecht, sondern ich sage einfach nur, lass mal nachvollziehen, wo wir uns gerade befinden und ob das eine sinnvolle Forderung ist und ich verstehe alle Leute, die sagen, ey, aber die Welt geht gerade unter, Klimakrise links und rechts, also ich muss nur einmal den Fernseher anschalten und ich sehe, wie irgendwie Leute sterben, was soll ich denn machen, ich kann nicht einfach irgendwie Däumchen drehen, auf jeden Fall geschenkt, aber ich glaube, meine Frage und irgendwie mein Impuls wäre zu sagen, lasst uns erst mal fragen, in welcher Situation befinden wir uns historisch, was sind die unserer Situation entsprechenden politischen Forderungen und wie kommen wir an den Punkt, dass wir die Forderung nach einem Gesellschaftsrat, ich würde ihn Arbeiter- und Soldatenrat nennen, nach einer Rätedemokratie, produktiv stellen können und dass das nicht einfach eine leere Forderung in den Raum ist, die sich schön anhört, aber die keine Realität hat, weil das ist einfach irgendeine linke Randgruppe, die das fordert und den Rest der Gesellschaft interessiert das nicht und ich glaube, das sind so die Fragen, die mich interessieren, ja, ich würde gerne darüber diskutieren. Ja, vielen Dank. Vielen Dank, dass du Rosa Luxemburg zitierst. Sie hat ja die Räte gesehen, 1905, das hat sie in Warschau, also bei der ersten russischen Revolution. Es gibt ja auch dieses Zitat, wenn ich das richtig aus dem Kopf zitiere, schwimmen lernt man nur dadurch, dass man schwimmt, also dass man es tut. Du hast schon bis zumindest ein paar Züge geschwommen in in einer sehr kurzen Zeit und hast das 1989 erlebt, was passiert, wenn man in eine revolutionäre Situation kommt und hast dahingehend auch eine Perspektive, du hast ein Verständnis davon oder hast uns darüber erzählt, was alles hätte passieren können oder nicht passiert ist. Was ist deine Perspektive auf diese Diskussion? Und Renate, ich habe dir versprochen, wenn du mir den Wunsch erfüllst und dich zu uns setzt, wenn du nicht mehr, wenn du sagst, ich möchte nicht mehr an der Diskussion teilnehmen, hast du das Privileg, dich natürlich einfach wieder dahin zu setzen und dann kann ich mir jemand anderes wünschen, aber ich möchte gerne dich gehört. Ja, danke schön, der Überraschungsgast. Ja, es war eine sehr anregende Diskussion und wenn ich das mir aus der Perspektive, wie du schon sagst, meiner 1989-Erfahrung vom Herbst 1989 anhöre, da sind mir, sagen wir mal, vielleicht zwei euch interessierende Gedanken gekommen. Das eine ist, ich habe viel heute gehört von Gesine Schwan, aber wissen in diesem Sinne auch von Hans Urban, sozusagen Räume zu schaffen, in denen auch so etwas wie Lernprozesse stattfinden, von Mittun, von Partizipation. Und das sind, ich denke, das ist eine Erfahrung von 1989, das sind tatsächlich Voraussetzungen, das sind wirklich Voraussetzungen dafür, dass eine revolutionäre Situation, also ein Umsturz der bestehenden Verhältnisse überhaupt passieren kann. Weil es müssen partizipatorische, gebildete, aktive, eigentlich Massen da sein. Also es muss sozusagen ein bisschen Menschen da sein, die gelernt haben, ihre Ansprüche anzumelden, etc. Weil nämlich diese 1989er-Erfahrung, und jetzt darf ich mich auf Heiner Müller wieder beziehen, der das in einem Text sehr schön geschrieben hat, eine 1989er-Erfahrung ist, hier konnte ein Sprung von einer, wie Heiner Müller es nennt, quasi feudalen Gesellschaft mit kolonialisierten Menschen in den Sozialismus überhaupt nicht passieren. Weil es war überhaupt gar nicht möglich, es waren überhaupt nicht die Menschen, die diesen Lernprozess in irgendeiner Weise hinter sich hatten, geübt haben konnten. Das ist sozusagen eine Sache, die mir im Zusammenhang mit euren Reden eingefallen ist. Die zweite aber, ja aber, weil es jetzt sozusagen einen kleinen Widerspruch ist, ich glaube, dass wir heute vor einer ganz anderen Situation stehen. Es ist auch schon angeklungen bei einigen. Wir stehen wieder, wie ich denke, vor einer Notwendigkeit eines revolutionären Umbruchs, und nicht eines evolutionären. Das ist das Problem. Mit Revolution meine ich jetzt nicht auf die Barrikaden gehen, sondern ich meine sozusagen eine Radikalität des Umbruchs. Und das Neue, und für mich denke ich, ja, historisch Neue ist, dass es jetzt die Menschen gibt, die das machen könnten. Es ist, wir haben einerseits, vielleicht so nochmal formuliert, wir haben einerseits eine totale Krisensituation, die es unglaublich notwendig und zwingend macht, dass wir, wie Rabine Nuss sagte, die Produktion ändern, unser ganzes Leben, also unsere Art zu vergesellschaften, wie wir die Gesellschaft organisieren, ändern müssen, bei Strafe des Untergangs. Und, ich bin immer ein positiver Denker, wir haben eigentlich auch ganz viele Menschen, die das begriffen haben, die das mittragen würden. Es ist nicht so, dass es nur noch eine kleine Minderheit ist, die irgendwie sagt, weiß ich nicht, wir haben zu viel Konsum oder so. Ne, das hat sich alles inzwischen rumgesprochen, was diese Produktionsweise für Schäden anrichtet. Und darum denke ich, ist jetzt nicht mehr die Zeit für Lernprozesse in bestimmten Zusammenhängen, sondern wirklich, es geht wirklich um eine revolutionäre, ganz so rasches mögliches Umgestaltung der Gesellschaft. Ja, fragt ihr mich, was soll das sein? Sabine Nuss hat auch an der Stelle aufgehört, weiter zu sprechen. Man müsste das überlegen. Und vielleicht noch ein letzter Gedanke, auch aus meiner Erfahrung von 89. Das kann nicht von oben passieren. Also nicht bös sein, aber die Einsetzung von so bestimmten Gremien, die man sich ausdenkt und die man auch wichtig findet und wo man dann auch Teilhabe natürlich einklagen kann und sagen kann, macht mal mit oder so. Das ist es nicht. Es muss wirklich von unten kommen. Es muss ein Bedarf da sein. Es muss von unten drängen und am besten natürlich Erfahrung von 89 mit Massen. Mit Massen auf der Straße und mit Massen dann in entsprechenden Gremien. Also das sind so die drei weisen Äußerungen, die aus meiner Erfahrung für die heutige Situation mir einfallen. Ja, vielen Dank, Renate. Und ich sehe, Lina, du willst sofort darauf antworten. Ja, aber ich glaube, wir müssen nochmal so einen Schritt zurückgehen, weil genau das ist nämlich der Punkt. Wir brauchen Massen am Ende. Und wir können sagen, ja, komm, wir leben in einer Demokratie, wir müssen alle da mitmachen, damit das irgendwie funktioniert. Alle sind irgendwie frustriert. Man geht zur Wahl, ist enttäuscht am Ende der vier Jahre, dass wieder nichts passiert ist. Also wir haben einen Fehler im System oder wir müssen halt unser System grundlegend umbauen und auch unsere Politik müssen wir grundlegend umbauen, um wieder handlungsfähig zu werden in der Demokratie, weil die Demokratie gerade in sich zusammenfällt. Aufgrund der Klimakrise, die ja Nährboden für multiple Krisen ist, auch Nährboden für das, was wir jetzt sehen mit dem Rechtsruck. Also wir müssen das System komplett umbauen. Und jetzt nochmal zu dieser Forderung, weil ich glaube, ich muss noch einen Schritt weiter vorne anfangen. Die letzte Generation hatte am Anfang recht lapidare Forderungen. Da ging es um das 9-Euro-Ticket und das Tempolimit 100. Das war natürlich, das sind totale No-Brainer-Forderungen, aber damit sollte den Leuten erstmal überhaupt gezeigt werden, auf welcher Seite oder für wen machen die Politiker gerade eigentlich Politik? Für die Gesellschaft, weil das sind Mehrheitsforderungen gewesen, wo die Mehrheit der Gesellschaft dahinter stand. Die Mehrheit will ein Tempolimit, die Mehrheit will ein 9-Euro-Ticket. Und es wird nicht umgesetzt. Und darüber, über diese Empörung, warum wird es nicht umgesetzt, wenn wir in einer Demokratie leben, wo eigentlich die Mehrheiten vertreten werden sollten? Wer steht eigentlich dahinter? Das sind Lobbyinteressen, Automobilinteressen, die da mehr wiegen und mehr Einfluss haben am Ende auf die Politik als wir als Bevölkerung. Und jetzt befinden wir uns in der größten Krise der Menschheit, wo wir alle davon betroffen sind. Und es wirkt erstmal total erschlagend und total ohnmachtserregend oder so. Aber auf jeden Fall kann das doch auch was total krasses und positives sein, weil wir alle hängen da mit drin und wir alle haben das Potenzial. Und die Menschen sind ja nicht blöd. Wir wissen ja, dass wir überleben wollen. Und wir brauchen halt Mitspracherecht, wir brauchen Mitgestaltungsrecht. Und deswegen haben wir über diese No-Brainer-Forderung, über diese Empörung, die dadurch entstanden ist bei vielen Leuten und gesagt haben, das kann doch nicht wahr sein, sind wir darüber gegangen, okay, wenn die Politik das nicht von sich aus umsetzt, wenn sie keinen Plan hat, weil sie sagt ja auch immer, ja wir nehmen alles Mögliche, wir versuchen alles Mögliche gerade, um CO2 einzusparen. Aber es tut sie halt nicht. Sie lügt sich damit in ihre eigene Tasche. Und dann haben wir gesagt, okay, wenn ihr das nicht selbst hinkriegt, dann beruft doch einen Gesellschaftsrat ein, wo Leute aus allen Teilen der Gesellschaft zusammensitzen. Dann sitzt da die Veganerin aus Neubrandenburg und der Autofan aus dem Ruhrgebiet, sitzen da zusammen, können ein gemeinsames Verständnis füreinander entwickeln. Und dann kann man Pläne und Lösungen erarbeiten mit einer konkreten Zielsetzung, nämlich wie schaffen wir es, bis 2030 rauszukommen aus der Nutzung fossiler. Und das ist eine konkrete Fragestellung. Das ist nicht irgendwie nur so ein Oberthema. Komm, wir sitzen da jetzt zusammen, beraten ein bisschen, tauschen uns aus, gehen am Ende wieder nach Hause und sind irgendwie frustriert, sondern es wird ein konkreter Plan erarbeitet, der damit ins Parlament getragen werden soll, diskutiert werden soll. Und durch diese ganze Aufmerksamkeit da drum, also das versuchen wir gerade, so eine Aufmerksamkeit auf diesen Gesellschaftsrat zu legen, dass der halt auch so bekannt in der Gesellschaft ist, dass die Politik, sobald sie diese Forderungen nicht umsetzt, die da erarbeitet wurden von der Gesellschaft, halt sich da hinstellen muss vor der Gesellschaft und sagen muss, okay, aus den und den Gründen haben wir das jetzt nicht umgesetzt und dann würde wieder eine nächste Empörungswelle entstehen. Und das hat alles, also das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen diffus an, aber das beruht alles auf wissenschaftlichen Theorien. Es gibt einen Movement to Action Plan, an dem wir uns auch zum Beispiel halten, das Bewusstsein der Leute ist da. Man sieht das ja auch, wir diskutieren hier, wir kennen die Probleme, wir empören uns. Wir müssen diese Empörung jetzt aber katalysieren durch so ein Nadelöhr und sagen, okay, wie schaffen wir es jetzt, gezielt Druck auszuüben auf die Politik, um diese Rahmen, die wir am Ende brauchen, auch den Rahmen uns sozusagen zu bieten und die Maßnahmen am Ende auch umzusetzen. Da braucht es Druck aus der Bevölkerung, da braucht es eine Massenbewegung, da braucht es Störung und da braucht es Organisation. Also geht nicht nach Hause und sagt so, ist ja jetzt interessant, hier der Vortrag und Geräte, ja, ja, nein, sondern geht raus, nehmt euch einen Flyer von Fridays for Future, nehmt euch einen Flyer von der letzten Generation mit, organisiert euch. Es geht darum, dass wir jetzt wirklich massiv Druck ausüben auf die Politik, weil wir müssen am Ende diesen politischen Rahmen stecken, in dem wir uns am Ende bewegen können. Ja, vielen Dank für die klaren Worte. Wenn ich das so ein bisschen aufgreifen darf, also einmal auf den Bogen von dir, Renate, zu dir, Lina, ihr wart ja am Anfang auch keine Massen, ne? Aber was ich mitgenommen habe aus deinem Gespräch vorher, weil es kann dann auch sehr schnell gehen, dass sehr viel mehr Menschen auf die Straßen gehen, ne? Und das ist etwas, worauf ihr natürlich auch vertraut. Ja, das ist sozusagen ziviler, friedlicher Widerstand, hat eine sehr große Erfolgsgeschichte in der Geschichte gehabt. Wir kennen das vom Frauenwahlrecht, von der Bürgerrechtsbewegung. Es gibt viele, viele Beispiele, auch Helgoland, die Besetzung von einigen Studentinnen. Also es gibt viele, viele Beispiele und es hat Erfolg gehabt in der Geschichte, wenn es um riesige moralische Konflikte ging und um schnelle Wandel, die durchgeführt werden mussten. Und deswegen, genau, versuchen wir das jetzt auch und es ist sozusagen das effektivste und trotzdem auch noch mildeste Mittel, das uns jetzt gerade noch unter diesem enormen Zeitdruck bleibt, was wir ausprobieren können. Ich wollte einfach nochmal eine Frage an alle stellen oder was mir jetzt auch vorhin schon mal durch den Kopf ging. Eigentlich befremdet mich, dass in allen euren Reden immer irgendwo das Politikverständnis da ist. Man sammelt sich in Massen von unten und macht Druck auf die Politik. Ich weiß nicht, ob das das genau, lass uns doch das mal problematisieren. Ist das dann wirklich der neue Ansatz? Also ich weiß es nicht, ob man nicht, ob man nicht immer ganz, naja, klar, ihr habt es verstanden. Das würde ich gerne noch mal ein bisschen in Frage stellen. Ja, genau. Also es wäre nämlich auch quasi mein Anwand gewesen. Ich glaube, wir kommen dann wieder ein bisschen zurück auf so das Sabine Nuss Verständnis und auch das marxistische Verständnis von was Wirtschaft, Politik und so weiter und so fort im Kapital eigentlich ist. Ich habe dich jetzt mal damit getauft, weil du meintest, ey, also lass mal darüber reden, dass wir nicht in einer Gesellschaft leben, in der es irgendwie eine getrennte Sphäre von Wirtschaft gibt und dann gibt es ein paar Politikakteure und dann gibt es Zivilgesellschaft. Das ist ein extrem bürgerliches und auch meiner Meinung nach wissenschaftlich falsches Verständnis von wie Gesellschaft konstituiert ist. Und ich glaube, worauf ich vorhin mit meinem als nicht Vortrag angekündigten Vortrag eingehen wollte, war zu sagen, wir leben nicht in einer Gesellschaft, in der wir die Widersprüche, die zur Klimakrise geführt haben, damit auflösen werden, dass wir irgendwo friedlich Widerstand leisten und dann überzeugen wir die Politik von der wissenschaftlichen Richtigkeit unserer Ideen. Weil die wissenschaftliche Richtigkeit von Klimawandel ist seit Jahrzehnten bewiesen, also so auf allen Ebenen. Alex hat ja vorhin gesagt, ich habe eine Doktorarbeit geschrieben zur Umweltbelastung. Ich habe in der Psychiatrie, an der Charité eine Arbeit gemacht zu inner-Berliner Nachbarschaften, in denen psychische Belastung als Konsequenz von klimawandelinduziertem Umweltstress untersucht wurde. Und surprise, surprise, Klimawandel führt zu extremen psychischen Störungen. Wer ist am meisten davon betroffen? Arme Leute, natürlich. Wen wundert es niemanden? Ich musste trotzdem Doktorarbeit dazu schreiben. Aber ja, ich finde es immer extrem lustig, wie so Naturwissenschaft funktioniert, dass man mit seinen eigenen Augen und so gesellschaftliche Verhältnisse sieht, aber man muss trotzdem tausend Studien erheben, um das auch zu beweisen, damit die letzte Person einem auch glaubt. Aber darauf will ich ein bisschen hinaus. Also ich glaube, dass das Problem von Klimawandel und das Problem von Klimakrise ist keins von Wissenschaftlichkeit. Das ist schon einfach etwas, was die direkte Konsequenz davon ist, dass wir in einem System leben, dessen innerste Logik ist, sich selber zu verwerten, egal was dafür zerstört wird. Und das ist nicht etwas, was wir durch politische Akteure, die übrigens die Vermittler sind des Kapitals, also das ist das, was Demokratie ist, ist auch nicht etwas, was ich reformieren wollen würde, sondern es ist etwas, was ich aufheben wollen würde durch Revolution, dass so Demokratie nicht irgendwie so von uns davon überzeugt werden wird, dass es demokratischer sein soll, dass Politiker irgendwie darauf warten, dass ihnen letzte Generation irgendwie beweist, dass die Welt ja tatsächlich untergeht. Ich meine, dazu gibt es Statistiken, dazu gibt es tausend Klimaabkommen, es wird bestimmt nächstes Jahr wieder einen Klimakongress geben, in dem wieder Leute entscheiden, dass Klimawandel ja extrem schlimm ist, aber wir können nichts dazu machen. Warum können wir nichts dazu machen? Weil die Logik des Kapitals aufheben würde, etwas Substantiv dagegen zu tun. Ja, ich habe eine Frage, also du sprichst jetzt viele Probleme an und du sagst jetzt auch zum Beispiel, ich frage mich nur, also wenn du jetzt irgendwie eine Revolution irgendwie anstrebst und sagst, wir brauchen eine Revolution, okay, erstmal wie kommt man da hin und was kommt danach? Und dann steht da nicht irgendwie so ein Vakuum und dann könnte sich irgendwie, keine Ahnung, auch faschistische Strukturen sich irgendwie dieses Vakuum krallen. Ich glaube, was irgendwie, ich glaube, wir stehen gar nicht auf unterschiedlichen Seiten, ich widerspreche dir auch in vielen Punkten gar nicht so sehr. Ich widerspreche nur an dem einen Punkt und zwar Demokratie ist eine riesige Errungenschaft und riesiges Privileg, was wir uns erarbeitet haben und das haben wir uns erkämpft und das haben wir vor allem uns auch erkämpft durch vor allem zivilen Widerstand. Das vergisst man oft. Eigentlich müsste man Demokratie und zivilen Widerstand immer in einem Satz mit sagen, weil 70 Prozent aller Demokratien sind durch zivilen Widerstand erst entstanden und ganz viele Privilegien und ganz viele Rechte, die wir jetzt haben, sind durch zivilen Widerstand erkämpft worden und musste sich das erkämpfen erstmal. Also das möchte ich einfach nochmal dahingegen sagen und wir probieren jetzt, ohne dass wir uns jetzt irgendwie erstmal bis ins kleinste Detail alles ausplanen und uns überlegen, welche Theorie passt jetzt am besten, versuchen wir jetzt auch, ohne dass jetzt alles bis ins kleinste Detail ausgeplant ist, einfach an der Umsetzung zu arbeiten und das wäre meine Frage an dich oder an euch hier auch auf dem Podium. Es gibt viele Kritikpunkte noch, klar, aber gibt uns einen besseren Vorschlag oder gibt der Gesellschaft einen besseren Vorschlag, wenn ihr sozusagen Kritik daran äußert, auch an dem Druck, weil Druck kann funktionieren, hat auch funktioniert, sonst würden wir hier auch nicht sitzen, weil sonst hätten wir nicht die gleichen Rechte. Genau, also das wäre die Frage zurück, so wie kommt man dahin zur Revolution und dann auch noch, was kommt danach, weil klar, Kapitalismus abschaffen, so warum haben wir das nicht vor 30 Jahren gemacht, das ist nicht so einfach. Ja, voll. Also erstmal will ich sagen, dass ich es voll nice finde, dass bei uns im Panel das eine Diskussion ist. Ich finde das immer, also auch als Zuhörer irgendwie viel nicer, wenn man halt einfach diskutiert und es nicht so ist, so 10 Minuten Vortrag nach 10 Minuten Vortrag und Leute drehen so Däumchen und sind so, bitte kann es endlich vorbei sein, so. Deswegen nice. Also ich würde glaube ich erstmal sagen, dass bürgerliche Demokratie, in der wir jetzt gerade leben, die direkte Folge ist von bürgerlicher Revolution, die bewaffnet stattgefunden hat, also Punkt Nummer eins. Das ist nicht etwas, was Leute durch irgendwie Fürbittstellung an den Adel ihrer Zeit im Feudalwesen von denen geschenkt bekommen haben, so. Und ich glaube, das muss man im Hinterkopf haben und dass zweitens wir an einem Zeitpunkt leben und das ist das, was ich so letzte Woche in meinem Kapitallesekreis schon mit den ganzen Studenten besprochen habe, dass wir an einem Zeitpunkt leben, in dem die Errungenschaften der bürgerlichen Demokratie, die durchaus fortschrittlich waren und die die historische Grundlage waren für das, was sich als revolutionärer Sozialismus hat entwickeln können, in einen Widerspruch gekommen sind mit Kapital. Also wir leben gerade an einem Zeitpunkt, in dem alles das, was fortschrittlich war an bürgerlicher Revolution, Freiheit, Gleichheit, dass der dritte Stand gesagt hat, wir sind nichts, wir wollen alles werden, wir möchten die gesamte Gesellschaft konstituieren, wir sind jetzt eine Gesellschaft von Menschen, die gleiche sind und nicht irgendwie Fürsten und dann ihre ganzen Leibeigenen, dass diese ganzen fortschrittlichen Errungenschaften gerade extrem selbstwidersprüchlich werden und dass wir nicht an einem Zeitpunkt leben, an dem Demokratie gerade irgendwie so it rises und es ist der Phönix aus der Asche, sondern ganz im Gegenteil, es ist die Asche so. Und ich glaube, das muss einem klar sein, dass so alles das, was fortschrittlich war an Demokratie, was wir haben uns erkämpfen können, haben wir an einem Zeitpunkt durch auch extrem viele menschliche Verluste erkämpft, durch auch extrem viel menschliches Leid und alles das, was fortschrittlich war, wird gerade zurückgenommen und wird gerade in sich selbst durch die Logik des Kapitals widersprüchlich und ich glaube, das wäre mein erster Punkt und mein zweiter Punkt wäre, das wollte ich vorhin sagen, mit der Sozialismus seiner Zeit hat sich mit Rätedemokratie auseinandergesetzt, hat sich mit der Frage auseinandergesetzt von, wie kommen wir an einen Zeitpunkt, an dem das Bewusstsein der Massen, der arbeitenden Massen der Welt, die diese Welt jeden Tag mit ihren eigenen Händen produzieren, aber diese Welt tritt ihnen nicht gegenüber als es gehört ihnen, sondern tritt ihnen gegenüber als eine ihnen fremde Welt, die sie beherrscht, dass diese Massen an einen Punkt kommen, an dem sie checken, sie sind eigentlich das Subjekt dieser Welt und deswegen können sie diese Welt erobern, weil sie produzieren sie auch real schon jeden Tag, dass das die Arbeit war von jahrelanger politischer Bildung, von jahrelanger so internationaler Arbeiterorganisation, erste, zweite, dritte Internationale, dritte Internationale, ne, Stellinismus, müssen wir jetzt nicht jetzt drüber reden, aber auf jeden Fall langjähriger Organisation und dass das nicht einfach so passiert ist in einem Moment und dass diese Leute sich genau mit deiner Frage auseinandergesetzt haben von, die Welt ist extrem ungerecht, wir sehen überall, wo wir hingucken, Menschen, um Marx zu zitieren, als niedere, geknechtete Wesen, wir können das nicht aushalten, also geht dir bestimmt auch so. Ich bin dabei, Ihre Frage zu beantworten, darf ich ausreden? Das wäre super, danke. Revolution ist ein extrem langer Gang, es ist nicht ein Event so, es fängt einfach damit an, glaube ich, historisches Bewusstsein zu schaffen dafür so, was die Potenziale des Tages sind. Und ich glaube, das Potenzial des Tages jetzt ist nicht ein allgemeiner Rat von allen Menschen, die entgegengesetzte Klasseninteressen haben und die auch, selbst wenn sie selber Arbeiter sind, nicht unbedingt eine Arbeiterposition politisch einnehmen, was ja viel wichtiger ist als irgendeine identitäre Zuschreibung. Und ich glaube, deswegen wäre mein Impuls zu sagen, lass mal erst darüber nachdenken, was das Scheitern der Linken mit der Gesellschaft gemacht hat, in der wir existieren, was die Potenziale sind, die sich für uns daraus ergeben und lass darauf hinarbeiten, über politische Arbeit, über auch politische Bewusstseinsmachung, tatsächlich der Massen an einen Punkt zu kommen, wo das nicht minoritäre Forderungen sind, weil das Klimawandel uns alle tötet, ist klar. Warum passiert dann nichts? Also ihr seid ja nicht die Ersten, die darüber nachdenken, berechtigt und ich glaube, genau, politische Bildung, würde ich sagen. Darf ich? Ich habe gern zugehört, so ist es nicht. Ich auch. Alles gut. Nein, nein, war spannend. Wenn ich das jetzt alles beantworten könnte, hätte ich mich früher eingemischt. Ich will an deinem Gedanken anknüpfen, dass man trotz allem Druck, den man hat, vielleicht doch mal die Sekunde sich gönnen muss, um zu schauen, in was für einer historischen Situation ist man eigentlich. Und jetzt mache ich es mal ganz schablonenhaft. Die Situation ist geprägt durch erstens, mittlerweile verstehen fast alle, dass es so nicht weitergehen kann, sondern dass das weiter so in eine Situation hineinführt, die man nur noch Katastrophe nennen kann. Zweitens, wir als Linke im weitesten Sinne haben jetzt aber auch nicht so viele historische Erfolgsmodelle anzubieten, wo wir sagen können, das hat richtig funktioniert. Ja, da ist zusammengekommen, was wir brauchen, nämlich ökonomische Effizienz, demokratische Partizipation und ökologische Nachhaltigkeit. Drittens, uns brennt im Prinzip der Kittel, weil der Zeitdruck so groß ist wie noch nie in der Geschichte der Zivilisation, dass etwas radikal verändern muss und zwar ganz, ganz, ganz schnell. Und dann wollen wir auch noch, dass es von unten kommt und von allen getragen wird. Also das ist schon insgesamt eine sehr anspruchsvolle Konstellation. Und ich will nur einen ganz kleinen Gedanken, eine ganz kleine Facette dazu, von der ich glaube, dass sie natürlich nicht alles löst, aber dass es ohne sie nicht geht. Ich glaube, also neben der Bringschuld, die wir als Linke haben und da kann ich an das ansetzen, was die Sabine Nuss vorhin gesagt hat, dass wir uns wirklich mal etwas systematischer darüber Gedanken machen müssen, wie denn eine nicht kapitalistische Ökonomie funktionieren soll. Ja, damit sie auch für die Menschen sozusagen ein angenehmes Leben ermöglichen kann, dass sie nicht auf die Ausbeutung anderer Regionen der Welt kommt, dass sie demokratisch ist und das gesellschaftliche Naturverhältnis so organisiert, dass es wirklich ein Fortschritt zum Kapitalismus ist. Das ist gar nicht so einfach. Und seit der postmodernen Wende hat, wenn ich mal diesen kleinen Schlenker machen darf, hat die Linke auch nicht mehr so richtig Bock auf Ökonomie gehabt. Und jetzt haben wir da eine echte Lücke. So, und jetzt müssen wir da sehen, wie wir die Lücke füllen. Und ich glaube, dass ein Element auf jeden Fall wichtig ist. Und das geht schon ein bisschen in das, was Gesine genannt hat mit der Selbstwirksamkeitserfahrung, wie der Hartmut Rosa aus dem Soziologe aus Jena das genannt hat. Wir müssen versuchen, dass die Menschen die Chance haben und wenn es erstmal im Kleinen ist, dass es geht, dass sich grundlegend was verändert und dass es gut ist, wie es sich verändert, dass es besser wird. Also das heißt, wir brauchen Zutrauen in die Kraft einer anderen Formation. Kraft in die Utopie. Und das geht nicht, indem wir uns schöne Bücher schreiben. Ich mache es ja auch manchmal, aber es funktioniert nicht richtig. Sondern das geht nur, wenn die Menschen durch das eigene Tun haben, dass sie diesem Ideal ein Stück weit näher gekommen sind. Und da glaube ich jetzt, da würde ich dann schon sagen, da brauchen wir dann vielleicht doch diese Orte, wo man sich verständigt, wo man gegenseitig lernt. Obwohl uns der Druck, der Zeitdruck im Nacken sitzt. Das ist wirklich, da gebe ich dir völlig recht. Und ich habe in meiner Not und das ist für meine politische Biografie auch nicht so einfach gewesen, wo ich mich auch von meiner eigenen Position her niemals auf der Seite der Reformisten definiert habe. Aber in meiner Not, dass wir nicht warten können, bis wir die Kraft und das Wissen haben, die große Revolution, die dann von heute auf morgen alles verändert, darüber nachgedacht, ob wir nicht vielleicht, weil wir jede Chance nützen müssen, eine andere Vorstellung von Reformismus brauchen. Einen radikalisierten und vor allen Dingen einen Beschleunigten, der sich unterscheidet von dem sozialdemokratischen Reformismus, der jetzt die Aufgaben nicht mehr wird lösen können. Aber ein radikalisierter und beschleunigter Reformismus wäre zum Beispiel insofern anders, indem er intensiver in die ökonomische Verfügung eingreift, was ich vorhin versucht habe darzulegen. Indem er eine andere Vorstellung von Demokratie hat und da muss man, letzter Punkt, damit es nicht wieder so lange wird, auch nochmal über den Rätegedanke nachdenken. Der Rätegedanke stammt aus einer Zeit, in der sozusagen die alte Ordnung mehr oder weniger am Boden lag und ist die Chance für die rebellierenden Massen, die vor allen Dingen ja proletarische Massen, Arbeitermassen waren, sich selbst zu organisieren. Und der Rätegedanke war der Versuch, diesem Prozess der Selbstorganisation eine Form zu geben, um dann auch die Selbstwirksamkeit hinzukriegen. Der Rätegedanke baute darauf auf, man macht jetzt alles selber. Weil da, wo es Obrigkeit gab, ging das immer schief. Das ist erstmal super. Und in der jetzigen Situation, wo der Parlamentarismus wirklich sich nur noch abschottet gegenüber gesellschaftlich progressiven Bewegungen, ist das ein toller Gedanke und der ist wunderbar. Und das ist auch das, was mich fasziniert an der letzten Generation und anderen. Aber wir werden relativ schnell auch dazu kommen, dass wir ohne Repräsentation und nur sozusagen mit dem eigenen Machen auch an Grenzen stoßen. Wir brauchen ein neues Verhältnis von dem, was wir Menschen zutrauen, wie wir ihnen trauen, wie wir an sie Aufgaben delegieren und von dem, was wir selber machen wollen. Weil wir werden nicht alles über Basisbewegungen organisieren können. Wir brauchen eine Mischung von Repräsentation und von dezentraler Verfügung. Gerade wenn wir global denken. Und da müssen wir ein Stück weiter denken. Und deswegen ist der Rätegedanke ein super Impuls, aber er wird uns an verschiedenen Stellen dann auch nicht weiterführen und da müssen wir dann neu denken. Also Strich drunter. Und wenn es auch nur die kleinen Schritte sind und wenn sie nicht die große Lösung bringen, wenn sie dazu führen, dass man spürt, dass das andere Bessere möglich ist, dann haben sie sich schon gelohnt. Ja, vielen Dank. Ich wollte das Gespräch gerne weiter nochmal auch über diese Diskussion über den zivilen Ungehorsam. Die Demokratie, die du eingebracht hast, eine der letzten Texte von Hannah Arendt war zu zivilen Ungehorsam. Sie wollte, dass er in der Verfassung aufgenommen wird. Jemand, die viel besser über Hannah Arendt und aber auch Wissenschaft sprechen kann als ich, ist Maike Weißpflug, die das vorher nicht so gut machen könnte. Und deswegen wollte ich jetzt vorschlagen, du bleibst hier, Renate, und ich gehe jetzt dahin, wo du sitzt, Maike, und du kommst jetzt wieder zurück auf die Bühne. Okay, also es geht um zivilen Ungehorsam und Demokratie. Ich versuche jetzt gerade aus meinem Schlummer wach zu werden und dem gemütlichen Zuhören. Ja, aber ich will vielleicht eher Fragen stellen und dich nochmal fragen. Meine Frage ist tatsächlich, ziviler Ungehorsam hat ja immer ganz konkrete Forderungen auf die Straße gebracht und eigentlich auch dieses Zusammenhandeln angeregt. Und jetzt sagt ihr aber, wir müssen Macht erzeugen, um wirklich dann zu sagen, die Politik, und das war eben auch deine Frage, soll es richten. Und da nochmal die Frage, habt ihr darüber nachgedacht, dass es vielleicht auch andere Wege gäbe, sozusagen diesen zivilen Ungehorsam weiterzuentwickeln? Also der zivile Widerstand oder Ungehorsam, wir nennen das jetzt ziviler Widerstand, bewegt sich ja in einem demokratischen Rahmen. Und die Demokratie ist das gerade, was wir versuchen zu bewahren, weil in Zeiten der Klimakrise geht die Demokratie kaputt. Klimakrise oder Klimaschutz und Demokratie können nur zusammengedacht werden. Die Demokratie kann nur erhalten werden, wenn wir angemessen den Klimaschutz betreiben. Und Klimaschutz lässt sich am besten in demokratischen Verhältnissen betreiben. Also das ist so der Ausgangspunkt. Und jetzt ist die Frage, okay, was ist effektiv und was hat schnell Möglichkeiten, einen schnellen Wandel, den wir jetzt brauchen, herbeizuführen? Wir reden seit 30, 50 Jahren. Wir sind nicht überrumpelt seit gestern. Oh Gott, jetzt auf einmal liegt uns die Zeit im Nacken, sondern es ist ja schon, bevor ich geboren worden ist, war das schon ein Thema der Zeit. Den Club of Rome gab es schon. Uns ist dieses Problem sehr bewusst. Und jetzt sagen wir so, ja, hold your horses. Es ist so, ihr verliert zwar gerade eure Zukunft, aber lasst uns jetzt erstmal nochmal noch weiter drüber reden und noch weiter diskutieren. Der Zug ist abgefahren. Wir haben die Lösungen parat. Die Lösungen liegen auf der Hand. Wir haben auch sowas wie ein Bürgerrat Klima schon gehabt, wo wirklich Maßnahmen erarbeitet worden sind und an die Politik weitergegeben worden sind mit einem Maßnahmenkatalog, was alles eingespart werden kann, wie wir es schaffen können, sozusagen jetzt einen schnellen Wandel hinzulegen. Leute haben das durchgerechnet. Maja Göbel, Ulrike Herrmann, Claudia Kempfert. Das sind echt tolle Bücher, die man auch lesen kann. Tolle Autorinnen, tolle WissenschaftlerInnen. Es liegt alles auf der Hand, aber leider sind diese Vorschläge in den Schubladen der PolitikerInnen verschwunden. Und es wurde nichts von den Maßnahmen großartig eingeführt, aber es ist auch nicht in der Bevölkerung aufgefallen, weil niemand von diesem Bürgerrat Klima ungefähr wusste. Es war nur so ein geschwindend geringer Prozentsatz, der Bevölkerung wusste überhaupt von diesem Bürgerrat Klima. Also brauchen wir eine viel, viel größere Aufmerksamkeit auf so einem Gesellschaftsrat, der halt sich eine große Frage stellt und nicht irgendwie nur so Ernährung. Wie schaffen wir es jetzt 2024 irgendwie eine tolle Ernährung irgendwie uns hier hinzubauen, sondern wir brauchen eine allumfassende Frage, nämlich anhand dieser physikalischen Gegebenheiten. Wie schaffen wir es rauszukommen aus den fossilen bis 2030? Ich weiß, ich wieder betone das sehr oft, damit das wirklich in die Köpfe der Leute reingeht, dass das unsere physikalische Notwendigkeit ist. Was war jetzt die Frage nochmal? Sorry, jetzt habe ich so was geholt. Die Frage war tatsächlich, ob ihr darüber schon mal nachgedacht habt, ob das ausreicht, wirklich nur die Frage an die Politik zu richten. Wir haben ja hier schon viel berechtigte Rückfragen gehört. Was ist eigentlich die Politik und ist es nicht wichtig für eine gesellschaftliche Veränderung tatsächlich mehr in Bewegung zu setzen? Und meine Frage war so ein bisschen suggestiv. Darunter steckt natürlich hier die Aufforderung, ein bisschen noch die Gedanken voneinander Arendt einzustreuen und euch vielleicht ein bisschen in diese Richtung zu inspirieren. Vielleicht zu überlegen, könnte so ein Bürgerrat zum Beispiel einfach Teil des politischen Systems werden, statt nur einmal so eine Art Plan zu entwickeln, der da umgesetzt wird. Und müsste das nicht auch auf vielfältigeren Ebenen und an allen Orten stattfinden? Weil das ist ja auch so ein Ergebnis unseres Gesprächs heute, dass diese politische Kraft des zivilen Ungehorsams, des gemeinsamen Handelns vielleicht stärker implementiert werden müsste. Und man könnte auch jetzt schon damit anfangen, an verschiedenen Orten, also statt nur sozusagen moralisch darauf hinzuweisen, was in die Bewegung... Weil ich habe so das Gefühl bei der letzten Generation, jetzt verlasse ich allerdings auch den Pfad von Hannah Arendt, dass es sozusagen so eine Grenze gibt, dass es ganz, ganz viele Menschen gibt, die hinter den Ideen stehen, diese Dringlichkeit sehen, aber sich dieser Bewegung politisch nicht anschließen. Und dazu gehöre ich zum Beispiel selber auch. Ich denke, ich verstehe den Punkt total, den ihr habt, aber das gemeinsame politische Handeln wird durch das, was ihr tut, nicht in Bewegung gesetzt. Und wir hatten jetzt sehr viele Gedanken, die in diese Richtung gehen. Und vielleicht, ich merke schon so ein Nicken von der rechten Seite. Aber darf ich da noch drauf eingehen? Es geht nicht um eine einmalige Sache und dann ist der Drops gelutscht, sondern es geht darum, dass wir wirklich so eine Institution etwas etablieren, was nachhaltig langfristig ist. Was wir als Problem haben, ist ja, dass wir alle vier Jahre wählen gehen, unser Kreuz setzen und die PolitikerInnen sehr auf Klientelpolitik aus sind und auf die Wiederwahl aus sind. Das ist halt einfach nicht, weil die Leute irgendwie die PolitikerInnen oder sowas irgendwie böse sind oder doof sind, sondern es ist einfach in diesem System gefangen, wo es halt immer um Wiederwahl geht und um Kurzfristigkeit somit. Und das müssen wir durchbrechen. Wir dürfen nicht mehr nur kurzfristig denken bei einer Krise, die langfristig und nachhaltige Lösungen braucht. Und dafür könnte so ein etabliertes Gremium wie der Gesellschaftsrat, der sich genau so welchen großen Fragen annimmt, könnte sozusagen ein sicheres Gremium sein, was halt über die Wahlperioden hinaus Maßnahmen vorgibt oder einen Plan ausarbeitet, wie wir es schaffen, da rauszukommen und wie wir es schaffen, langfristige Lösungen zu erarbeiten und nicht nur kurzfristig in dieser Wiederwahlperiode. Es ist schon eine Sicherheit, auf die man da hinstrebt. Und dann auch noch, na klar denkt man viel darüber nach, wäre nicht was anderes viel besser oder können wir das auch anders erreichen, aber es geht ganz klar darum, friedlich auch zu bleiben, weil wir sind alles Menschen, die auf Gerechtigkeit und Sicherheit aus sind. Das sind ganz normale Menschen, die da mit auf die Straße gehen, die protestieren, die für ein besseres Leben, für eine bessere Zukunft einstehen. Niemand will hier irgendwie Gewalt ausüben. Und außerdem ist auch ziviler Widerstand in der Geschichte viel erfolgreicher gewesen, wenn er friedlich war und nicht mit über Gewalt. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, nach dem man hier betonen muss. Und da wieder die Frage, was wäre eine Alternative als friedlicher ziviler Ungehorsam, als Räume zu schaffen, wo Leute zusammenkommen und wirklich auf Augenhöhe Verständnis füreinander entwickeln und einen konkreten Plan ausarbeiten. Genau, ich glaube jetzt sollen einige reagieren. Magst du beginnen? Ich würde so wahnsinnig gerne Kesse-Frage zum Schluss stellen. Okay. Darf ich das? Ja klar. Was ist denn daran ziviler Ungehorsam? Ich habe immer unter zivilen Ungehorsam verstanden, das muss wehtun, das muss alle diese Institutionen in Frage stellen. Die müssen zittern, alle müssen darüber reden, müssen sagen, das darf doch nicht sein. Nein, das ist ziviler Ungehorsam. Aber du sprichst von einem interessanten Projekt, aber der hat für mich gar nichts mit zivilem Ungehorsam zu tun. Interessant, in manchen Gremien ist das Gewalt, wenn man sich auf die Straße setzt gegenüber anderen. Wehtun kann man unterschiedlich. Ich meinte nicht nur wehtun so. Nein, nein, ich weiß. Aber es ist mit welchen verschiedenen Gruppen man bespricht, da hatten Leute ganz andere Auffassungen von. Aber es gibt 158 Arten des zivilen Ungehorsams. Die muss ich jetzt hier nicht auflisten, das ist eine ganze Wissenschaft für sich. Und Straßenblockaden zählen dazu als eine größere Einflussnahme auf Gesellschaft und Politik, als zum Beispiel Petitionen unterschreiben oder zur Wahl gehen oder Großstreiks, Großdemonstrationen. Das ist eine Form des zivilen Ungehorsams, wenn man sich das in der Wissenschaft anguckt. Okay, I'm very sorry to interrupt you right now. Es tut mir wirklich leid, dass ich euch unterbrechen muss. Aber eure Zeit ist um. Jetzt sind wir dran. Sorry, musste gesagt werden. Eure Zeit ist jetzt auch. Vielen Dank. Applaus Okay, dann kann ich euch ein kleines Update geben. Wir sind sehr weit gekommen. Ganz spannend. Sehr, sehr spannend ist es. Es rockt da hinten mit euren Beschwerden. Oh, I'm sorry. Okay, but just this once. Einmal ganz kurz, ganz wichtig, weil ich mich sonst in den Arsch speist, weil ich mich richtig ärgere. Ich habe ja davon gesprochen, dass wir versuchen, eine Massenbewegung auf die Straße zu bringen. Und was wir neu ausprobieren, sind die Massenblockaden auf der Straße des 17. Junis. Einer hat schon stattgefunden, da waren knapp 1000 Leute da. Wenn wir jetzt immer mehr Leute mit auf die Straße bringen können, dann schaffen wir es wirklich, diese Straße voll zu bekommen. Und am 25.11. machen wir wieder so eine Massenblockade. Kommt alle mit dazu. Es wäre schon viel mehr Masse und wir können vieles Großes erreichen. Also bitte 25.11. kommt mit auf die Straße des 17. Junis. Dankeschön. Okay, jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich... What is it? It's right up. It's right up there. Okay, es ist auf jeden Fall sehr spannend da hinten. Und wir wollen ein bisschen was mit euch teilen im Voraus, weil das nächste Mal, wenn wir auf die Bühne kommen, dann werdet ihr auch diese Seiten bekommen mit ganz viel Text, eure Beschwerden. Ein kleines bisschen umgeschrieben, musste ja wegen dem Rhythmus ein bisschen geändert werden. Aber nicht viel, gar nicht viel. Wir haben uns auch auf einen Titel geeinigt. Ich hoffe, es gefällt euch. Es heißt, labert weniger, lacht mehr. Das ist unser Liedtitel. Also das ist eine von eure Beschwerden. Genau. Ich würde sagen, falls ihr nicht auf die Toilette geht oder gehen müsst, muss ich euch immer noch daran erinnern, das ist so, würden wir euch ein kleines Häppchen jetzt vorspielen und zwar der Refrain vom Lied. Weil das ist das, was ja hängen bleiben wird. Are you ready, Fred? Okay, I can't remember... Oh ja, genau. Also wir machen es... Without Rhythm or with... Without? Wir machen es ohne Rhythmus. Also es gibt einen Rhythmus, da müsst ihr euch irgendwie so reinfühlen. Und wir fangen an... Ohne Rhythmus. Ohne Rhythmus erstmal, so ein bisschen langsam. Das Lied ist sehr schnell, aber wir machen es erstmal ein bisschen langsam für euch, damit ihr auch mitgehen könnt. Irgendwas ist hier komisch. Und es ist monoton, es gibt keine Melodie. Also alle können es singen, selbst nicht Sänger und Sängerinnen. Okay, let's go. Der Chor ist kein Chor. Ohne, ich habe schon falsch gespielt. Okay, let's go. Der Chor ist kein Chor, es sind nur zwei. Linker Kind schnervt, der Stift schreibt nicht. Obst und Gemüse in Plastik. Deutschland Autostadt stinkt. Did I do it wrong? Ja. Okay. Ja, also offenbar müssen wir noch ein bisschen üben, aber das ist ja kombinieren und ich bin auch halb taub, leider. Das ist nicht so einfach. Ja, ich kann... Sollen wir noch irgendwas? Hat ihr Lust nur auf noch ein Häppchen? Ein kleines Häppchen nur. Okay. Ja, klatschen musst ihr noch nicht. So weit sind wir noch nicht. Oh, mit dem Beat. Okay. Entschuldigung, das muss immer so ein bisschen verschiedene Sprachen. Also so schnell wird es sein, ja? Ich denke immer, beim Singen ist es natürlich auch besser, wenn man steht, ne? Weil dann kann man ja gleich so Hüfte bewegen und so weiter und dann bekommt man gleich Lust. Okay, dann spiele ich aber nicht, du spielst dann. Ich kann einfach nur ein bisschen singen. Es fängt dann so an. Heute 25 Euro Busgeld für Fahrradfahren auf dem Bürgersteig. Gibt es wirklich nichts Wichtigeres? Und jetzt irgendwas, was ihr kennt. Ja, meine Frau ärgert mich ständig bei Dingen, die mir Spaß machen. Ein Sumpf in Herne reicht uns nicht. Und so und so und so, ja? Warte mal. So, genau. Also auf sowas ähnliches könnt ihr euch freuen. In circa eine Stunde. Aber, ne? Wir gehen nochmal nach hinten und machen alles fertig. Und dann seid ihr dran. Mit uns zusammen. Jetzt wisst ihr, worauf ihr euch einzustellen habt. Jetzt gleich kommen wir zur dritten Runde. Ihr habt gut durchgehalten, muss ich wirklich sagen. Die dritte Runde bitte. Auf die Bühne. Didem. Isabella. Wo ist Caro? Setzt euch einfach dahin, wo ihr es am gemütlichsten findet. Und wir haben einen Platz frei. Und ich habe gehört, hier gibt es... Sabine, da bist du ja endlich. Wir haben keinen Platz mehr frei. Wunderbar. Setz dich gerne dahin. Dann nimmst du dieses Mikrofon. So. Dritte Runde. Wir gehen gleich in medias res. Vielleicht, ich bin so schlecht mit vorstellen. Ich mache es trotzdem ganz kurz. Didem. Du wolltest deinen eigenen Namen sagen. Der macht sich gerade über mich lustig, weil... Vielleicht ist euch das nicht bekannt. Viele migrantische Menschen in Deutschland können ihre eigenen Namen nicht ordentlich aussprechen. Ich gehöre zu dieser Gruppe. Ich habe noch nie jemanden offen darüber sprechen hören. Ich kann das eher nicht rollen. Mein Nachname heißt Eidomusch. Zum Glück ist es nicht mein Vorname mit einem R. Genau. Also Eidomusch heiße ich mit Nachnamen. Aber so spricht man es definitiv nicht aus. Ich habe mich nicht über sie lustig gemacht. Wir haben vorhin das abgesprochen. Die DEM ist im Parteivorstand der Linken, weil sie letzte Person, die ich gefunden habe für diesen Rat. Und als sie mir sagte, hat er Doktorarbeit geschrieben über Demokratie und Nachhaltigkeit, dachte ich, super, jetzt ist die Runde rund. Sie wird uns einige Sachen sagen mit einem Lächeln im Gesicht, die ihr gar nicht so freundlich sind, wie sie aussieht. Aber darauf können wir uns jetzt schon freuen. Carola Rackete. Muss ich vorstellen? Ich glaube nicht. Muss ich vorstellen, ja. Okay, hier steht ja Europa den Räten, weil die Europawahl nächstes Jahr ansteht und dann könnt ihr sie wählen. Sie hat sich entschieden, als Vertreterin von sozialen Bewegungen einzusteigen in den Wahlkampf und wollte auch genau in dieser Runde sitzen, der eine Runde ist aus sozialen Bewegungen. Menschen, die mit sozialen Bewegungen in irgendeiner Form zu tun hatten, aber natürlich in den anderen Runden auch. Das geben wir zu. Sabine Haag, du bist Akademikerin und Aktivistin. Wir sprechen mal mehr über den Aktivismus, aber als Akademikerin bist du hier in Berlin an der Universität Gender Studies. Als Aktivistin, wir haben uns kennengelernt, weil unteilbar du mit die vielen Ich kooperiert haben und du hast auch noch viele andere Sachen gemacht, wie wir schaffen das und hast jetzt auch mit diesen Aufruf zur Verteidigung der Migrationsgesellschaft verfasst und engagierst dich da seit vielen Jahren. Isabelle Rogner ist Aktivistin bei Deutsche Wohnen enteignen. Wir haben viel von euch gehört und viel über euch gesprochen und jetzt wirst du uns noch mehr dazu erzählen können. Ich will eigentlich gar nicht so viel moderieren, wie ihr merkt. Ich will einfach, dass wir sofort loslegen. Wir haben jetzt schon sehr viel gehört. Ihr habt ja sehr engagiert immer teilgenommen. Steigen wir doch am besten gleich mit dir ein. Wir haben jetzt viel von Lina gehört über letzte Generation. Wir haben von Sabine gehört, dass die Idee der Räte und der Vergesellschaftung auch historisch eng miteinander verwandt sind. Die Idee der Vergesellschaftung ist in die Verfassung eingewandert. Sie kommt eigentlich aus der Novemberrevolution. Es ist ein Stuhl hinzugestellt worden. Du hast eine orangen Karte. Ja, wunderbar. Bevor wir weiterreden, stell dich bitte kurz vor. Vielleicht kannst du das Mikro geliehen bekommen. Danke. Hört man mich? Okay. Hi, ich bin Maik. Ich bin bei den Vereinen Klimamitbestimmung und Mehr Demokratie. Ich beschäftige mich sehr viel mit Volksentscheiden, Bürgerräten, Planungszellen und all diesen Dingen und hätte hier einige Punkte hinzuzufügen. Aber ich freue mich auch erst mal, euch zuzuhören. Super. Ja, wir waren bei der Vergesellschaftung und der Verfassung, weil wir das von Sabine gehört haben und ihr seid also diejenigen, die diesen Paragraf wachgeküsst haben. Wie habt ihr das gemacht und wie geht es jetzt weiter? Also unsere Juristinnen würden jetzt, glaube ich, als allererstes sagen, es ist kein Paragraf, es ist ein Artikel. Und dass uns das aber allen gar nicht so sehr auf dem Schirm ist, liegt, glaube ich, eben daran, dass es diesen Dornröschenschlaf gab, von dem Sabine Nuss ja immer spricht. Mir ist es, glaube ich, wichtig zu sagen, dass wir das nicht alleine gemacht haben, weil ich konnte in der Runde gerade eben eigentlich an ganz viele Dinge anknüpfen und habe mir super viele Notizen gemacht und stehe jetzt vor der Herausforderung, nichts zu wiederholen von den vielen sehr klugen Sachen, die schon gesagt worden sind. Also es ist eben kein Projekt, was es erst seit 2018 gibt, auch wenn wir da mit dem Artikel 15 angefangen haben und es ist eben auch kein Projekt, was sozusagen ja irgendwie am Reißbrett entworfen wurde und dann so einer Gesellschaft übergestülpt wurde, sondern es kommt eben aus einer langjährigen Mietenbewegung in Berlin, ohne die das auch alles niemals geklappt hätte. Und deren Wegen ist vielleicht auch nicht so einfach auf andere Situationen übertragbar ist. Und trotzdem glaube ich, man kann viel davon lernen und das ist vielleicht das Interessante heute Abend. Wir haben das gemacht, vielleicht tatsächlich auch, indem wir uns die Frage gestellt haben, in welcher politischen Situation befinden wir uns. Ich finde das wirklich, das hat mich gerade richtig gepackt, als du das erzählt hast, Demora. Und dann angefangen haben, aber mit einer Idee, in die wir utopische Kraft gesteckt haben, so wie Hans-Jürgen das gerade gesagt hat. Am Anfang vielleicht mit unterschiedlichen Perspektiven darauf, ob das klappen kann oder nicht. Also ich weiß, dass da durchaus auch Leute dabei waren, die heute zu mir sagen, naja, wir haben halt mal diesen Artikel auf dem Flyer geschrieben und dann haben wir geguckt, was passiert ist. Und jetzt sitzen wir hier. Also ich glaube, an diese Dinge muss man irgendwie glauben. Und aber eben auch diejenigen, die dann gesagt haben, wir ziehen das jetzt durch. Und das hat funktioniert durch Organizing. Der Begriff ist heute Abend in der Form noch nicht gefallen, aber es ist letztendlich das, was wir an vielen Punkten meinen. Und deswegen ist es mir, glaube ich, wichtig, den nochmal zu nennen. Genau. Und was ich jetzt gerade aus der Debatte von vorhin mitgenommen habe und ich versuche mich zu begrenzen, weil nämlich auch diese Runde vereinbart hat, dass wir nicht viel länger als zwei Minuten sprechen wollen, ist, ich glaube, wir haben ja gar nicht nur über Räte gesprochen, sondern über partizipative Politik im Allgemeinen. Und da ist DWE einmal ein Beispiel dafür, wie das vielleicht aussehen kann, diese partizipative Politik, die wir uns so sehr wünschen. Nämlich einmal im Entstehungsprozess des Volksentscheids, der eine Massenbewegung war in Berlin. Dann in der direktdemokratischen Abstimmung, die es gegeben hat, mit all den Einschränkungen, die unser Wahlrecht leider hat. Das muss man immer dazu sagen. Und dann eben auch in der Konzeption unserer Anstalt öffentlichen Rechts. Das war ein furchtbarer, sperriger Begriff, aber ein tolles Ding. Nämlich das öffentliche Unternehmen, in das die Wohnungen überführt werden sollen. Und auch das hat tatsächlich ein Rätesystem, das ich heute Abend gar nicht ausführlich beschreiben kann. Aber wenn es euch interessiert, Gemeingut wohnen, ganz tolle Broschüre über diese AR. Und auf der anderen Seite ist DWE eben auch ein Beispiel dafür, wie partizipative Politik in einem demokratischen System mit Füßen getreten wird. Denn wir sitzen hier über zwei Jahre nach der Abstimmung und es ist nicht umgesetzt worden, obwohl wir eine Demokratie haben. Und das zeigt eben auch, es ist nicht so leicht. Und ich glaube, das knüpft extrem an an die Punkte, die du gerade genannt hast. Nämlich, dass es halt nicht innerhalb von wenigen Jahren funktioniert. Sondern das sind lange Prozesse und vielleicht ist es in 50 Jahren vergesellschaftet. Ich weiß es nicht, aber ich glaube eben, es braucht langjährige Organisationen und es gibt keine schnellen Lösungen. Und das ist aber auch der Grund, warum ich dieses Projekt nicht aufgebe. Und warum ich kein Urteil darüber fälle, ob wir jetzt erfolgreich waren oder nicht. Denn ich weiß es nicht. Ich weiß, dass wir immer noch hier sind. Ich weiß, dass heute Leute das Wort Enteignung in den Mund nehmen, die das vor fünf Jahren nicht getan hätten. Und ich weiß, dass wir auf dem Weg zur Vergesellschaftung so viele Schritte machen werden, die unerlässlich sind. Und dass es erst zu Ende ist, wenn es gut ist. Ja, vielen Dank. Ja, man kann viel von euch lernen und es ist ja auch gerade viel in Vorbereitung. Wir hatten auch gehofft, dass jemand von RWE enteignen oder Aldi enteignen wurde. Hat jemand gesagt, wir haben ein Schild daraus gemacht. Es gibt viele verschiedene Konzerne, die enteignet werden könnten. Und es gibt viele verschiedene Vorstellungen, von was Vergesellschaftung beinhalten könnte. Und als ich mit dir, Caro, gesprochen hatte, da hattest du gesagt, du möchtest über einen Bereich besonders sprechen, der auch besonders wichtig ist, wo du dich besonders engagierst. Einen Bereich, der auch die Vergesellschaftung verdient hätte, wo man sich mit Konzerninteressen anlegt und der betrifft unsere Ernährung. Ja, das habe ich gesagt, aber es ist so lange her, dass wir uns unterhalten haben und seither ist so viel passiert, sodass ich jetzt doch über was anderes reden werde. Künstlerische Freiheit. Außerdem redet die dann total gerne über Ernährung und aber wir haben halt einfach so viel gehört, dass ich denke, das, was ich ursprünglich mir aufgeschrieben habe, passte jetzt gar nicht mehr so gut. Und ich wollte auf diesen Punkt mal zu kommen, der zuvor genannt wurde. Also Räte kann ich mir super gut vorstellen und will dazu zwei Beispiele aus Irland mal kurz zitieren. Es gab vor ein paar Jahren mal ein Beispiel in Irland oder ein Rat zur Abtreibung. Obwohl Irland relativ konservativ ist, hat man sich dann dort gemeinschaftlich entscheiden können, dass Abtreibung straffrei sein soll. Wurde dann nachher auch umgesetzt oder beschlossen vom Parlament. Es gab jetzt neulich einen Rat zu Biodiversität. Wir haben ja nicht nur die Klimakrise, sondern auch das sechste Massensterben der Arten. Gerade beim letzten Mal sind die Dinosaurier ausgestorben. Naja, auch dieser Rat hat ziemlich interessante und progressive Sachen erstmal vorgeschlagen. Zum Beispiel, naja, den Kapitalismus wollten die nicht gleich abschaffen. Dafür waren die Leute vermutlich auch relativ ungleich oder unterschiedlich, die dort waren. Und was sie aber gesagt haben ist, wir sollten weg von dieser Maßnahme vom Bruttoinlandsprodukt. Wir sollten eine Wellbeing-Economy schaffen. Also immerhin eine Art von anderem Wirtschaftssystem. Das ist, glaube ich, relativ progressiv dafür, dass man denkt, dass dort einfach irgendwelche 100 Leute waren. So, ich glaube, das wird nicht umgesetzt. Jetzt, weil an diesem Punkt trifft ja der Vorschlag von diesem Rat, und das war auch in Frankreich mit dem Klimarat so, auf die Kapitalinteressen. Und das ist der große Unterschied. Und dann kommt man ja wieder an den Anfang, wo wir eben schon waren, wo ist denn der Druck, dass das wirklich umgesetzt wird. Für mich heißt es nicht im Umkehrschluss, ich habe hier jetzt auch keine Lösung, für mich heißt es nicht im Umkehrschluss, dass man keine Räte oder keine Bürgerbeteiligung oder irgendwie sowas machen sollte. Im Gegenteil, ich glaube, das kann super sinnvoll sein, insbesondere, wie wir es auch gehört haben, auf kommunaler Ebene. Zum Beispiel Ernährungsräte gibt es da auch, das war jetzt das Beispiel aus der Landwirtschaft. Weil ich glaube, dass das eine gute Form sein kann, um diese sogenannte Demokratiemüdigkeit aufzuhalten, wo Leute fühlen, sie werden nicht gefragt, sie können sich nicht beteiligen und so weiter. Und ich glaube, dass das ein bisschen was tun kann gegen den Rechtsruck an mancher Stelle. So, ich glaube, oder ich wollte eigentlich fragen, ob es hier irgendeine Person gibt, die sich super mit Chile auskennt oder vielleicht aus Chile kommt. Okay, ich sehe niemanden. Ja, okay, weil dort gab es ja so 2019 sehr, sehr viel Proteste, die sich am Wirtschaftssystem hauptsächlich aufgehängt haben, das wahnsinnig neoliberal ist in Chile. Sogar das Wasser ist dort privatisiert und es waren wirklich, Chile hat 17 Millionen Einwohner, es waren ungefähr zwei Millionen teilweise auf der Straße. Die Polizei, das Militär war sehr gewaltvoll. Am Ende hat Chile es aber geschafft, praktisch zu erwirken, dass es eine neue Konstitution dort geben, eine neue Verfassung geben soll. Dafür gab es sehr viele Assembléas, also im Prinzip Räte, ist sehr spannend, die dann Vorschläge erarbeitet haben. Es wurde über längeren Zeitraum eine neue Verfassung praktisch ausgearbeitet. Die wurde am Ende dann wieder der gesamten Wählerschaft zur Abstimmung gestellt. Und was ist passiert? Massive Propaganda von rechts, viel Geld der Konzerne. Am Ende wurde diese super progressive Verfassung dann abgelehnt. Gut, heute wurde mir nicht aufgetragen, irgendwas besonders Positives oder Hoffnungsvolles zu sagen. Das ist jetzt einfach nur die Zusammenfassung davon, man kommt wieder ans selben Punkt. Jetzt könnte man wieder nur dahin kommen, die Konzerne haben sich am Ende durchgesetzt. Jetzt bräuchte man wieder die Massenbewegung auf der Straße. Ich weiß nicht weiter, was wir machen sollen, deswegen gebe ich weiter an, Didem. Das ist ganz schön frech, ne? Wir haben jetzt mal... Also, es hört sich ja fast so an, als ob Caro und ich uns abgesprochen hätten. Vielleicht machen wir doch gemeinsame Sache. Wir haben uns eben schon darüber unterhalten, ob wir uns Ökosozialistinnen nennen oder ob das irgendwie unbeliebt ist. Ich habe da eine klare Antwort zu, ich bin halt Ökosozialistin, man muss die Sachen auch beim Namen nennen. Deborah hat eben erzählt, dass sie ihre Doktorarbeit dazu geschrieben hat, über die Konsequenzen vom Klimawandel und, ich glaube auch generell Umweltverschmutzung, auf die menschliche Gesundheit. Nun, und sie hat gesagt, ja, aber das wissen wir alle schon. Ich habe das Gegenteil gemacht. Ich habe mir was gesucht, wo alle denken, das ist so und ich habe das auseinandergenommen und herausgefunden, das ist nicht so. Und zwar wird immer behauptet, Demokratie ist gut, um nachhaltige Politik zu machen. Und dann habe ich mal die These aufgestellt, vielleicht ist Demokratie eher ein Hindernis für Nachhaltigkeit. Und dafür wurde mir ein Doktortitel verliehen. Das heißt, die anderen Professoren haben das auch irgendwie, haben das irgendwie schlüssig zumindest wiedergegeben. Da stehen wir natürlich vor dem Ding. Und ich könnte jetzt auch über Habermas reden und Ostrom und ich würde das unheimlich gerne tun, weil die anderen haben das nämlich auch gemacht. Aber wir wollen ja mehr Partizipation und wir haben ja schon über Hierarchien bei genau solchen Räten gesprochen. Und wenn ich jetzt anfange, mehr über Habermas zu sprechen und was ich daran doof finde und warum er eigentlich Mitschuld ist an unserer Misere in Deutschland und der Art, wie wir kommunizieren, dann schließe ich ganz viele Leute aus. Und das mache ich nicht, deswegen verweise ich euch alle darüber dazu, dass ich euch das gerne gebe. Genau, dass ihr gerne, meine Doktorarbeit ist frei erhältlich, weil wie gesagt Sozialistin und so, die könnt ihr einfach runterladen und da steht das dann auch drin. Das Ding ist ja, und das Gesine ist jetzt nicht mehr hier, ich duze immer alle. Also ich will mal flache Hierarchien, also habe ich mir angewöhnt, alle zu duzen, deswegen wird von mir nicht gesiezt. Wenn ihr das gerne möchtet, müsstet ihr mir das explizit sagen, dass ihr gesiezt werden wollt. Da bin ich bereit für, aber normalerweise nicht. Das Ding ist ja, im Kapitalismus wird Macht ja vererbt. Wirtschaftliche Macht wird vererbt. Das heißt, also andere Länder, wir nennen das Lobbyismus, was wir so mit Parteien spenden machen. Andere Länder würden das Korruption nennen. Ja, und wir sind aber, wir sind in einer Welt, in der dann, also ich bekomme ganz viel Geld, Vermögen und das kann ich dann einsetzen. Das gebe ich dann der FDP, damit die gegen das Tempolimit arbeitet. Ja, und das ist natürlich ein grundsätzliches Problem, wenn man sagt, man will den Kapitalismus nicht abschaffen. Weil der Kapitalismus ist eigentlich das größte Problem für die Demokratie. Ich will eigentlich unheimlich viel erzählen, deswegen dürft ihr nicht so oft klatschen. Das Ding ist, es gibt auch so ein Buch, Carbon Democracies, wo es darum geht, der sagt, Demokratie ist erst so richtig entstanden, weil die Arbeiterinnen konnten die Schienen blockieren. Ja, da ging es um Kohle und zwar wortwörtlich Kohle. Und durch die gebündelte Energie, die man dann blockieren konnte, hatten die Arbeiterinnen, in der Regel waren es da Arbeiter, in der Kohlearbeit, hatten die eben die Macht, wirklich dann auch der Wirtschaft weh zu tun. Und diese Situation haben wir heute nicht mehr. Also wir können jetzt nicht so einfach die Bitcoin abschalten oder so. Also wenn jemand weiß, wie man das Internet abschaltet, ich glaube, das wäre eine gute Blockade. Vielleicht würden wir da neue Rechte erkämpfen. Aber was grundsätzlich heute noch nicht gesprochen wurde, ist, es gibt einen Unterschied zwischen den verschiedenen Zielen. Demokratie ist ein Ziel. Partizipation, wir wollen, dass alle mitmachen. Auch wenn nicht alle mitmachen wollen, das müssen wir uns als Linke auch manchmal eingestehen, es wollen einfach nicht alle mitmachen. Manche wollen auch einfach nur vom Fernseher hängen und das ist auch okay so. Das von oben herab zu beurteilen, das ist eine Art von Elitismus, da bin ich nicht dabei. Also die Person, die vom Fernseher rumhängen will, die tut niemandem was Böses. Also meinetwegen, wenn ihr nicht partizipieren will, musst ihr auch nicht partizipieren. Also einmal Partizipation als Ziel, zum anderen Nachhaltigkeit als Ziel. Wir machen ganz oft Vermischung. Wir tun so, als ob das eine Mittel zum anderen ist. Das ist es aber nicht. Da müssen wir analytisch ganz genau drüber nachdenken. Und da wurde ja heute auch schon ganz viel darüber diskutiert. Und deswegen kann ich auch Caro keine gute Antwort geben, was wir denn jetzt machen sollten. Also ich finde vor allem, machen sollten analytisch eben das voneinander trennen und sagen, wir wollen mehr Partizipation, wir wollen mehr Beteiligung und Demokratie. Und zum anderen sagen, es gibt aber eine Zwei-Grad-Grenze, an die müssen wir uns halten. Da war Liene von der letzten Generation, hat ja recht. Und da bin ich auch ein bisschen frustriert mit so den linken Ideen, die dann immer so sagen, ja, aber wir müssen erst das und das. Weil für mich ist linke Klimapolitik oft so wie so ein brennendes Haus. Da gucken Leute raus. Und eine Wissenschaftlerin, die steht davor und sagt, es brennt. Und dann sagen die Linken, ja, aber das kannst du doch dem Arbeiter nicht erzählen. Aber das Schnitzel. Und ach, erst mal muss soziale Sicherheit. Ja, aber währenddessen brennt das. Das ist mein Vergleich, so kommt mir das öfter mal vor. Und da müssen wir aufpassen, dass wir nicht Leute dann auch frustriert da lassen. Also ich bin voll dabei mit den hochintellektualisierten Reden, mit denen wir dann darüber nachdenken, wie wir das machen. Aber andererseits verstehe ich natürlich auch die Frustration, wenn hier jemand von der letzten Generation sitzt und wir darüber reden, dass wir nochmal genau die gesellschaftlichen Verhältnisse, an materiellen Verhältnisse uns angucken müssen. Wenn gleichzeitig eben die Welt brennt, und da haben wir heute auch noch nicht so viel drüber geredet, das wird aber wahrscheinlich Carola nochmal machen, wenn nämlich der globale Suden schon noch viel mehr brennt und da verschiedene Menschenrechte gegenüberstehen. Es geht ja nicht, es geht um Zielkonflikte. Die Zielkonflikte sind real. Wenn wir nicht irgendwie anfangen, die planetaren Grenzen zu beachten und unser materiellen Wachstum, unser Wirtschaftswachstum zurückfahren, dann wird aus der Klimakatastrophe eine Klimaapokalypse. Noch ein Ding, ich habe jetzt schon wieder furchtbar lange geredet. Ich finde Wirtschaftswissenschaft auch total interessant. Ich habe mir überlegt, wie kann man im Kapitalismus Bereiche abnehmen, Aldi und Co. enteignen, wollte mir niemand einen Text schreiben. Dann habe ich ganz lange über Lebensmittel, ja, so ein Schild, ja, habe ich lange über so Lebensmittelpreisdeckel nachgedacht und ich habe selber einen Entwurf gemacht für ein Konzept, das könnt ihr dann nachher auch euch angucken. Das wäre nämlich dem Kapitalismus so ein bisschen Platz wegnehmen. Das wäre praktisch machbar. Ich habe mit mehreren Wirtschaftsprofessoren darüber gesprochen, also mein kleiner Werbeblock zu Lass uns alle in die Räte gehen und Leute davon überzeugen, dass es einen Kartoffeldeckel gibt. So viel zur Ernährungspolitik. Letzter Satz, es wird nicht besser werden. Und wir sollten das den Menschen auch nicht erzählen. Ich glaube, dieses Gefühl, die Politikverdrossenheit kommt ja auch von der Unehrlichkeit, ja, die diesen Leuten begeht. Wenn man sagt, wir müssen nichts ändern, es geht alles weiter so grün angestrichen und so weiter, ja, das fühlen die Menschen ja, dass es nicht ehrlich ist. Und natürlich haben viele von uns das noch nicht so richtig verstanden, wie schlimm das eigentlich ist. Allein zwei Grad, wie schlimm zwei Grad schon sind. Zwei Grad sind in einigen Teilen der Welt acht Grad durchschnittliche Erwärmung, ja. Deswegen plädiere ich immer dafür, wir müssen ehrlich sein, um Leuten die emanzipatorische Chance zu geben, auf die Strafe mit uns zu gehen und zu kämpfen. Solange wir aber sagen, ja, es kann noch so weitergehen und das machen halt viele Politikerinnen, haben wir ein großes Problem. Und da ist die Ampel ganz groß dabei, die Politikverdrossenheit weit weiter zu produzieren. Sabine, du hast auch ein Buch geschrieben über die Ethik der Kohabitation. Du benutzt das S-Wort nicht. Du benutzt viel das Wort Demokratie. Du sprichst über Formen, Kohabitation des Zusammenlebens, aber nicht nur in der Gesellschaft als Menschen, es geht darüber hinaus, auch nichtmenschliche Lebensformen sind anbezogen. Du hast eine sehr, finde ich, poetische Sprache entwickelt auch. Und du sprichst auch teilweise ähnlich wie Gesine Schwan über, wenn es jetzt Bürgerinnen rät oder es sagt, du hast über Caring Citizenship und dafür Worte. Und eigentlich beschreibst du immer mehr oder weniger, was wir etwas prosaisch, nüchtern so die Zivilgesellschaft nennen, in verschiedenen Formen. Und das ist ja einer der wichtigen oder auch sehr diffusen Akteurinnen, die wir immer so adressieren, auch in diesen Gesprächen. Was wäre denn dein Take da drauf? Ich habe tatsächlich in Vorbereitung auf heute Abend gemerkt, dass ich über Räte gar nicht wirklich nachgedacht habe, als ich dieses Buch geschrieben habe. Und musste mich da erstmal so ein bisschen hindenken. Und ich will jetzt auch ein bisschen anders anfangen. Partizipation ist als Stichwort schon gefallen. Aber bevor ich anfange, will ich noch etwas anderes sagen. Wir treffen uns hier heute am 9. November. Der 9. November ist nicht nur der Tag der Räte. Der 9. November ist auch der Tag der Pogrome in Deutschland. Der 9. November ist auch der Tag der faschistischen Kutsche und Aufstände. Der Zerstörung von demokratischen Strukturen, der Zerstörung von Rätestrukturen, der Zerstörung von Teilhabe und Gemeinschaft. Und ich glaube, das sollten wir nicht außen vor lassen, wenn wir am 9. November über Räte in einem emanzipatorischen Sinn reden. Weil das gehört, in der ersten Runde war schon viel davon die Rede, dass wir sozusagen auch die historischen Bedingungen in den Blick nehmen müssen, die so etwas wie spontanes Bewusstsein, war der eine Begriff, der gefallen ist, möglich ist. Also dass Menschen sich mobilisieren. Mein Begriff wäre dazu, dass Menschen aufstehen und gehen und Verhältnisse verlassen, die sie behindern und bedrücken. Aber um das tun zu können, braucht es ziemlich viel. Es hat sehr, sehr viele Voraussetzungen. Und über diese Voraussetzungen habe ich mir in diesem Buch, wo es um eine Frage von, was ist eigentlich eine andere Idee von Gemeinschaft, die demokratisch ist, die, wie Silvia Federici sagt, eine Lebensweise sein muss, die nicht auf dem Leid anderer gründet. Das ist sozusagen die erste Minimalanforderung, die gegeben sein muss, also die nicht auf dem Leid anderer gründet und die frei von Zwang und Gewalt für alle ist. Das ist überhaupt die Voraussetzung, dass wir so etwas wie Räte in diesem, ja schon demokratischen Sinne, wie er heute Abend hier diskutiert worden ist, sprechen können. Aber dieses Recht auf Zugehörigkeit, auf Gemeinschaft ist eins, was in unserer Welt vielleicht das derzeit prekärste Recht und das umstrittenste Recht ist. Das heißt, ich würde sagen, wir brauchen zunächst einmal ein Grundrecht auf Gemeinschaft, ein Grundrecht auf Zugehörigkeit. Wir brauchen ein Recht, dass alle, es gibt diesen Song von der Band, Wir sind Helden, gekommen, um zu bleiben. Und das hat einen sehr schönen Refrain, gekommen, um zu bleiben, wie ein perfekter Fleck. Gekommen, um zu bleiben, wir gehen nicht mehr weg. Das ist, glaube ich, das, wo unser Denken und auch das politische Handeln in der Zeit anfangen muss. Wir haben heute auch schon darüber gesprochen und wir sind gerade wieder in einer Situation, in der sich dieses Land und auch Europa abschottet. Und der Bundestag wird in den nächsten Tagen eine Resolution diskutieren und mit hoher Wahrscheinlichkeit verabschieden, die, ja, ich glaube, man kann sagen, völkisch-nationalistische Elemente enthält, dessen, wer zur Gemeinschaft gehört und wer nicht dazugehört und nicht mehr dazugehören soll. Ich muss das, glaube ich, jetzt hier nicht ausführen, wer damit jeweils gemeint ist. Aber wir erleben doch genau diese, wir erleben das Gegenteil von dem, was der Geist hier im Raum ist oder der Geist, der hier im Raum beschworen werden soll, nämlich ein Raum von Partizipation, von Zugehörigkeit, was wir in Tat und Wahrheit gegenwärtig erleben, ist die Erfahrung von faschistischer Marginalisierung, der Androhung von Vernichtung und des Ausschlusses. Und ich glaube, wir können, also, ja, das ist jetzt vielleicht nicht so optimistisch und in die Zukunft gerichtet, aber wenn wir uns dem nicht zuwenden, brauchen wir über Räte aus meiner Sicht gar nicht zu reden. Ja, vielen Dank, wenn ich da kurz das aufgreifen darf, weil wir auch so begonnen haben und kurz, auch was zum 9. November gesagt haben, bevor wir diskutiert haben. Ich möchte ganz kurz noch ein bisschen mehr dazu sagen, weil das auch unmittelbar mit Räten zusammenhängt. Wir haben jetzt viel über das Ende des Ersten Weltkriegs gesprochen, weil wir da die große Räte-Revolution hatten. Es lohnt sich aber auch, über das Ende des Zweiten Weltkriegs zu sprechen. Wir haben das gestern zum Teil schon getan. Wir haben uns in der ersten Veranstaltung auf Buchenwald bezogen, in der zweiten auf das Manifest von Ventotene, das sehr wichtig war für eine Vorstellung von einem anderen antifaschistischen Europa. Und ich will es unmittelbar zu den Räten sagen, sehr wenig bekannt ist die Geschichte, dass es nach 1945 eben die sogenannten Antifa-Kos gab. Antifa-Komitees, das waren Formen von Räten. Und was sie sich vor allem zunächst gekümmert haben, war überhaupt das Überleben in der Nachkriegszeit, in der unmittelbaren Nachkriegszeit zu ermöglichen. Es gab auch viele explizite Frauen Antifa-Kos, die haben dann sich zunächst um das Überleben gekümmert. Aber dann fing es, was ich immer auch ganz toll natürlich finde, sofort an so einer Art Kulturarbeit damit Hand in Hand zu gehen. Das kennst du gut. Du kümmerst dich auch darum, dass Menschen mit traumatisierten Erfindungen sofort Zugang haben, eben auch zu Kulturarbeit und zu Bildung. Und das ist natürlich im Moment, wir reden hier über Europa, den Räten, das ist natürlich so ein, erst mal so ein Slogan, der hat aber natürlich so einen Hintergrund. Das ist einerseits der Hintergrund von dem Manifest von Ventotene, geschrieben während der faschistischen Zeit auf einer faschistischen Gefangeneninsel. Und es hat andererseits, ich habe am Anfang erzählt, als dieser Hitlerputsch 1923 auch an dem 9. November eben bewusst gewählt an dem 9. November 1923 stattgefunden hat, ist kurioserweise auch der Tag, wo die Pan-Europa-Union gegründet wurde. Das sind jetzt nicht die progressive Variante des Europa-Gedankens, ganz im Gegenteil. Aber die Frage, was wir natürlich jetzt gestern gesucht haben, was wir auch morgen weiter diskutieren würden, gibt es eben so eine progressive Vision. Momentan sieht es nicht danach aus. Momentan ist die europäische Zusammenarbeit eher darauf angelegt, eben sich abzuschotten und auszuschließen. Aber wenn man an eine andere Version von Europa anschließen will, dann lohnt es sich, so historisch zu verorten, wie es auch eingefordert wird. Und dann kommt man eben auf diese Geschichten. Und dann aber kommt man schnell wieder auf die 100-jährige Geschichte des letzten Weltkriegs und kommt auf die Vergesellschaftung und die Sozialisierung. Was ich so toll finde, und es gibt so Fotos, das wurde ja 2018, 2019 viel aufgearbeitet, so Dokumentationen, auch gerade hier in der Stadt, diese großen Streiks, diese Streikbewegungen. Man sieht die faschistischen Soldaten, also die ersten Nazis, diese Konterrevolutionäre, die dann die Räte zusammenschießen, sieht man vorne im Bild und hinten an der Litfaßsäule steht groß Sozialisierung. Das steckt so viel drin in diesem Bild. Vorne sind die, die es kaputt machen und hinten ist diese Forderung. Deswegen würde ich schon gerne, wenn wir über Räte reden und Teilhabe dann auch immer in Verbindung zur Vergesellschaftung und zur Vorstellung von Sozialisierung und würde schon nochmal so die Runde drehen und das nochmal kurz zu dir, bevor ich dich auch gerne hören würde, aber was zu dieser Frage, was, ihr habt das mit dem Wohnen angefangen, kein Zufall, aber wenn man anfängt, die verschiedenen Bedürfnisse, die einfach befriedigt werden müssen, die eigentlich ein Menschenrecht auf Wohnen müssen geben, es gibt ja noch weitere. Was glaubst du, kann man von euch, von eurer Art Politik zu machen lernen und in welche Bereiche sollte es weitergehen als nächstes? Ich würde das gerne beantworten, wenn ich darf. Aldi und Co. enteignen. Wir sprechen immer über Energieversorgung und Wasserversorgung als Gemeingüter, aber die größte, eines der größten Sachen, die Versorgung sind, überlassen wir fünf Riesen. Also es ist eigentlich eine Antwort, aber es ist vielleicht auch eine Bitte. Ja, die MitstreiterInnen waren gerade draußen und sind jetzt vielleicht noch hier im Raum, ich weiß es nicht genau, sie sind auf jeden Fall auch da. Wir können das auch nochmal diskutieren. Ich wollte jetzt eigentlich gerade sagen, ich würde gerne erstmal das eine Projekt zu Ende bringen, weil wir sind ja noch nicht fertig. Und ehrlich gesagt, wenn wir das schaffen, dann ist das so ein revolutionärer Umbruch, bei dem ich glaube, dass der uns noch vor unvorhergesehene Herausforderungen stellen wird, dass ich glaube, ich gerade dabei bleiben würde, meine Energie da reinzustecken. Und ich würde aber gerne, also ich weiß, du hast mir auch eine Frage gestellt, aber ich möchte eigentlich trotzdem gerne auf was eingehen, was die denn gesagt hat, weil mich hat sehr viel bewegt von dem, was du gerade erzählt hast und zwei Dinge haben in mir so einen Widerstand ausgelöst und da würde ich gerne drauf eingehen, weil ich glaube, das ist eigentlich das, was wir heute Abend am interessantesten finden. Einmal hast du gerade gesagt, es wird nicht besser werden und das hast du glaube ich vor allem gemeint in Bezug auf die Klimakrise und ich kann dir da nicht widersprechen, denn es ist so und trotzdem möchte ich die Frage stellen, wen hat das je zu irgendwas bewegt? Also wo kommen wir damit hin? Das verstehe ich nicht, weil mich bewegt es zu nichts, mich bewegt sozusagen die Aussicht darauf, etwas verändern zu können und ich glaube, wir schaffen das nicht anders, außer wenn wir diese Aussicht anbieten. Egal wie schlimm es ist und ich weiß, wir haben zu wenig Zeit und es gibt zu viel zu tun und wir sind gerade zu wenige Menschen und nichtsdestotrotz müssen wir diese Aussicht anbieten. Und der zweite Punkt, ich weiß, es kocht schon in dir, aber der zweite Punkt, den ich noch machen möchte ist, du hast gesagt, wir als Linke machen oft den Fehler, dass wir dann irgendwie sagen, man kann das den Arbeitern nicht erzählen und ich halte das auf jeden Fall auch für einen Fehler, weil ich glaube, also das entspricht nicht meinem Menschenbild. Ich würde aber sagen, doch, aber wir kriegen das nicht hin. Also wir finden die Sprache dafür nicht, um das den Leuten zu erzählen und das fängt sozusagen hier an. Also es würde mich wundern, wenn hier im Raum mehr als fünf Menschen wären, die nicht studiert haben und das hat doch einen Grund, weil halt sozusagen die Kommunikation, die wir dazu haben, das nicht hinkriegt und weil wir diese krasse gesellschaftliche Spaltung haben, dass wir als diese gesellschaftlichen Gruppen gar nicht miteinander in die Kommunikation treten. Und ich bin total dankbar dafür, dass es die letzte Generation gibt, weil ich glaube, dass sie eine ganz bestimmte Rolle erfüllt, nämlich den eines radikalen Rands, der dann Räume eröffnet für andere Bewegungen. Ich glaube, so funktionieren soziale Bewegungen und trotzdem glaube ich nicht, dass das ein Massenphänomen werden wird, weil es sozusagen nicht anknüpfungsfähig ist für ganz viele Menschen und ich glaube, es braucht dann beides. Ich würde da mal frech drauf antworten gleich, ja? Lass mal dem Mike was sagen. Ich würde die Fragen gerne direkt beantworten, nämlich Nummer eins, Hoffnung. Hoffnung kann auch dazu führen, dass ich nichts mache. Also Hoffnung kann auch sein, so schlimm wird es ja nicht, dann kann ich ja jetzt nochmal nach Malle fliegen. Lufthansa hat Rekordzahlen dieses Jahr vermeldet. Das heißt, es gibt tatsächlich Clive Hamilton, Umweltethiker, australischer Umweltethiker seit Ewigkeiten, der sagt zum Beispiel, dass Hoffnung uns im Weg steht vor Veränderung. Weil wenn man wirklich weiß, dass alles auf dem Spiel steht, mobilisieren wir. Nummer zwei, habe ich schon was verdrängt? Ach, man kann das den Arbeiter nicht sagen, das sage nicht ich. Das kriege ich entgegengeworfen. Also ich habe zehn Jahre Vereinsfußball gespielt, ich spreche fließend Arbeiter. Also das ist halt eine Frage, das ist eine Respektlosigkeit, vor allem von der Linken oft. Also ich spreche von der gesellschaftlichen Linken, ist das eine Respektlosigkeit, zu sagen, das kann man irgendwem nicht erzählen. Es ist wirklich eine Frage der Sprache und da sind wir wieder bei Zugehörigkeit. Es ist auch eine Frage, wie ich dieser Person zugehörig reagiere. Wenn ich die Person, ich will der Person irgendwie was erzählen von oben herab, dann fühlt sie sich mir nicht zugehörig, dann sehen wir das nicht. Aber wenn ich die Person auf Augenhöhe, wenn ich der Person auf Augenhöhe begegne und wir irgendwie eine gemeinsame Identität haben, wir reden zusammen über, boah, die Lebensmittelpreise sind wieder so kacke. Und wir reden zusammen darüber, oh, es war dieses Jahr wieder so heiß und so. Ja, wenn wir eine gemeinsame Sprache finden, eben genau, da ist die gemeinsame Identität auch, dann glaube ich da schon dran. Also es begegnet mir einfach nur unheimlich oft. Das habe ich gerade zitiert. Ja, ja, ich sage ja auch, wenn ich ich sage, meine ich uns. Also wenn ich das finde, dann sage ich, das kann man, das müssen alle, also es geht ja, ich gebe ein Beispiel anhand von mir, wie es funktionieren kann und sage ja nicht, du musst das so machen, sondern ich habe nur das Gefühl, dass diese Art von Strategien in meinem politischen Leben, in meinem aktivistischen Teil halt funktionieren. Warum muss man den Arzt immer was sagen? Das kann ich nicht sagen. Das habe ich doch gesagt. Also, das habe ich doch gesagt. Das habe ich doch gesagt. Das kann ich nicht verteidigen. Das hat sie gesagt, da würde ich jetzt mal verteidigen wollen. Das hat sie gemeint. Das hat sie gemeint. Das hat sie gemeint. Ja, vielen Dank. Heute Abend wurden so viele Dinge gesagt, von denen ich einige Elemente aufgreifen will, über die ich mir auch in Kombination, vor allem schon sehr lange Gedanken mache. Und ich will kurz nochmal ganz kurz spezifizieren, von welchem Rätemodell ich rede. Also, ich rede von doppelt stratifizierten, ausgelosten Bürger- oder Zukunftsräten. Ich mag den Begriff Zukunftsrat mehr als Bürgerrat oder Gesellschaftsrat von mir aus. Ich rede nicht von Arbeiter- und Soldatenräten. Ich gehe nicht aus, die haben eine andere historische Tradition. Kann man diskutieren, ist jetzt aber nicht der Punkt. Mein Begriff momentan nicht. Also, die Carola hat das wunderbare Beispiel Irland angebracht. Und der Witz bei Irland, ohne da jetzt im Detail drauf eingehen zu können, war ja so ein bisschen der, dass der Bürgerrat, der stattfand, eben in der breiten Masse der Gesellschaft tatsächlich auch diskutiert wurde. Sprich, er wurde in den Medien diskutiert. Es gab da eine breite Beteiligung. Und dann danach, weil es eben ein Verfassungsartikel war, der geändert werden musste, um die Abtreibung durchzusetzen, gab es einen Volksentscheid. Sprich, das Prinzip war, man hat eigentlich, ich sage mal, eine vernünftig kanalisierte Diskussion, die auf Konsens basiert war, das institutionelle Prinzip von Zukunftsräten, wie sie designt sind, ist Konsensfindung, hat man einen Volksentscheid vorgeschalten. Ich glaube, dass in der Kombination dieser beiden Prinzipien eben das Demokratie-Update der Zukunft liegt, das wir eben alle brauchen, um weiterzukommen, weil wir uns einig sind, dass Diktaturen nicht die Lösung sind. Das ist erstmal ganz grob Nummer eins. Was gibt es jetzt an weltweiten Entwicklungen aus den letzten vielleicht 40, 50 Jahren, die man vielleicht hier in Kombinationen potenziell denken könnte, würde ich gerne mal so holzschnittartig ein paar einwerfen. Die erste Geschichte ist, wir reden ja immer davon, dass wir uns auf Augenhöhe begegnen sollen. Und das wird ja jetzt auch in Zukunftsräten sozusagen geleistet, wenn man das Sample groß genug macht, genug Leute sozusagen anschreibt, dann kriegt man das auch hin, dass die mit einer gewissen statistischen Signifikanz verschiedene Gesellschaftsschichten abbilden, die sich dann eben auf Augenhöhe treffen. Die Sache dabei ist, dass es in einem geschützten Raum stattfinden muss, damit die Leute sich trauen, aus sich rauszugehen. Gerade Menschen, die jetzt vielleicht einen geringeren Bildungsabschluss haben und vielleicht noch mehr Angst haben, zu sprechen in einer Gruppe, fühlen sich in Kleingruppenkontexten sicherer, ihrer Stimme zu äußern, als zum Beispiel jetzt hier auf einer Bühne. Das Problem ist jetzt, wie kriegt man diese Mini-Deliberation zurückgespiegelt in die Masse der Gesellschaft? Wie kriegen wir das hin, dass der Rest sozusagen diesen Sachen folgt und eben jetzt nicht wie zum Beispiel in Chile bei dem Verfassungskonvent viele Dinge, die beraten werden in kleineren Kreisen, eben die Masse der Leute nicht so erreichen, wie sie das vielleicht könnten und deswegen eben auch der mediale Impact dann so groß ist von den rechten Thinktanks, dass sie das Ding absägen. Oder auch in Frankreich, Corporate Interests, Macron und so weiter. Und was ich dabei jetzt noch mal kurz einwerfen will, bevor ich zu dem eigentlichen Punkt komme, ist, dass es in Deutschland ja der Vorläufer von den Bürgerräten die sogenannte Planungszelle war, die damals von Ludger Dinell mit dem Nexus-Institut ins Leben gerufen wurde und wo es erstmal nur darum ging zu gucken, wie kann man denn lokal, wenn es um Infrastrukturmaßnahmen ging, also zum Beispiel, wo baue ich meine Schiene lang, meine Straße oder es gibt hier irgendeine Müllhalte, keine Ahnung, wie strukturieren wir das, so, dass möglichst die Interessen der lokalen Anwohner drumherum vernünftig balanciert sind. Damit ging das eigentlich los. Und dafür gibt es auch tatsächlich in der Wissenschaft sehr viel mehr, also die Idee davon war immer, dafür mehrere parallel zu schalten und zu gucken, was sind denn da die Outcomes, sind die vergleichbar und dann zu sagen, okay, das ist jetzt das, was wir hier als Empfehlungskatalog an die Politik übergeben. Und diese Parallelschaltung ist halt auch so ein bisschen das, was der ganzen Sache mehr oder weniger auch ein gewisses Vertrauenslevel mit erzeugt hat, weil man dann eben gesehen hat, also wenn es jetzt halt nur ein Rat ist, ein Gesellschaftsrat, da sitzen jetzt diese Leute drin, was wäre denn, wenn jetzt andere Leute drin sind oder wenn wir ein bisschen andere Beratung hätten, das ist halt ein Problem. Wenn man davon viele hat, die parallel schaltet, dann schafft man mehr Vertrauen für das Prinzip dahinter und dass das vielleicht wirklich so etwas wie einen allgemeinen Willen oder Diskussionswillen abbilden kann. Was gibt es jetzt für Chancen, das zu demokratisieren und zu digitalisieren? In 2014 hat sich in Taiwan das sogenannte Sandflower Movement gebildet. Die haben sich sozusagen gegen Handelsabkommen mit China gestellt und dabei auch digitale Demokratiemethoden verwendet auf Basis von dem Tool Polis. Polis ist ein Open Source Tool, das da mit zum Einsatz kam, aber auch in anderen Kontexten, die ich gleich nenne, wo es mehr oder weniger darum ging zu sagen, wie schaffen wir es denn, dass alle möglichen Leute im Internet ihren Input geben können, ohne dass es eben zu dieser Fraktionalisierung kommt, wie das zum Beispiel bei Facebook und anderen Sozialnetzwerken immer der Fall ist. Das Prinzip dahinter war, man hat nicht erlaubt, dass Leute direkt an Kommentare kommentieren konnten und deswegen die Trollarmee auftreten konnte, sondern man hat einfach nur geguckt, welche Kommentare wurden quasi gesammelt und hat die sozusagen geclustert und geguckt, okay, wir haben hier ganz verschiedene Cluster, hunderttausende Teilnehmer und geschaut, wo sind zwischen den einzelnen Clustern die Konsense und dann gab es die Möglichkeit, Sachen hoch und runter zu voten und es hat sich dabei gezeigt, dass quasi über die Zeit die Sachen hochgevotet wurden, die am Ende des Tages mehr dem Konsensprinzip entsprochen haben. Jetzt wurde Polis eben auch eingesetzt beim Referendum in Uruguay und auch bei dem Klimabürgerrat in Österreich. Das heißt, dieses Tool hat gezeigt, dass es sich sowohl im digitalen Raum für Bürgerräte als auch für Volksentscheide nutzen lässt und man prinzipiell diese beiden Dinge A zusammen durchziehen könnte, wenn man das wollte und B eben auch digitalisieren könnte. Damit kommen wir wieder zurück zum vorhergehenden Punkt. Theoretisch wäre es aus meiner Sicht heraus möglich, wenn man eben mit einer entsprechenden Kapazität dieses Netzwerk groß macht und dann auch politisch natürlich mit einer sozialen Bewegung verknüpft nach vorne bringt. Das ist halt der Prozessleiter Gottes, der dahinter steht. Die Gesellschaft zu tiefen demokratisieren und sowohl die Diskurs, ich sag mal, Qualität zu verbessern, als eben auch die Geschwindigkeit dieser ganzen Geschichten. Weil das ist ja das, was wir brauchen. Wir brauchen bessere Entscheidungen, wir brauchen sie schneller. Momentan ist es halt schon so, dass China schneller ist als wir mit vielen Dingen und dass wir schneller werden müssen als die, weil wir sonst auch den globalen Systemkampf verlieren, meiner Ansicht nach. Und ich glaube, dass die Lösung in dieser Richtung liegt und ich würde noch gerne eine kurze Einwand machen zum Thema, so kriegen wir das insgesamt hin, Markt versus Staat, Kapitalismus, das Kapital kontrolliert den Staat. Ich sehe das anders. Ich glaube, dass eigentlich der Staat die Wirtschaft kontrolliert, dass es aber momentan die Wirtschaft halt schafft, durch ihren Lobbyismus ihre Gesetze über unsere Exekutive so schreiben zu lassen, dass eben permanent das Großkapital davon profitiert. Ich glaube, dass wir das mit den eben genannten Methoden extrem stark einhegen könnten und dann auch ganz anders diskutieren könnten, welche Art von, ich sage jetzt mal, gesellschaftlichen Formationen der Eigentumsverwaltung wir wollen. Wir könnten ein riesiges Montragon haben, auch wie in Spanien die Genossenschaft, in Deutschland, mannigfaltig. Wir könnten AGs abschaffen, wir könnten GmbHs einfach abschaffen. Aber der Punkt ist, dass ich glaube, der Kampf darin liegt, den Staat zu verändern. Ich habe für die EU-Ebene keine Antwort. Ich glaube, es müsste erst mal in einem Land passieren, damit andere Länder hoffentlich auf den Zug aufspringen, eine bessere Antwort habe ich auch nicht derzeit. Aber ich glaube, dass da die Möglichkeit liegt, das System tatsächlich zu verändern und dass es halt meiner Ansicht nach endlich mal eine Partei bräuchte und eine gigantische soziale Bewegung, die das halt massenweise so auf den Straßen proklamiert und dafür kämpft, dass Demokratie-Update und Ökonomieveränderung und eben auch die ökologische Frage grundsätzlich immer nur zusammen diskutiert werden. Ja, vielen Dank, Mike. Ja, auch, dass du dir einfach den Stuhl genommen hast, dich dazu gesetzt hast, das ist nochmal so ein echtes Plädoyer für die Räte eben auch als Lernort. Das fand ich jetzt sehr gut zu hören. Ich wollte nur sagen, ihr seid für mich irgendwie Teil der Diskussion die ganze Zeit und auch wenn ihr hier sitzt und ihr sollt euch auch jederzeit, Renate hat das auch gemacht, einfach reingerufen, euch zu Wort melden. Ich würde auch nicht ganz aus der Moderation aussteigen, aber ich kann mich gerne, wir haben extra stufenweise hier die Bühne gemacht, ich kann mich auch hier hinsitzen, den Stuhl freilassen, dann könnt ihr euch hier einfach hinsetzen und mitdiskutieren. Ihr seid ja quasi schon längst Teil der Diskussion. Ich dachte vielleicht... Können wir noch die Frage, können wir die Ebene noch einwerfen, weil wir haben heute nämlich von niedrigen Ebenen, nur bevor ich das vergesse... Aber ich meine jetzt nicht so die Ebene so, sondern wir sprechen einerseits von Räten in Europa und andererseits haben wir ganz kleinteilig heute Morgen, so kommt mir das schon vor im Kopf, also heute Morgen haben wir ganz kleinteilig davon gesprochen auf kommunaler Ebene und ich finde, da muss man auch und da möchte ich vielleicht, bist du da die Richtige zum Antworten oder irgendjemand anders, da müssen wir unterscheiden. Also es gibt halt Entscheidungen, die sind super einfach für mich zu verstehen, ohne dass ich Zeit dafür brauche und da geht es nämlich darum, nicht eben auf die Arbeiter herabzugucken, sondern auch zu realisieren, wer 40 Stunden arbeitet und sich noch irgendwas einarbeiten müsste, der hat ein Problem oder halt keine Zeit dafür, das heißt, wir müssen das mal zeitfrei schaffen, das machen ja einige Beräte, aber dass zum Beispiel ein Unterschied ist, ob wir regional für irgendwas für den Krötenteich uns überlegen oder ob wir auf großer Ebene über Klimaemissionszertifikate diskutieren müssen. Das hatten wir heute noch gar nicht. Eben die Frage, auf welcher Ebene machen Räte Sinn? Machen Räte auf allen Ebenen Sinn oder gibt es da Beschränkungen? Ja, da würde ich noch mal gern zum Abschluss dieser Diskussion eben auch eine Lands für die europäische Ebene brechen, weil es braucht natürlich einerseits eher lokale und kommunale Räte, um direkt eingreifen zu können, aber wir scheitern ja auch ständig an der Beschränkung durch den Nationalstaat. Und es ist, wie auch immer, welche Gestalt die Europäische Union jetzt hat, es war in seiner Gründungsphase immerhin der Versuch einer supranationalen Koordination. War es. Wir haben mehrere Antifaschistinnen, die direkt aus den Lagern kamen, die eine große Rolle gespielt haben in der föderalistischen Bewegung, die sehr schnell, wir sprechen ja Anfang der 50er Jahre, keine Rolle mehr gespielt haben. Das heißt, es gibt vielleicht davon erstmal keine wirkliche Spur zu erkennen, wenn man sich die Europäische Union in ihrer jetzigen Gestalt ansieht. Das verstehe ich gut, dass der Neoliberalismus dort sozusagen Teil der DNA ist. Aber ich würde gern so ein Zitat von Paul Mason, das er über die Globalisierung gesagt hat, auf die Europäische Union anwenden. Neoliberalismus überwinden und das europäische Projekt retten, lohnt sich aus meiner Sicht schon, denn wir brauchen, um der Klimakrise darauf zu reagieren, brauchen wir große Hebel. Da reicht uns nicht der Biobauernhof oder so. Da brauchen wir, die Montanunion wurde geschaffen, um Krieg zu verhindern. Es war ein revolutionärer Schritt in gewisser Weise, den, by the way, Leo Trotzki vor exactly 100 Jahren gefordert hat, als Reaktion auf die Ruhrbesetzung. Und es wäre auch ein starker Hebel, um direkt zu reagieren auf die Klimakrise und eine Dekarbonisierung einzuleiten. Deswegen habe ich gerne zugesagt, als die Anfrage kam, der Rosa Luxemburg-Stiftung im Kontext über Europa zu reden und finde, es macht Sinn, über Europa und Räte zu sprechen. Und bin auch froh, wenn wir jetzt hier kurz vor Schluss nochmal darauf gekommen sind. Es ist uns natürlich gleichzeitig auf die Füße gefallen, dass es eben diese zwei verschiedenen Seiten gibt. Die antifaschistische Geist des europäischen Projekts ist derzeit ziemlich schwach und es gab eben auch ein ganz anderes Europa. Die Nazis haben auch ein neues Europa gefordert. Sabine. Deswegen, ich habe schon angekündigt, ich setze mich hier gern zur Seite und kann ein bisschen weiter. Aber ich freue mich, wenn ihr hier einschaltet, ich freue mich auch über Wortmeldungen. Natürlich. Ich gebe dir mal ein Mikro. Ich freue mich auf die Frage. Guter Punkt. Sehr guter Punkt. Ich wollte nur kurz auf die Frage mit den Ebenen eingehen und dann vielleicht doch nochmal ganz kurz vielleicht was zur Partei Die Linke sagen, weil jetzt kann man sie ja wieder wählen, wenn ich das mal so sagen darf. Also ich hatte in meinem Input vorhin ganz absichtlich auch erwähnt, auf welchen verschiedenen Ebenen lokal, regional, national, international, die immer gleiche Inbezugnahme von Akteuren, Personen, Individuen aufeinander stattfindet, nämlich kompetitiv. Deshalb kann es auch nur auf allen Ebenen gleichzeitig die antineoliberale Ideologie, sage ich jetzt mal, genauso wie die Neoliberalen mit ihrer Mont-Pelerin-Gesellschaft die Ideologie verbreitet haben seit den 50er, 60er Jahren, muss auch so eine, wie soll ich jetzt sagen, eine andere Denkweise auf allen Ebenen alle durchströmen. Dazu braucht man diesen Kompass, man braucht einen Kompass. Und ich habe jetzt heute zufälligerweise mal gedacht, jetzt gucke ich doch mal im Nah-Europa-Wahlkampfprogramm, was da so drinsteht, weil in allen anderen Parteiprogrammen steht immer drin, Europa, wir müssen international wettbewerbsfähig werden als Deutschland. Das ist irgendwie auch bei der SPD durchgesetzt. Und die Partei Die Linke schreibt, durch die europäische öffentliche Kontrolle wird die neoliberale Wettbewerbslogik in der EU ausgehebelt. Also da ist schon mal ein Bewusstsein, was ich ganz großartig finde. Und ich glaube, dass wir diese Nicht-Wettbewerbslogik, die ja wie gesagt, ich sage es nochmal, der Motor ist für Profitmaximierung oder Gewinnmaximierung, dass wir die auf allen Ebenen, auch auf der persönlichen Ebene, wo wir auch privat, im privaten Kontext oft mit konkurrierenden Strukturen zu tun haben, dass es auf allen Ebenen stattfinden muss. Und in welcher Form und auf welchen Gremien, da finde ich natürlich auch nochmal richtig, dass die internationalen Kooperationen natürlich immer nur in Konkurrenz schon ihre Gremien und ihre Infrastruktur haben. Und da muss man rein. Also mit dem Klimarat habe ich vorhin auch drüber gesprochen, der muss eigentlich international sein, weil wir in der globalen Arbeitsteilung gar nicht mehr anders können. Und auch da schreibt, also ich bin nicht Mitglied der Partei, ich sage es gleich mal, aber auch da schreibt die Partei Die Linke in ihrem Europawahlprogramm, dass die Distanz zwischen Erzeugerinnen und Verbraucherinnen reduziert werden soll, wo hergestellt wird, soll verbraucht werden. Das finde ich total vernünftig. Warum müssen wir irgendwie die Lohnunterschiede in den verschiedenen Nationen ausnutzen und in Billiglohnländern produzieren, Dinge, die wir auch hier produzieren könnten und so weiter. Deshalb nochmal, also auf allen Ebenen. Du bist aber willkommen in der Partei, das ist manchmal auch ganz nett. Dann sitzen da nämlich so intelligente Frauen und zitieren einen. Also in der Wissenschaft wird ich nie zitiert, auf einmal aus dem Wahlprogramm wird ständig zitiert. Also komm rein. Ich würde gerne nochmal, haben wir noch Zeit, dass ich noch was einwerfe? Noch Zeit, bis der Chor wiederkommt und dann müsst ihr alle singen. Geil. Okay, zum Thema Europa und Räte dort auf dieser Ebene. Ich muss einfach zugeben, ich kann es mir immer noch ein bisschen schwer vorstellen. Also einmal Brüssel, die zweitgrößte Lobbyhauptstadt der Welt, 25.000 dort registrierte Lobbyisten, schlimmer ist es nur in Washington. Dann natürlich das Problem, dass das Parlament, was ja schon vernünftig legitimiert ist durch Wahlen, häufig weniger Mitspracherecht hat als eben der Rat oder die Kommission. Das heißt, naja, alles Gute, was aus dem Parlament kommen könnte, wird halt in schöner Regelmäßigkeit blockiert. Das heißt, auch da haben wir ein großes Demokratieproblem innerhalb dieser Institutionen und müssten einfach das Parlament extrem stärken. Dann denken wir jetzt einfach mal europäische Landwirtschaftspolitik oder Politik aus Brüssel generell betrifft die ganze Welt. Es gibt ja diesen sogenannten Brüssel-Effekt, weil wir halt unsere Ressourcen aus der ganzen Welt auch wirklich nach Europa holen. Das heißt, wenn ich mir jetzt irgendeinen Rat zum Beispiel zu Ernährung oder Landwirtschaft in Europa vorstellen würde, müsste ich da im Prinzip ja Menschen aus der ganzen Welt beteiligen. Ich fände es spannend. Also ich kann es mir nur einfach schwierig vorstellen, vor allem wenn es dann um die Umsetzung geht. Wie sollte ich denn zum Beispiel dann Leute aus meinetwegen Brasilien oder Indonesien, wo irgendwas angebaut wird, mit beteiligen und das dann in all diesen Staaten umsetzen? Also wir haben ja schon das Umsetzungsproblem, wenn es nur keine Ahnung in Berlin regional ist oder sowas. Und trotzdem fände ich das spannend und ich möchte noch auf einen Punkt zu sprechen kommen, den ich als nichts mit der Linkspartei zu tun, als Ökologin hier einfach mal einwerfen möchte. Und zwar die Frage, du hattest es auch schon ein bisschen aufgegriffen, wer gehört zu dieser Gesellschaft? Für mich gehören da auch die Nichtmenschen sozusagen dazu. Wir sind komplett abhängig vom lebenden Planeten und von allen anderen Wesen darauf, wir sind auch in einer Koalition entstanden und ich finde die Frage von den Rechten der Natur tatsächlich spannend. Wir hatten am Anfang hier mal die Kreuzkröte und wer spricht für die? Macht die dann da irgendwo auch mit? Wir haben oder andere Menschen haben in der Vergangenheit für die Rechte von bestimmten Menschengruppen gekämpft im Rechtskontext. Ich habe ein paar Freunde, die sich mit Rechten der Natur mehr beschäftigen. Das ist ein sich wahnsinnig schnell entwickelndes Feld und vielleicht kommen wir dahin, dass andere Wesen auch noch Rechte haben, aber das würde uns dann nochmal für ganz andere Fragen stellen, wie wir dann Räte machen wollen. Ja, du nixst so, vielleicht willst du was dazu sagen. Bitte, Sabine. Ja, wie das konkret aussehen kann, weiß ich auch nicht, aber ich habe das auch versucht zu argumentieren und bekomme dann oft die Frage zurück, ja, willst du dann das jetzt auch noch die Ameisen mitsprechen? Ja, in der Tat. Und wir müssen Wege und Formen finden, wie die nichtmenschlichen und nichttierischen Arten und der Planet mitsprechen. Wie das aussehen kann, dafür brauchen wir viel mehr Fantasie und Kreativität und Imagination, als ich sie irgendwie habe, alleine habe. Ich glaube, das kann nur kollektiv entstehen, aber wenn es richtig ist und ich bin davon überzeugt, dass es richtig ist, dass wir Bruno Latour hat das in seinem letzten Buch zusammen mit Nikolai Scholz in dem Memorandum für eine ökologische Klasse geschrieben, wir müssen den Planeten, von dem wir leben, in Einklang bringen mit dem Planeten, mit dem wir leben. Wir haben bisher sozusagen, ich meine, zu kapitalistischer Produktionsweise und Extraktion gehört ja auch, dass wir die Kräfte des Planeten auslaugen und ausgelaugt haben. Und wenn wir das nicht gestoppt kriegen und wenn wir das nicht umkehren und zu einem anderen gesellschaftlichen Naturverhältnis kommen, was, ich würde sagen, ein demokratisches eben sein muss, werden wir nicht überleben. Punkt. Wie das aussieht, wie das Sprechen des Planeten, der nichtmenschlichen und nichttierischen Arten aussehen kann, wie gesagt, da stehen wir glaube ich ganz am Anfang, dass das unumgänglich ist, ist aus meiner Sicht unstrittig. Damit hast du eigentlich eine Art Schlusswort gesprochen, Sabine. Jetzt werden wir gleich singen. Ich wollte als allerletztes euch mitgeben, weil das mir wichtig ist für die ganze Veranstaltung. Es gibt einen Text von Hannah Arendt, der heißt das sogenannte deutsche Problem aus der Nachkriegszeit und da schreibt sie über die Widerstandsbewegung, die sich koordiniert haben während dem Krieg. Sie haben alle eine Lösung gefunden, eine gemeinsame Lösung. Das war Europa, das war noch während des Krieges. Wenn wir uns an sowas nicht erinnern, dann stehen wir schlechter da, wenn wir ein faschistisches Europa verhindern wollen. Das glaube ich schon. Und jetzt, ich bin froh, dass der Chor doch noch so groß geblieben ist. Wir freuen uns jetzt darauf, mit euch allen zu singen. Ich bedanke mich für eure Ausdauer. Kommt morgen wieder. Es geht noch einen ganzen Tag Europa den Räten. Ich danke euch allen sehr. Jetzt sind wir alle ein Chor. Vielen Dank. Okay. The moment you have all been waiting for. Aber offenbar nicht so. Nicht alle. Einige sind bestimmt nur auf die Toilette gegangen, oder? Bisschen länger. Ja, genau. Jetzt alle auf dem Klo. Aber ganz wichtig, bevor andere gehen, noch nicht gehen, ihr dürft noch nicht gehen, diesmal kein Toilettenbesuch. Wir haben hier den Text zum Lied, ja, das verteilen wir jetzt, beziehungsweise ihr teilt es unter euch aus, ja. Da habt ihr bestimmt gute Ideen, wie man es effektiv machen kann, weil wir stehen hier und singen das Lied einmal vor. Es wird einmal vorgesungen. Ihr dürft ja mitlesen, sind beide Seiten gedrückt, ja. Steht auch erste Strophe, Refrain und so weiter, da findet ihr den Weg. das nächste Mal, das zweite Mal, wenn wir es spielen, dann singt ihr ja mit. Das ist das dann, ja, dann sind wir ein Chor. Okay. So, während wir das auslernen, ich habe beinahe vergessen, euch aufzufordern, kommt am 1. Dezember in den grünen Salon, den ihr jetzt schon kennengelernt habt, dort findet eine Veranstaltung statt, wer Räte machen möchte, komme am 1. Dezember in den grünen Salon. Ab 6 Uhr. Okay. 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 Ich hoffe, alle haben eine Kopie mittlerweile bekommen. Und ich hoffe, dass wir auch alles richtig gelesen haben und aufgeschrieben haben. I'm sorry for any mistakes. I mean, I'm not really sorry, but I'm a little bit sorry. Don't take it personally. Ja, nicht persönlich nehmen, wenn ich da irgendwas falsch eingetippt habe. Okay. Dann würde ich sagen, wir singen das einmal für euch. Ja, jetzt geht's los. Okay. Heute 25 Euro Busgeld für Fahrradfahren auf den Bürgersteig. Gibt es wirklich nichts Wichtigeres? Meine Frau ärgert mich ständig bei Dingen, die mir Spaß machen. Ein Sumpf in Herne reicht uns nicht. Es fehlt mir Jeremy Corbyn, Schaumweinsteuer abschaffen. Alle hören schlecht zu, niemand hört mir zu. Der Chor ist kein Chor, es sind nur zwei. Linker Kitsch nervt, der Stift schreibt nicht. Obst und Gemüse im Plastik. Deutschland, Autostadt stinkt. Ich habe Angst, kein Zimmer zu finden. Ich will offene Grenzen. Es riecht hier nach tausend Hierarchien. Meine Nachbarn sind zu laut, Toni Schlaumeier weiß alles besser. Wieder hat keiner die Küche sauber gemacht. Toxic Masculinity, ich habe Bierdust, doch ist es zu teuer. Keiner hört mir jemals zu. All zu weiten Leute, der Chor ist kein Chor, es sind nur zwei. Linker Kitsch nervt, der Stift schreibt nicht. Obst und Gemüse im Plastik. Deutschland, Autostadt stinkt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Viel zu viele Schilder auf der Bühne Urinierende Männer auf der Straße Aber wen, na wen interessiert das? Die Kriminalisierung der Seenotrettung Finde ich wirklich unerträglich Weiche Birnen, Lohnarbeit nervt Tax the Rich Again Tax the Rich make Amazon pay Global Structing on Black Friday Die Zerstörung der Natur und meine Einsamkeit Der Chor ist kein Chor, es sind nur zwei. Linker Kitsch nervt, der Stift schreibt nicht. Obst und Gemüse im Plastik. Deutschland, Autostadt stinkt. Der Chor ist kein Chor, es sind nur zwei. Linker Kitsch nervt, der Stift schreibt nicht. Obst und Gemüse im Plastik. Deutschland, Autostadt stinkt. Es fehlt mir Jeremy Corbyn Schaumweinsteuer abschaffen Alle hören schlecht zu Niemand hört mir zu Ich bin nur zwei. Du Ich bin nur zwei. Du Ich bin nur zwei. Ich bin nur zwei. Und ich bin auch zwei. Ich bin nur zwei. Ich bin nur zwei. Ich bin nur zwei. Jetzt habt ihr das gelernt. Jetzt könnt ihr das auswendig, bestimmt ohne Text. Am besten ist es natürlich, wenn alle stehen zum Singen. Und wenn ihr auch ein bisschen näher aneinander kommt. Jetzt schleichen sich ja schon die Ersten, weil die Angst haben. Keine Angst haben, es ist gut zum Singen. Ihr könnt auch gerne auf die Bühne kommen, aber zu niemandem singen dann. Nicht gehen. Okay, ich glaube, wir fangen jetzt an. Heute, das ist das erste Wort. Heute, 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 jetzt alle bitte heute singen. Heute. Bisschen lauter. Heute, ich habe ja gesagt, wir sind halb taub. Okay. Heute 25 Euro Bußgeld. Für Fahrradfahren auf dem Bürgersteig. Gibt es wirklich nichts Wichtigeres? Das können wir ganz langsam machen. Das ist doch ganz gut so, ja? Okay, okay. Meine Frau ärgert sich ständig bei Dingen, die mir Spaß machen. Ein Sumpf in Herne reicht uns nicht. Okay. Und jetzt. Okay. Es fehlt mir Jeremy Corbyn. Schaum, Schaum, Wein, Steuer abschaffen. Alle hören schlecht zu. Und da richtig beschweren. So richtig, richtig schlimm, nicht zugehört zu sein. Also nochmal. Ja? Okay. Okay. So und jetzt kommt der Refrain und da mussten alle mitsingen und es ist wirklich, es ist so einfach, es ist ein bisschen schnell, aber einfach. Also ein, zwei, drei, der Chor ist kein Chor, es sind nur zwei, linker Kitsch nervt, der Stift schreibt nicht, Obst und Gemüse in Plastik, Deutschland, Autostadt, stinkt und es geht ganz lang und dann kommt nochmal eine kleine Pause. Mit Gitarre und damit wir auch wissen, wie wir singen sollen, dann kommen wir wieder auf A zurück, habe Angst, kein Zimmer zu finden, ich will offene Grenzen, es riecht hier nach 1000 Hierarchien, so und jetzt, meine Nachbarn sind zu laut. Toni Schlaumeier weiß alles besser, wieder hat keiner die Küche, oh, das habe ich aber falsch gesungen, das habe ich falsch gesungen, keiner hat die Küche sauber gemacht, das war eine ganz lange Beschwerde, das muss man richtig hinkriegen. Toxic Masculinity, ich hab Bierdurst, doch ist es zu teuer, keiner hört mir jemals zu, alte weiße Leute. Der Chor ist kein Chor, es sind nur zwei, linker Kitsch nervt, der Stift schreibt nicht, Obst und Gemüse in Plastik, Deutschland, Autostadt, stinkt. So, und dann hatten wir so eine Solo eingebaut, aber wir springen natürlich gleich zur dritten Strophe. So, jetzt nochmal. Viel zu viele Schilder auf der Bühne, urinierende Männer auf der Straße, aber wen, na wen interessiert das? Die Kriminalisierung der Seenotrettung, find ich wirklich unerträglich, weiche Birnen, Lohnarbeit nervt. So, und jetzt. Tax the rich, make Amazon pay, global strike day on Black Friday, die Zerstörung der Natur und meiner Einsamkeit. Der Chor ist kein Chor, es sind nur zwei, linker Kitsch nervt, der Stift schreibt nicht, Obst und Gemüse in Plastik. Der Chor ist kein Chor, es sind nur zwei, linker Kitsch nervt, der Stift schreibt nicht, Obst und Gemüse in Plastik, Deutschland, Autostadt, stinkt. So, und dann würde das ganz langsam gehen, und dann kommt nochmal das Teil mit Jeremy Corbin. So, aber ich denke, ihr habt es jetzt wirklich drauf, nur stört mir diese Lücke hier da in der Mitte irgendwie, wollt ihr nicht irgendwie ein bisschen sammeln? Sammelt euch ein bisschen, bitte, geht das nicht? Ist es viel zu schwer? Ja, ich würde, ich hoffe, ich hoffe, wir haben noch Zeit, oder? Weil wir wollen es doch auch als fertiges Lied singen, alle gemeinsam, mit schlecht gespieltem Keyboard und gut gespielten Gitarre und alle stimmen. Ja? Amazon, don't walk away. Ah ne, du findest jetzt deine Lücke. Okay, super. Ja, das ist viel besser. Das hat mehr Chorcharakter. Alright, are you ready, people? Okay. Good. Let's do this. Let's try. Are you ready? With the beat? Yeah. Okay. Go. 2, 1, 2, 3, heute 25 Euro Busgeld für Fahrradfahren auf dem Bürgersteig, gibt es wirklich nichts Wichtigeres? Meine Frau ärgert mich ständig bei Dingen, die mir Spaß machen. Ein Sumpf in Herne reicht uns nicht. Super, ihr macht es ganz toll. Noch. Es fehlt mir Jeremy Corbyn schon bei Steuer abschaffen. Alle hören schlecht zu. Niemand hört mir zu. Der Chor ist kein Chor, es sind nur zwei. Linker Kitsch nervt, der Schiff schreibt nicht. Obst und Gemüse in Plastik. Deutschland, Autostadt stinkt. Kurze Pause, jetzt noch weiter. Zwei, drei. Habe Angst, kein Zimmer zu finden. Ich will offene Grenzen. Es riecht hier ne tausend Heirakien. Sorry. Meine Nachbarn sind zu laut. Toni Schlaumeier weiß alles besser. Wieder hat man in der Küche gemacht. Toxic Masculinity. Ich hab Bierdurst, doch ist es zu teuer. Keine Hütme, jammerst du. Alte, weiße Leute. Der Chor ist kein Chor, es sind nur zwei. Linker Kitsch nervt, der Stift schreibt nicht. Unsere Gemüse in Plastik. Deutschland, Autostadt stinkt. Jetzt die Solo. Ihr dürft jetzt auch ein bisschen Air-Gitar spielen oder irgendwas. Air-Gitar, Air-Keyboard. 1, 2, 3, 4 Viel zu viele Schilder auf der Bühne Urinierende Männer auf der Straße Aber wen, na wen, interessiert das? Die Kriminalisierung der Seenotrettung Find ich wirklich unerträglich Weiche Birnen, Lohnarbeit nervt Tax the rich, make Amazon pay Global strike day on Black Friday Die Zerstörung der Natur und meiner Einsamkeit Jetzt laut, bitte Der Chor ist kein Chor, es sind nur zwei Linker Kitsch nervt, der Stift schreibt nicht Obst und Gemüse in Plastik Deutschland, Autostadt stinkt Nochmal, der Chor ist kein Chor, es sind nur zwei Linker Kitsch nervt, der Stift schreibt nicht Obst und Gemüse in Plastik Deutschland, Autostadt stinkt Deutschland, Autostadt stinkt Es fehlt mir alle Jeremy Corbin Schaumweinsteuer abschaffen Alle hören schlecht zu Keiner hört mich zu Ihr seid so toll Danke So Das war's, oder? Vielen Dank Fred B. Joe Electronic Cat Katrina Shaw Miss LeBomb Vielen Dank Gute Nacht Bis morgen Oder am 1.12. Eine grüne Sitzung Gute Nacht Gute Nacht Gute Nacht Gute Nacht Gute Nacht Gute Nacht